Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast-Folge. Neben mir André, ich bin Ingo, weil ohne Nachnamen. Ja, ich habe mich auch erschrocken gerade. Was ist denn jetzt los? Ist okay. Wollte ich mal probieren, dass man nicht immer den Nachnamen dazu sagt. Warum auch? Ja, heute eine kleine Folge, wo wir so ein paar News durchgehen in eigener Sache, was eine Fahrradmarke angeht, die wir aufnehmen. Ein paar Produktsachen, ein paar Neuigkeiten, die so im Netz passiert sind. Und dann gehe ich nochmal ein bisschen in die Tiefe, weil ich ein Video veröffentlicht habe, wie ich meinen Wahoo mit Zwift und so weiter gekoppelt, beziehungsweise an Zwift vorbei gesteuert habe und so weiter. Ich habe Fragen. Genau, und du hast Fragen. Es sind viele Fragen in den Kommentaren gekommen. Und es kommt auch immer wieder die Frage, warum die Schnittstellen und warum bezahlt man für was und wie. Und wir können überhaupt mal über Schnittstellen meckern, dass man die überhaupt braucht oder warum die nicht standardisiert sind. Also das ist so ein bisschen der kleine Plan. Bevor es losgeht, habe ich hier einen schönen Zettel von Björn. Vielen Dank an Björn. Ja, vielen, vielen Dank. Den ich auch nicht anders kontaktieren kann, als über diesen Podcast, der uns Kissen spendiert hat. Und zwar habe ich bei Instagram irgendwann mal gepostet, wir haben also dieses Setup mit diesen zwei Sofas, wir hatten früher so Einzelsessel und dieses mit den Sofas ist mir irgendwann bei der Tour de France bei Eurosport aufgefallen, dass die in ihrem Studio mit zwei Sofas sitzen am Ende des Tages. Und am Ende auch hinten immer Bilder einblenden und so weiter. Und wir hatten ja immer schon den Fernseher im Hintergrund und die Sessel. Und dann habe ich gesagt, ja, das mit den Sofas ist ja cool, weil das, was ich ganz charmant fand, das sah ganz cool aus, wenn man zu zweit sitzt. Und es sieht, du hast halt auch immer die Chance, jemanden kurz daneben zu setzen und so weiter. Dann war das halt bei der Tour de France. Dann kam halt irgendwie Jens Vogt noch mit dazu. Dann saßen sie da zu dritt oder eben auch mal zu viert. Fand ich ganz charmant, habe ich mir das so abgeguckt. Und dann habe ich aber irgendwann jetzt Tennis geguckt, haben die das gleiche Setup. Und dann dachte ich, krass, dann haben die so einen riesen Fernseher, dachte ich, im Hintergrund und habe da so ein Foto von gemacht und habe gesagt, okay, wir brauchen einen größeren Monitor im Hintergrund, habe ich so in eine Story gepostet und Enjoy-Kissen noch in Klammern. Weil die so Eurosport-Kissen dann hatten. Genau, die hatten Eurosport-Kissen in blau. Wir haben jetzt Enjoy-Kissen hier. Und fand ich ganz witzig, habe das gepostet bei Instagram, habe dann später gesehen, dass es halt natürlich kein Fernseher im Hintergrund war. War Greenscreen dann. Alter, das ganze Studio ist ein Greenscreen. Da passieren Sachen in diesem Studio. Aber wie blöd das aussehen muss, wenn man da sitzt. Du sitzt wahrscheinlich auf diesen beiden Sofas. Ich glaube, die Kissen sind echt und die Sofas sind echt. Nicht mal die Kissen sind echt bestimmt. Und ich glaube, der Teppich, die haben auch einen Teppich drunter liegen, der könnte auch echt sein. Da können wir uns eigentlich auch mal einen schöneren aussuchen, der passender ist hier. Ein grün. Nee, blau. Der ist so ein bisschen Ton in Ton. Und ich bin so knüttelig, wie diese Sofas aussehen, bin ich mir relativ sicher, dass das auch nur die billige Ikea-Scheiße ist, die wir auch haben. Also es ist, glaube ich, nicht irgendein Designermodell. Ich glaube, die haben das gleiche Problem, dass dieser Stoff zerknautscht und sonst wie. Also wie gesagt, bei Eurosport guckt Eurosport. Wahrscheinlich haben sie bei jeder Sportart irgendwie diese Sofas stehen in einem Riesenstudio. Die waren wahrscheinlich fünf Studios mit diesen Sofas voll und alles grün. Je nachdem, was sie gerade wie moderieren müssen. Jedenfalls vielen, vielen Dank. Euer Podcast ist seit Jahren ein fester Bestandteil meines Lebens. Und so hört ihr eure Folge. Danke an Björn, dass du uns so viel hörst. Für den Lob, vielen Dank. Und danke für die Enjoy-Kissen. Das habe ich echt bedruckt und so weiter. Und das ist nicht lange her. Das ist ein, zwei Wochen Zeit oder so, als ich das gepostet habe. Das ist echt krass. Und ich habe hier reingeguckt, letzte Woche schon, und habe ein Kissen gesehen und dachte mir, ne, wie schnell ist Ingo denn, dass er irgendwie direkt sowas bestellt. Das ist super cool. Ja, ich habe es bei Eurosport gesehen und habe aber dann gedacht, okay, also ich wäre jetzt nicht initial auf die Idee gekommen, jetzt sofort Kissen zu drucken. Und deswegen, also richtig geil, war eine richtige Freude hier. Ja, wirklich. Ich habe es ja so ein bisschen versucht, ein bisschen noch geheim zu halten. Habe natürlich ein Kissen hier hingelegt. Und ja, vier Kissen tatsächlich. Ja. Keine Kosten und Mühen gescheut. Kuschelig, warm, schön, passt. Jetzt sieht das Ganze hier noch wohnlicher aus. Jetzt dauert so eine Folge halt fünf Stunden statt drei. Im Post schlafen wir dann hier. Ja, genau. Wenn die ganz zerknüttelt aussehen oder wenn dann hier irgendwo so Fettränder drauf sind, dann haben wir mit unserem geligen Haar da drauf gelegen. Gut. Im Hintergrund passend ist auch schon der Slide mit einer Neuigkeit, die vor zwei Jahren passieren sollte, dass Karu auch eine deutsche Softwareversion anbietet. Endlich ist es soweit. Ich habe übrigens, weil ich ja jetzt Spanisch lerne und immer noch mein Duolingo-Pick noch nicht zum Anti-Pick geworden ist, habe ich mal die spanische Version mit daneben gelegt. Also, Kadencia, Velocidad, Velmedia Temporara wahrscheinlich. Tempo, Tiempo der Vuelta. Strecken, nee, Zeit, Zeit der Strecke, Zeit auf der Strecke. Das heißt Vuelta, nee, der Tour, Vuelta heißt dann wahrscheinlich Tour. Weiß ich endlich mal, was Vuelta heißt. Wow. Oft gesagt, nie gewusst, was es heißt. Und ich fahre den aktuell ja nicht, aber Olaf fährt den Karu, der hat den dann auf Deutsch umgestellt und es fünf Minuten auf Deutsch gefahren hat und dann auf Englisch wieder zurückgestellt. Wir durften es nicht, aber das durften wir jetzt nicht im Podcast sagen. Das hat mir extra nochmal gesagt, sag das nicht. Also, das ist für einige jetzt vielleicht ein Grund, der Karu 2 ist ja das einzige Gerät, was mit Handy-Display derzeit auf dem Markt ist, wo man sozusagen wirklich so ein bisschen dieses Gefühl mit Multitouch, beste, beste Darstellung der Karten im Moment immer noch, ist ein bisschen in die Jahre gekommen und ich habe keine Informationen, aber ich gehe davon aus, dass jetzt im Frühjahr wahrscheinlich dann hoffentlich irgendwann mal der Nachfolger kommt, Karu 3 und ich gehe davon aus, dass die deutsche Sprache jetzt auch vorbereiten darauf jetzt endlich, endlich, endlich kommt, weil das Gerät ist sehr beliebt, bei uns im Shop auch sehr beliebt, kaufen wirklich viele, ist natürlich jetzt preislich auch ultra attraktiv. Ich meine, die sind auf, zwar muss ich hier mal gucken, parallel, ich glaube, die sind auf unter 300 Euro aktuell runter und bin ich echt super gespannt aufs neue Gerät, ob da, ne, ob da displaytechnisch ein bisschen so im Sonnenlicht wünscht man sich natürlich noch ein bisschen mehr Visibility, wenn so Schatten ist, ist es schon super geil. Ja, das Einzige, was man jetzt gerade noch bemängeln kann, wäre wahrscheinlich der Akku, ne? Akkulaufzeit ist halt 10 Stunden vielleicht so, aber da hat man das Display schon relativ hell, das heißt, es ist schon mit 10 Stunden okay und ganz gut, ja, also für eigentlich für den Otto-Normal-Fahrer locker nutzbar, da kannst du zwei Fahrten, zwei, drei Fahrten die Woche mitmachen, wenn du jetzt nicht irgendwie so ein Orbit über 12, 13, 14, 15 Stunden da, ist halt auch letztendlich Garmin momentan State of the Art mit den 35 Stunden oder Wahoo Roam kann man vielleicht auch noch nehmen, der so 15 bis 20 Stunden durchhält, realistisch. Ja, und den Karu kriegt man aktuell für 260, ne? Das ist also definitiv ein, definitiv ein Schnapper und echt ein, echt ein cooles Gerät und jetzt halt für die, die halt Deutsch wollen, echt cool, wobei ich ja eigentlich auch, ich habe meine Garmin, mein Wahoo eigentlich alles auf Englisch gestellt, ist für mich irgendwie die präzisere Sprache und das ist auch das, was Olaf bemängelt hat, ich versuche hier nochmal zurückzuspringen, das siehst du ja auch bei den Datenfeldern, da steht halt Trittfrequenz und das Wort ist umgebrochen und so, aber die Problematik hast du bei jedem, die hast du bei Garmin, die hast du bei Wahoo, jeder hat irgendwie ein Datenfeld, was irgendwie kacke aussieht oder schlecht, schlecht abgekürzt ist, ne? Geschwindigkeit ist gut abgekürzt, Geschwindigkeit und Lufttemp geht halt auch noch, aber hier Trittfrequenz, da hätte man ja auch entweder auch Trittfrr oder schreibt doch Kadenz, versteht auch jeder. Stimmt eigentlich, ja. Und ich selber habe mal für Chorus, denen habe ich mal geholfen bei deren eigenen Übersetzungen für die Uhr, es ist die Hölle, das sind riesen Excel-Dokumente und dann übersetzt du so vor dich hin und dann hier dürfen nur sechs Zeichen, da nur fünf Zeichen und bei einer Uhr ist es ja noch komplizierter und da habe ich mal manchmal wirklich lange, lange überlegt, ja was nehme ich denn jetzt für ein deutsches Wort, gerade wenn es so um Trainingsanalyse und so Trainingspläne hinterher geht und so. Also ist auch nicht einfach und jetzt ist es da, aber irgendwie, wenn ihr Englisch gut könnt, beziehungsweise gewöhnt man sich auch irgendwie dran, schaltet das Ding aufs Englische. Die Leute, die den gekauft haben, also die sind ja schon in dem Englischen drin, ne? Ja. Also und deswegen kann ich es auch komplett verstehen, wenn man dann umstellt und dann denkt, oh, das sieht ja alles ganz anders aus. Das ist ja ein bisschen so wie von Windows auf Mac oder andersrum, dann musst du irgendwie das Fenster auf der anderen Seite schließen und so, da gewöhnst du dich schon dran, aber ja, warum? Kannst du ja auch so lassen. Ja, deswegen, ich glaube auch, dass man da, dass man da einfach, einfach, ja weiß ich nicht, das mit dem Englischen, wie gesagt, ich mache das bei gar, ich schalte es dann manchmal, wenn ich ein Video drehe auf Deutsch um, einfach weil ich das, weil es dann für die Zuschauer besser ist. Ansonsten ist es halt immer die präzisere Sprache und man, wie gesagt, wenn du dich erstmal ins Englische gewöhnt hast, hast du keine Lust. Ich würde auch mein iPhone auf, im Englischen nutzen, nur es gibt irgendwelche deutschen Apps, die keine englische Lokalisierung haben, wo dann irgendwas alles komplett umbricht. Also das iPhone habe ich jetzt auf Deutsch tatsächlich. Ah, okay. Hätte ich eigentlich auch mehr Bock auf Englisch zu benutzen. Was Software angeht, ist das immer irgendwie besser. Ja, es gibt sogar Software, also ich glaube, bei irgendeiner Schnittsoftware, ich weiß gar nicht, ob es Final Cut war oder irgendwas anderes. Kann auch Da Vinci oder so gewesen sein. Da war es, glaube ich, auch so, ich hatte mir mal ein Tutorial angeguckt und dann habe ich gesehen, die Optionen gibt es einfach gar nicht im Deutschen. Da musst du deine, dein Betriebssystem und die Software auf Englisch umstellen, damit du manche Optionen hast. Auch total verwirrend. Ja, ja. Also man muss wirklich gucken. Also das mit dem, genau, das kommt noch mit dazu, dass ich vieles, vieles bei YouTube auf Englisch konsumiere. Ja. Wo ich dann sage, okay, dann mache ich auch die Software auf Englisch, dann finde ich es wenigstens schnell. Voll. Ich weiß gar nicht, Final Cut kann man, glaube ich, gar nicht auf Englisch umstellen, wenn du nicht die Systemsprache umstellst. Genau, ich glaube, das musst du machen, ja. Bei iOS ein generelles Problem, dass viele Apps sich nicht umstellen lassen, sondern immer, immer das an der Systemsprache hängt. Das nervt auch ein bisschen eigentlich. Heute sind wieder mit dabei die Bio-Gerichte von Löwenanteil. Vollwertige Gerichte, vollgepackt mit Hülsenfrüchten und das ist eigentlich auch das Thema, was Löwenanteil diesen Monat feiert, hat. Die Hülsenfrucht. Tatsächlich für uns Sportler eigentlich eins der wichtigsten, ja, sagen wir es mal, Superfoods, ist ja so ein modernes Wort, aber ist wirklich so, was oft unterschätzt wird. Wir essen ja den ganzen Tag nur Pizza und Kram und sonst wie und Nudeln und Kohlehydrate, um viel Rad zu fahren. Dabei ist die Hülsenfrucht eigentlich genau das Richtige, was letztendlich alles in sich vereint, was man so braucht. Hochwertige Proteine, gerade wenn man vielleicht vegetarisch, vegan unterwegs ist, kriegt man sogar alle essentiellen Aminosäuren, zumindest dann, wenn man verschiedene Hülsenfruchtsorten mischt und ganz, ganz wichtig, auch komplexe Kohlehydrate, die dann natürlich dafür da sind, den Glykogenspeicher aufzufüllen, gesunde Fette. Das Ganze ist sehr vollwertig, ohne Konservierungsstoffe, alles Bio-Qualität, ohne zugesetzten Zucker. Das heißt, ihr esst echte Lebensmittel, mehr oder weniger, mit wenig Zutaten, mit tollen Zutaten. Jedes Glas entspricht ungefähr zwei Portionen, kann man als Beilage benutzen, ist in drei Minuten fertig, egal ob Mikrowelle, Pfanne oder Kochtopf, sehr, sehr schnell aufzuwärmen. Super lecker, auch das ist wichtig, gesund muss schmecken, trotzdem, sonst isst man es nicht. Löwenhandteil hat auch eine tolle Seite mit Rezepten, ja, wo ihr das Ganze, so ein Glas auch kombinieren könnt mit anderen Produkten. Gibt viele, viele Geschmacksrichtungen von sehr, sehr scharf bis pikant, bis mild, Linsen, Bohnen, Chilis, vegane Chilis, auch ein, zwei Fleischsorten, also wirklich für jeden was dabei. Ich selber bestelle mir regelmäßig, ja, so ein 18er-Pack an Gläsern und ein bis zwei Gläser mindestens pro Woche, die weggehen, alleine für mich und der Rest der Familie isst die auch sehr gerne. Ja, schaut euch die verschiedenen Sorten vielleicht mal auf der löwenanteil.com-Webseite an und jetzt im Februar gibt es einen besonderen Rabatt zum Tag der Hülsenfrucht und zwar 15 Prozent mit dem Gutscheincode BIK. Klickt den Link am besten in den Shownotes, dann wird der Gutscheincode gleich hinzugefügt. Gültig ist der Gutscheincode für 15 Prozent, allerdings nur bis 18.02. Danach gibt es aber weiterhin immer 10 Prozent für euch. Das heißt, selbst wenn ihr zu spät dran seid, bekommt ihr immerhin diese 10 Prozent, vielleicht schafft ihr es aber auch rechtzeitig zu klicken. Also vielen Dank an Löwenanteil für die Unterstützung dieser Selle. Gut, dann ist mir tatsächlich gestern aufgefallen und finde ich zumindest hier mal erwähnenswert, weil wir ja viel auf Zwift machen, die streichen schon wieder Stellen und der aktuelle CEO, der nur ein Jahr da war, geht auch mit gleich. Ist doch der Co-CEO, oder? Ist es nicht der? Ja, der, der, ähm, gibt's, gibt's? Ach so, Co-CEO, ja, ja, stimmt, Co-CEO, Kurt, Kurt Beidler. Ist das ein Deutscher? Hört sich so deutsch an. Also es ist, man weiß nicht wie viel und was und ich weiß nicht, ob es jetzt ein saisonales Ding ist, dass die sagen, na gut, im Sommer reduzieren wir mal, weil es auch weniger, weniger Leute gibt. Es ist der größte Dienst überhaupt. Sie haben echt viele User und es ist auch viel los bei, bei, bei Zwift, aber scheinbar ist es wirklich so, dass, da wurde auch Peloton in dem Artikel, ich verlinke das unten nochmal, Cycling News, Peloton wurde auch mit verlinkt, das heißt, wir haben momentan, gibt's da wohl echt in diesem Trainingssektor und Subscription-Sektor echt Probleme. Peloton-Aktie ist komplett runter und, ähm, dabei haben die zwei, ja, und die haben Peloton, die verkaufen ja die Räder und Subscriptions, also die Software auch dazu und die haben, glaube ich, zwei Millionen aktive User und das ist, finde ich, schon krass, also die wirklich monatlich bezahlen und Zwift hat ja auch, weiß ich nicht, das schreiben sie gar nicht, da bin ich auch, das wäre mal interessant, wie viele User die haben, aber es ist schon. Das war viele. Ich glaube, bei Zwift war das Problem so ein bisschen dieses, äh, Bike, was die entwickelt haben, oder? Ja, aber das war ja letztes Jahr. Da haben sie Verluste, Investments getätigt, die sie dann abbrechen mussten. Ja, also, ich finde es ja ein Wunder, dass es überhaupt, dass Zwift es überlebt hat, sozusagen, ne, wo man denkt, okay, so einer wie Hüfting geht halt pleite, es lohnt sich nicht mehr. Ja. Und dass Zwift überhaupt noch weitermachen kann, ist ja schon krass eigentlich, ne? Ja, also, es ist wirklich, ähm, ja, also, es ist die stärkste Plattform. Ich kann mir nicht vorstellen, jetzt haben wir ja diese Nummer, dass MyWoosh die UCI-Weltmeisterschaften austrägt, also, dass da, dass die versuchen, in den Markt reinzudrängen, aber in meinem gesamten Freudeskreis kenne ich gar keinen. Ja, bei mir ist es tatsächlich auch so, ich sehe immer Cycling News oder so, ja, MyWoosh gibt es jetzt was Neues und ich klicke nicht mal drauf, so. Ja, ja, ja. Leider interessiert es mich gerade nicht so richtig. Ich, ich, ich habe, ich habe draufgeklickt, weil die haben jetzt irgendwie die News veröffentlicht, wie sie die Weltmeisterschaften stattfinden sollen, nach welchem System, mit Punkten und pipapo. Was, es war so kompliziert, dass ich keinen Bock mehr hatte zu lesen. Ich habe mir das, habe das angefangen zu lesen, habe gedacht, wer soll verstehen, wie das ganze System jetzt funktionieren soll, mit verschiedenen Rennen und Qualifiern und Punkte und drei Rennen und ich habe es nicht verstanden. Okay. Also, es war wirklich so kompliziert, wo ich gedacht habe, okay, mach doch einfach, wie bei der Tour de France, ein Etappenrennen und vielleicht noch eine Weltmeisterschaft. Also, wie auch immer, mach doch da irgendwas, was, was, was einträgt. Der kann ja, oder ein Zeitfahr-Weltmeister auf der Rolle und einen normalen Weltmeister und fertig. Und dann fahrt er halt 100, also, übertragen, eine Road-Weltmeisterschaft ist ja nicht so diese Nummer, ja, ich fahre eine Stunde all out, so, so rollenmäßig, sondern die fahren halt zwei, drei, vier, also sind ja 200 Kilometer plus. Ja. Die sind ja fünf, sechs Stunden unterwegs und mit Bergen und so weiter. Das wäre doch mal geil. Ja. Diese, diese kurzen Sachen, ich würde ja, ich würde das ja feiern, wenn da so ein, so ein fünf, sechs Stunden Brett auf Zwift wäre. So wie unsere, bei unserem Zwift-Event ja irgendwann dieser, dieser Uber-Brezel-Kampf, wo wir fünf Stunden auf der Rolle sitzen müssen, wo es halt wirklich darum geht, fünf Stunden gegen die Wand zu fahren, in Anführungsstrichen. Ja. Sich nicht zu bewegen und… Und strategisch vorzugehen, ne? Also irgendwie dir die Kraft einteilen und zum Schluss dann mit Ausreißergruppen und sowas, das, das fände ich irgendwie viel spannender als eine Stunde, gib ihm und alle hauen raus. Ja, oder auch dann Mannschaften, ne? Über die Ländermannschaften wirklich sagen, komm, wir machen das Tempo vorne und reißen immer mal aus, das weiß ich nicht, weil, weil diese ganzen Weltmeisterschaften sind ja meines Erachtens immer so eine Stunde Fahrt gewesen. Und dann ging es am Ende darum, wer die meisten Watt pro Kilogramm auf der Ziellinie und noch den Helm hatte. Ja. Und das fand ich… Ach so, man kann diese, die Gadgets tatsächlich dann auch noch einsetzen, oder was? Ja, ja, ja. Also da gab es, gibt es denn, und die haben ja natürlich, um das Ganze noch spannender zu machen, diese Burritos, wo dann, wo dann irgendwie, wo man unsichtbar war oder man nicht gesehen hat, wie viel du getreten hast. Also irgendwie sowas, ne? Also es war, weiß ich nicht, das wäre so, wäre eher was, was ich angucken würde. Sicherlich ist das auch langweilig, auf den Bildschirm zu gucken. Aber ich glaube, das würde ich mehr feiern als diese kurzen Dinger mit Punkten und dies und jenes. Und hinterher wird dann ausgerechnet, wer Weltmeister ist. Also ist nicht so meins. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das Zwift großartig beeinflusst, weil die leben nicht von E-Sports, sondern die leben, glaube ich, von uns, die da jeden Tag drauf fahren. Community-mäßig ist es immer besser, kommen wir ja später nochmal drauf, dass man da selber Gruppenfahrten anlegen kann und so weiter. Unsere eigene Community, die wir haben, Gott sei Dank. Ich habe jetzt schon gehört, haben alle andere auch versucht, so ein Trikot sich designen zu lassen in der Zwiftwelt. Da können wir eigentlich glücklich sein, dass wir da noch rechtzeitig da waren, als noch genug Leute da waren. Ja, ist nicht so einfach. Nee, jetzt machen die es, wenn sie überhaupt noch machen. Ja. Das ist echt geil. Es ist echt wenig, es ist auch wenig Ansprechpartner da noch übrig. Es ist echt ein bisschen schade, ne? Wahrscheinlich zu viel Wachstum, zu viel investiert, ne? Das frisst ja alles Geld. Ja. Na gut, dann ist das Internet natürlich und auch die Look, also bis hin zur Welt am Sonntag in eine heillose Aufregung, weil Jonas Deichmann seinen nächsten Wettrekordversuch angekündigt hat. Das hast du auch gesehen, ne? Ja, habe ich auch gesehen. Das ist auch, also wir haben da schon mal drüber geredet. Es ist irgendwie, Jonas Deichmann macht halt immer so krasse Sachen, dass einen irgendwie nichts mehr so richtig schockt. Aber, also man sollte sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, was er da jetzt versucht, ne? Also versuchen will. Ja. Das ist krank. Also wirklich. Also die, 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 diese Aktion, die er jetzt gemacht hat, die war ja tatsächlich und sicherlich Transamerica Twice, einmal durch Amerika fahren, einmal laufen, zurücklaufen. Und da wird er ja schon gewusst haben, was er macht. Das wird ja schon ein bisschen Vorbereitung mit sein, um diese, diese Härte zu haben, jeden Tag Sport zu machen. Das war nur Training, ne? Ja, ja. Und das war ja so ein Ding, glaube ich, auch über zwei, drei Monate. Und natürlich gemessen an seinen Aktionen, die er vorher gemacht hat, die Weltrekordversuche, 120 Ironmans einmal um die Welt rum und auch diese, diese Nord-Süd-Querung oder Süd-Nord-Querung, ich weiß gar nicht, wie ist es genau, habe ich jetzt gar nicht genau im Kopf, Cape to Cape, glaube ich, hieß es. Ich weiß, es ist, glaube ich, von unten nach oben gefahren oder von oben nach unten. Ich weiß es gar nicht. Oh, weiß es gar nicht. Nee, weiß ich auch nicht. Ich glaube, von oben nach unten. Ich weiß es aber auch nicht mehr ganz genau. Jedenfalls, das sind ja Sachen, die immer über einen, ja, über einen Zeitraum von vielen, vielen Monaten gingen. Und deswegen ist natürlich sowas, was zwei Monate dauert oder drei Monate, wo man sagt, okay, ist jetzt, ist natürlich supergeil und er hat auch Gott sei Dank natürlich, ist die Presse dann am Ende auch draufgesprungen und so weiter, hat, glaube ich, da auch einen riesen medialen Erfolg gefeiert, was ja sehr wichtig für ihn ist, weil da kann er am Ende irgendwann mal Geld mitverdienen, dass er Vorträge hält und so weiter. Und deswegen kommt einem das so klein vor, obwohl man selber natürlich sowas vielleicht nie schaffen würde. Und jetzt ist es halt wieder wirklich eine echte Aktion, wo ich sage, okay, das ist ein echter Weltrekordversuch. Und ich habe schon Podcasts gehört von Leuten, die über 100 Ironmans gemacht haben, hintereinander weg. Also der Weltrekordler war, glaube ich, mal. Haben wir jetzt gar nicht gesagt so richtig, ne? Also 120 Ironmans an 120 Tagen. Genau. Also er versucht, den Weltrekord an aufeinanderfolgenden Ironmans zu brechen. Ja. Und der aktuelle Weltrekord liegt bei 105 und er möchte gerne 120, wahrscheinlich, weil die Zahl 120 durch seinen, ja, durch seinen Ironman um die Welt geprägt wurde. Das waren ja auch umgerechnet grob 120 Ironmans und, aber Langdistanzen darf man ja wahrscheinlich gar nicht Ironmans nennen. Ich weiß gar nicht, wie er es genannt hat. 120 Ironmans, glaube ich nicht. Triathlon um die Welt, glaube ich. Zumal das Ganze bei der Challenge Rot sozusagen auf der Strecke von Rot stattfindet und zwar nicht im Kanal, weil der ist nur einmal zum Wettkampf geöffnet, sondern im Rotsee, meine ich. Okay. Muss er schwimmen. Ansonsten die identische Strecke, die halt in Rot stand, stattfindet und er wird auch am Wettkampftag dann, ich meine, wann ist das? Mai, Juni wird er dann auch. Das ist Halbzeit dann, glaube ich, ne? Genau, da wird er dann auch starten, sozusagen im Rahmen des Wettkampfs auch mitmachen. Hat eingeladen, dass man ihn begleiten darf, kann, wenn man da in der Gegend ist und das ist natürlich ganz witzig, dass man ja da jederzeit mal hinfahren kann. 120 Tage ist eine lange Zeit. Ja. Das sind so vier Monate, glaube ich. Da könnte man wahrscheinlich dann immer mal wieder hinfahren, ihn anfeuern, vielleicht mal ein paar Kilometer mitfahren, vielleicht mal selber einen Ironman mitmachen. Das wird ja dann auch nicht im, wird ja ein Tempo sein, was man vielleicht auch selber mitgehen kann, weil er ja nicht so, wenn man das jeden Tag macht, kann er ja nicht irgendwie versuchen, jeden Tag unter neun Stunden zu bleiben. Also, es ist ein krasses Ding. Glaube, ja, es ist, na gut, er ist ja nun wirklich über Tage lang schon immer 50 Kilometer gelaufen, aber ohne den Rest. Ja, 180 Kilometer Fahrradfahren kommt drauf. Und 3,8 schwimmen. Ja, moin. Das ist echt unfassbar. Also, ja, 180 jeden Tag Fahrradfahren ist krass. Und der Rest, also, ja. Ja, das sind ja, da musst du ja von fünf, sechs Stunden ausgehen, glaube ich, wenn du das zügig fährst, schon. Ne, so normal, also, nee, also wenn es nicht so, ich glaube, was fahren die Profis? Vier, viereinhalb? Er muss ja wirklich sehen, dass er sich die Zeit einteilt, dann über Tage auf dem Auflieger liegen. Ja. Also, dass der Nacken das mit kann. Also, er macht, man sieht ihn jetzt so ein bisschen bei Instagram auch Sport machen, dass er da auch Core-Übungen macht und also Krafttraining und so weiter. Jeden Tag Rad fährt, läuft, schwimmt. Ja, ich bin sehr gespannt, was für Zeiten er da überhaupt anpeilt. Also, und wo es dann irgendwie nach der Hälfte irgendwie draus hinauf läuft, so, ne? Also, ich denke mal, Challenge Rot wird dann auf jeden Fall nochmal so ein, das gibt ja ein Hoch, so, ne? Ja. Wenn da auf einmal richtig Leute sind und so, da hast du dann ja auch Bock. Aber ansonsten, das ist echt die Frage, versucht man es irgendwie dann trotzdem, ja, so zügig, wie man es dann irgendwie schafft oder sagt man sich, oh, ich lasse mir einfach einen ganzen Tag Zeit? Ja, man muss, glaube ich, das sich wirklich so perfekt einteilen, dass man halt immer, immer isst und das alles in Ruhe macht. Du kannst aber nicht bummeln, weil du brauchst den Schlaf. Also, wenn du eine Nacht, zwei Nächte mit Schlafdefizit hast, hast du ein Problem. Du darfst auch nicht krank werden. Also, der Rekord ist ja vorbei, wenn ich einen Tag Pause mache. Ja. Anfang tut er wann? Ach, was war denn das jetzt? Er ist auch ein Schlumpf, ne? Er hat auf seiner ganzen Webseite nichts zu finden. Ich habe jetzt hier so ein Thumbnail von Shimano genommen, wo er interviewt wurde. Ja. Bei Instagram sieht man irgendwas, aber da auch nicht so, dass man es, wie schnell finde ich das jetzt hier? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht genau, wann er anfängt. Aber naja. Ich glaube, 20. Mai oder so, ne? Ich glaube, irgendwann im Mai. Zumindest, wenn es warm wird, ne? Ja. So viel ist sicher. Aber ja, eine große Herausforderung finde ich halt auch. Ich meine, wenn man um die Welt ein Triathlon macht, dann ist das ja, also ich meine, ich glaube, Schwimmen bleibt immer gleich blöd so. Das ist halt einfach Wasser. Aber du siehst halt einfach verschiedene Orte, ne? Und das an einem Ort zu machen, also ich meine, das ist ja zum Beispiel, vergleich es einfach mal damit, wie du Everresting gemacht hast oder sowas, ne? Ja. Nach einem Tag hängt dir das so zum Hals raus. Und dann, wenn du dann überlegst, das irgendwie 120 Tage, das Gleiche zu fahren. Ich meine, es gibt hier genug Strecken, die man auch irgendwie oft fährt, so Nienstädter Pass oder irgendwie sowas, was irgendwie die Standardstrecken sind. Aber ja, jeden Tag wird einem das irgendwann langweilig, ne? Mental ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Hürde. Aber ich meine, Jonas trainiert ja auch mit, auf der Rolle mit, gegen die weiße Wand. Ja, ja, ja. Ich habe, ich habe jetzt, läuft nebenbei seine Story hier auf Instagram. Meinst du, da steht mal, wann es losgeht? I'm looking forward. I will be awesome. Wahrscheinlich hat er es gesagt. Jedenfalls in den Untertiteln steht es nicht drin. Ja. 9. Mai, da steht es. Okay, super. Also du hast natürlich die, dadurch, dass du immer die gleiche Strecke hast, hat halt Vor- und Nachteile. Du hast halt minimale Zeitverluste, weil dein, ne, wo auch immer er seine Unterkunft hat, die wird ja hoffentlich an der Strecke sein oder am See direkt, dass er morgens ins Wasser steigen kann. Und du hast deine Punkte, wo du Essen platzieren kannst, wie auch immer, Essen trinken und kannst sofort ins Bett fallen abends. Und ich finde es tatsächlich, glaube ich, dahingehend geil, weil ja sicherlich Fans aus ganz Deutschland immer wieder da hinkommen werden. Das heißt, du hast eine viel einfachere Geschichte, dass du Leute an die Strecke holen kannst, die dich auch in den restlichen 119 Tagen, wo nicht rot ist, anfeuern werden. Und das glaube ich, da wird wahrscheinlich auch dann immer diese Phase sein, in der Woche ist mal weniger los, am Wochenende pilgern wieder viele Leute hin. Kann sein, dass da viele auch das sich zur Gewohnheit machen, da wirklich jedes Wochenende in den 180er mitzufahren, weil sie Bock haben zum Beispiel. Wäre ja eine Variante, ne, wenn du da irgendwie in der Nähe wohnst. Also krasses Ding. Es, äh, er ist wirklich, hat wirklich ein krasses mediales Feedback, was ich so, sieht man manchmal in so seinen Storys, ne, dass die Welt am Sonntag berichtet und viele, viele andere Zeitschriften, Fernsehen natürlich auch. Also, bin ich, bin ich ultra gespannt und das ist jetzt auch mal, ja, er sagt auch in seinem Dings, das ist so ein bisschen mit 36 so der Peak. Das ist, ich muss es auch jetzt schaffen oder nie, ne. Da gibt es auch, wie gesagt, kann man sich mal, ich glaube bei Rich Roll war der, der letzte, da habe ich mal den letzten Weltrekordhalter mal gehört, mit dem wurde gesprochen. Der hat auch viel, viel erzählt, äh, wie das Ganze funktioniert, wie er geplant hat, wie er trainiert hat, also das Training, die Vorbereitung ist, ne, wir reden jetzt davon, also, ja, sonst hat er, hat er ja so Aktionen, die wirklich monatelang gingen und war natürlich auch vorbereitet und sonst wie, aber hier ist jetzt, glaube ich, die Phase, Transamerica twice, dann jetzt sein aktuelles, alles, aktuelles Training, was er macht. Ich glaube, das gehört alles zu der Aktion mit dazu. Das heißt, da reden wir auch von einem Projekt, wo mindestens ein Jahr letztendlich er am Arbeiten ist, um diesen Weltrekord zu schaffen, auch wenn der Weltrekord selber natürlich in Anführungsstrichen nur vier Monate dauert. Ja. Nur vier Monate. Kannst du mal sehen, wie einfach das ist. Ja, das, ja, hört sich dann doch nicht so wenig an, ne. Also, was ich mir auch gut vorstellen kann, ist mit dem Fahrrad nebenher zu fahren, wenn er läuft, das kriegt man mal gleich schon ja nicht. Aber fahr mal 42 Kilometer nebenher, betut dir hinterher auch der allerwerteste weh. Ja. Also, es ist am Ende krass, dass man überhaupt so viel laufen kann. Ja, das ist wirklich, oh, nee. Weiß ich nicht, also, kann man sich nicht vorstellen, was da auch für Schmerzen mitspielen, ne? Also, das ist echt übel. Naja, zum Thema Laufen machen wir ja nächste Woche, das läuft hier im Hintergrund, wollte ich eigentlich am Ende der Sendung nochmal so ein bisschen anteasern, dass wir ja, haben wir ja auch schon mal gesagt, dass wir ja Elliot Kipchoge getroffen haben und jetzt tatsächlich für nächste Woche planen, da eine kleine Sendung mal drumherum zu machen. Genau, das ist schon lange her, hat ein bisschen gedauert, wir waren dann immer hin und her mit Untertiteln. Ja, Untertiteln, da hatte ich überlegt, naja, wenn wir einen Podcast machen, spreche ich vielleicht Deutsch drüber, hab das mal ausgetestet und dann schnell gemerkt, die Untertitel passen für Sprache nicht, nochmal die Untertitel angepasst und dann irgendwann die Reißleinung und gesagt, das wird ja nie fertig. Weil das ist, glaube ich, wenn du das perfekt übersetzen willst und drüber sprechen willst, entweder suchst du dir jemanden, hab ich auch schon probiert und jetzt hab ich so gemacht, okay, wir müssen das Original im Englisch einsprechen mit Untertiteln und da könnt ihr euch echt drauf freuen, also das ist, weiß ich nicht, ganz inspirierendes Ding wird das, das ist, wo wir zum Thema Laufen kommen, glaube ich, ein geiles Ding, um sich zu motivieren zu laufen, um vielleicht tatsächlich selber mal einen Marathon anzugehen oder die zumindest da Bock drauf haben oder noch nicht den letzten, die nächste Initialzündung haben, wenn ihr den Podcast gehört habt, danach lauft ihr einen Marathon, bin ich mir hundertprozentig sicher. Also alle, die Bock haben auf Laufen, definitiv, dann fällt die Marke. Ja, das steckt schon an. Ja. Also das ist echt ein guter Typ. Ja, ja. Nee, dann in eigener Sache, wir nehmen eine neue Fahrradmarke ins Sortiment auf. Mhm. Nämlich Arcade, Arcade geschrieben, also ARC8. ARC8, gibt auch hier im Hintergrund ein, zwei schöne Fotos, die ich von deren Webseite geklaut habe. Mhm. Wir haben hier jetzt ein Rad im Showroom stehen, was ihr euch auch schon angucken könnt und ja, wir überlegen uns ja relativ genau, was wir so hier noch mit anbieten wollen und nicht und haben jetzt ja auch diesen Stahlrahmen, wie hieß es jetzt, Titici Stahlrahmen haben wir jetzt mit aufgenommen, der steht jetzt hier im Showroom, der wird jetzt demnächst auch mal aufgebaut. Da kommt dann auch irgendwann ein Video und jetzt mit Arc8 haben wir, finde ich, die bilden eine schöne Nische ab, die wir so halt auch noch nicht anbieten können, also so ein bisschen individuell das Ganze gestalten zu können, also auch mit Ready to Paint, aber mit einem Preistech, was nicht ganz so hoch ist, gleichzeitig aber trotzdem so einen guten Qualitätsanschluss hat, schönes Design, klassisches Design, bisschen, bisschen, bisschen raciger. Ja, sportiver auf jeden Fall. Genau, wir müssen uns ja schon, die Marken, die wir haben, versuchen wir schon so zu machen, dass wir sagen, okay, wir suchen uns die Räder aus, die wir am besten finden für bestimmte Anwendungszwecke und da ist sicherlich Open ja eine der Marken, die bei uns eine der Hauptrollen spielt, wo ich sage, klassisches Design, sehr komfortabel, leichtester Gravel-Rahmen oder einer der leichtesten, wenn nicht der, mit dem Upper, glaube ich, wenn nicht immer noch der leichteste Gravel-Rahmen auf dem Markt, ich weiß es nicht, aber zumindest einer der leichtesten. Auf jeden Fall leicht, ja. Also mein Upper ist immer noch, da plane ich auch im Hintergrund jetzt schon mein Video, weil das fahre ich meines, also mindestens fünf, ich meine, ich bin jetzt sogar schon sechs Jahre mit dem Rad unterwegs, habe zwei, drei Sachen geändert, aber da wollte ich jetzt einfach nochmal so ein Video machen. Damit fing ja bei mir alles mal an mit diesem Gravel-Hype, für mich selber und auch hier mit Videos, die wir gedreht haben, wo ich mal sagen kann, ja, wie ist denn das nach sechs Wochen, sechs Jahren Open Upper, wie fühlt man sich auf dem Rad, was ist an dem Rad kaputt gegangen und was hat man vielleicht geändert und würde man es wieder kaufen und da spoiler ich jetzt mal nicht, ob ich es wieder kaufen würde. Aber wahrscheinlich schon, also es ist am Ende so, dass es wirklich, ja, weil es ist auch ein sportives Rad, das Upper natürlich sportiver als das White und so und so weiter, da gibt es ja auch, selbst das Upper ist meines Wissens, glaube ich, sogar sportiver geschnitten als das Mind, als das Rennrad, das ist sogar ein bisschen, hat ein bisschen höheren Lenker. Und mit dem Arc 8 geht man noch eine Stufe sportiver, ein bisschen nicht so auf Leichtbau getrimmt, ein bisschen weniger Komfort, aber natürlich trotzdem für ein Gravelrad immer noch viel Komfort, wir haben das ja auch ausgiebig hier schon getestet, aber eben auch so dieses Ding, wo ich sagen würde, also ich sehe es so ein bisschen wie gegen dieses, wie heißt das von Cervelo? Das Aspero meinst du? Das Aspero, also wirklich. Das ist eigentlich das Aspero in leicht und sportiver, würde ich es trotzdem noch sagen, weil auch das Cervelo kann eigentlich relativ, ja, kann man relativ easy fahren, da muss man nicht der sportlichste Typ für sein. Ja, von der Geometrie ist das Arc 8 noch sportiver. Genau. Also wir sprechen jetzt über das Ero, das ist das einzige Gravelrad von Arc 8 jetzt. Wie wird das geschrieben? Mit Doppel-E-R-O. Ja. Ganz kurz zu Arc 8, kleine Schweizer Firma im Prinzip, die gibt es schon einige Jahre, kommen eigentlich aus dem Mountainbike-Segment, haben auch unfassbar leichte Mountainbikes und meines Wissens da tatsächlich die leichtesten Mountainbikes am Markt, also vom Rahmen her. Voll gefedert. Da gibt es, du kannst ein easy, ein vollgefedertes Mountainbike mit 9 Kilo aufbauen, wo ich dann schon ein bisschen am Zucken war, wo ich gesagt habe, Mensch, das wäre doch mal was. Voll. Und ja, gut, also das Gravelrad von denen, das Ero, das ist auf jeden Fall hier, das fahren wir schon und genau, das ist geplant, das nehmen wir auf jeden Fall auf. Wir sind begeistert davon, ist eigentlich nochmal so ein paar Features, genau, du hast gesagt mit diesem Custom-Paint, das ist eine Sache, die geht von Werk aus irgendwie schon. Dann integrierte Züge, also klar ist das irgendwie ein sportliches Rad, es geht auch ein bisschen um Aerodynamik und da ist natürlich auch immer so die, muss man immer schauen zwischen Aerodynamik und Gewicht, ich finde das liegt da super in der Mitte und geschraubtes Tretlager, du kannst trotzdem einen Gepäckträger montieren, falls du damit irgendwie, ja, doch Bikepacken willst zum Beispiel, ne, oder ich meine, ja, kannst du auch mit pendeln, wenn du damit willst mit dem Rad, ne, klar, warum nicht. Ähm, ja, ich finde es, äh, es ist trotzdem nicht, also trägt nicht so dick auf, ist es jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Aerobomber, der so total schlimm aussieht oder so, ist dann trotzdem irgendwie schöne Rohrformen und so weiter, also könnt ihr euch gerne mal angucken, ähm, taucht dann bei uns. Ich finde auch, es sieht klassisch aus, obwohl es ein Aero Shape hat, aber eben nicht, und auch das ist ja wichtig, weil wir ja auch 3T im Programm haben, eben nicht so mit diesem bombastischen Unterrohr, was bei 3T, ähm, ja irgendwie auch polarisiert, ne, entweder man findet es total geil und sagt, das will ich haben, ne, 3T, äh, RaceMax ist ja auch ein ganz beliebtes Rad hier bei uns, oder eben, wo, wo Leute sagen, nee, so ein, so ein dickes Unterrohr will ich nicht, ne, und, ähm, hier hat man wirklich so eine klassische Form deswegen, und, und trotzdem race ich sicherlich nicht das, das, äh, das Rad für den, der Einsteiger ist und sagt, ich brauche ein Gravelbike, mit dem ich komfortabel fahre und so weiter, weil das ist vielleicht der falsche Einstieg, weil du musst schon so ein bisschen diese tiefe Sitzposition, diese racige Sitzposition ja auch halten können und fahren können, ja, also musst du auch die Athletik so ein bisschen stimmen und so weiter, also musst du schon eine Grundsportlichkeit haben vielleicht. Ist jetzt, so eine Waffe ist es dann jetzt auch nicht, nicht, dass wir euch Angst machen, aber, genau, wir haben auch viele Kunden einfach, die sind so zwischen 60 und 70 Jahre, so, und die können ohne Probleme in Open Wide fahren, gar kein, gar kein Thema, ne, ähm, genau, da muss man dann halt gucken, wie, ja, wie beweglich ist man und so weiter mit Überhöhungen, ne. Ja, wir, wir haben uns ja, wir überlegen uns ja sehr genau und wir haben uns das auch nicht leicht gemacht, haben wir gesagt, ja, passt das dann jetzt noch da rein, wie, und, und es ist ja momentan im, im Gravel-Fahrradmarkt, das haben wir oft auch schon angesprochen, was Reifen angeht und Schaltung angeht, dass wir jetzt ja momentan in so kleinen Nuancen ein Rad konfigurieren können, sodass wirklich für jeden die perfekte Übersetzung dabei ist, für den, der einfach die, die, die Watt nicht treten kann, kann man heute so untersetzt den Berg easy hochfahren, dass, was früher nicht gegangen wäre, der wäre bei 15 Prozent hätte der schieben müssen und der kann da jetzt hochfahren, ne, und derjenige, der, der, der komplett explodiert und, und 400 Watt den Berg hochballern kann, der kriegt halt einfach ein kleinere, ein großes Kettenblatt und eine kleine Einfachschaltung hin drauf oder eben ein Two-By, was auch immer. Und bei den Reifen auch so, so, wo man sagen kann, ja, nehme ich viel Stolle, nehme ich wenig, nehme ich dünn, nehme ich dick und so weiter und das, das ist, ist, ist so geil und dann ist ja am Ende bei uns dieser Punkt, wir machen ja viel über die, aus, über die sehr genaue Beratung mit dem Kunden. Das kann im Notfall auch telefonisch passieren, dass hier Leute anrufen und dann muss man halt wirklich gucken, ja, was könnte für den Kunden das richtige Rad sein. Jetzt mal unabhängig davon, wie es aussieht und wie es geschnitten ist und so weiter. Dann, da gehört dann Geometrie dazu, was, was will ich fahren? Und da gehört auch vielleicht ein Bikefitting mit dazu, wo man sagt, okay, ja, kann ich das überhaupt fahren? Ist da nicht mein Nacken zu überschreckt oder was machen die Knie oder ist mein Bauch im Weg im schlimmsten Fall? Kann ja auch sein, so tief geht gar nicht oder ich kriege die Beine gar nicht, kriege die Beine gar nicht so hochgetreten. Ich muss einfach aufrechter sitzen, damit dieser Hüftwinkel überhaupt funktioniert bei mir. Und das ist eigentlich so, dass, so ein bisschen Inside-Talk, wie wir uns hier überlegen, machen wir das, machen wir das nicht und wir machen es uns nicht leicht, weil, was nützt es zwei, also nur den Preis als Unterscheidungsargument zu nehmen, ist eigentlich Quatsch. Das muss am Ende genau passen und natürlich bewegen wir uns in einem Segment, was immer ein bisschen hochpreisiger ist. Also wir haben nicht das 1.000-Euro-Rad im Sortiment oder so gut wie nicht. Auf Anfrage kann man das vielleicht mal machen, aber da können wir halt nicht mitstinken. Für ein 1.000-Euro-Rad musst du halt auch 1.000-Räder verkaufen, damit du einen vernünftigen Einnahmen hast. Das kriegen wir mit unserem kleinen Team so halt nicht hin. Ja, wir machen auch einfach das, worauf wir Lust haben. Und also wenn es da draußen irgendwie dann 1.000-Euro-Räder gibt, die uns gut gefallen, dann machen wir das vielleicht, ne? Aber es ist halt eine richtig coole Nische mit Arc 8 jetzt, also zumindest mit dem Aero schon mal, wo wir sagen, ey, das ist halt, das passt gut rein einfach. Genau. Und das ist eine sympathische Marke, ist eine coole Geschichte, Story dahinter und so weiter. Nette Ansprechpartner. Und ja, auch Nachhaltigkeit ist da übrigens ein Thema in der Firma, was ich auch super cool finde. Also ich habe so ein bisschen auf der Website auch schon rumgeguckt am Anfang und eigenen Nachhaltigkeitsbeauftragten in der Firma, was für so eine kleine Firma auch krass ist, muss man sagen. Und ja, wird auch immer wieder drüber gesprochen, so Carbon-Rahmen und so weiter und Transportwege und all so eine Geschichten. Das ist schon cool, dass man sich da auch als kleine Firma, wo man das rechtlicher noch nicht mal unbedingt machen muss, dass man da schon sehr viel Wert auch drauf legt, ne? Auf Nachhaltigkeit. Ja, wir haben jetzt eins hier in einer Custom-Farbe, so goldschimmernd, auch schon sehr cool in meiner Größe. Ja. Das wird jetzt demnächst mal, ich habe richtig Bock damit jetzt durch die Gegend, aber ich wollte es jetzt noch einmal sauber lassen, damit ich noch mit der Kamera rüber huschen kann, dass es sauber ist. Dann wird das ausgiebig nochmal gefahren, dann zeigen wir euch auch das nochmal im Video. Ansonsten könnt ihr natürlich wie immer gerne hier vorbeikommen, Termin machen, wie auch immer. Ja. Und wir freuen uns drauf, sind gespannt. Also das ist ja immer so ein Lotteriespiel, kauft das überhaupt einer oder nicht, aber wir sind da ganz zuversichtlich, dass wir da nochmal, ja weiß ich nicht, das könnt ihr ja gerne mal vielleicht, also ich glaube, also ich sehe auch, kennen einige, die das fahren schon. Wir haben auch das Rennrad mit im Sortiment natürlich, das ist auch ein spannendes Rad. Sehr spannend. Ja, und guckt euch das definitiv an und wenn ihr so ein Mountainbike haben wollt, dann ist das auch kein Ding der Unmöglichkeit, ne? Ja, das ist ja, da sind wir auch da, wir können ja ganz offen reden hier, so viele hören ja nicht zu. Da sind wir ja auch wirklich am überlegen, ob wir eins in Showroom mal reinstellen und mit anbieten wollen oder nicht, weil wir natürlich, das muss man ja auch sagen, Mountainbike-mäßig, sind wir nicht die Experten. Genau. Also das ist ja ganz klar, zumindest noch nicht. Es kann ja, was nicht ist, kann ja noch kommen, aber dafür sitzen wir ja halt auch in Hannover und hier in Hannover gibt es einen Mountainbike-Experten, wo wir auch viele Leute hinschicken, die einen Mountainbike haben wollen, weil wir einfach das selber nicht 100% beraten können oder zumindest noch nicht die Erfahrung haben, aber wir sind jetzt zumindest beide schon hier im Überlegen, ob wir uns nicht mal ein bisschen Erfahrung sammeln wollen und dann, wenn wir uns dann damit auskennen, dann gäbe es auch die Option zu sagen, komm, wir stellen hier mal ein Mountainbike ins Showroom und beraten das mit, aber momentan würden wir uns das halt noch nicht zu 100% zutrauen und das ist auch immer eine Entscheidung, wo man sagt, okay, sicherlich, wenn jetzt der gebildete Kunde kommt und sagt, er möchte ein Mountainbike haben bei uns, kriegen wir das, das kriegen wir werkstattmäßig und auch alles gepflegt und können die Dämpfer pflegen und warten und so weiter. Genau, das kann man ja auch immer einschicken, also wir machen keinen Dämpfer-Service und auch Fahrwerkseinstellungen und sowas, Abstimmungen, da haben wir keine Expertise so richtig. Also das ist uns einfach super wichtig und da haben wir auch schon im Werkstatt-Video, ne Quatsch, Werkstatt-Podcast letztes Mal drüber geredet, jeder sucht sich so seine Nische und dann ist das sozusagen die letzte Nische auch für die meisten hier, wo man sich noch nicht so richtig mit beschäftigt hat und ja, wir wollen halt einfach richtig gut sein in dem, was wir machen und deswegen, wir brechen das jetzt nicht übers Knie, aber ihr könnt schon mal euch freuen, irgendwie Interesse ist da bei uns, also auch bei ein paar Kollegen. Olaf hat sich auch ein Hardtail aufgebaut vor ein paar Monaten und irgendwie ist das Thema Mountainbike und das beißt sich ja auch teilweise mit dem Gravelrad vielleicht, also kommt immer auf den Einsatzzweck an, aber ich, also beide Räder haben ihre Berechtigung irgendwie, ne? Ja, wir sind, wie gesagt, wenn, wenn wir das anbieten wollen, hier wirklich als, also wie gesagt, wir bieten es an, jemand, der weiß, was er braucht, das ist ja immer easy und deren Händler sucht es immer nett, also das ist ja gar kein Problem, nur unser Ansatz ist ja der, es kommt jemand, der nicht weiß, was er braucht. Ja. Ja, und der, und der dann fragt, ja, brauche ich so und so viel Federweg, brauche ich so und so viel Federweg und wenn wir dann nicht 100 Prozent das abbilden können und beraten können, warum sollen wir es dann anbieten? Das, unser Anspruch, und beim Gravelbike können wir das halt. Wir können genau sagen, ja, das ist was für dich und das ist nichts für dich und bis hin dazu ist das Gravelbike überhaupt was für dich, ne? Oder musst du nicht doch lieber ein Rennrad haben? Oder eben geh zu deinem Mountainbike-Händler, weil Gravelbike, da wo du fahren willst, ist vielleicht doof. Das ist schon, schon ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, den wir machen. Was man, was ich noch erwähnenswert finde, ist, dass du, äh, trotz dieser Sportlichkeit, trotz dieses Race-Charakters 50 Millimeter Reifen reinkriegst, zumindest wenn du nicht eine Zweifachschaltung einbaust. Genau, und in 28 Zoll. In 28 Zoll, ja. Das sei auch nochmal dazu gesagt, genau, 650B ist gar nicht dafür ausgelegter Rahmen. Ja. Kriegt man aber rein, glaube ich, ne? Ja, macht keinen Sinn, ne? Also, es gab früher auch schon viele Räder, da hast du natürlich, 650B ist kleiner als 28 Zoll, ne? Kriegst du immer rein. Nur von der Reifenbreite sollte es ja irgendwie dann interessanter werden. Also manche Rahmen sind eben zum Beispiel so wie bei Open, sind dafür ausgelegt, wenn du 650B montierst, dann kannst du auch noch dickere Reifen fahren als bei 28 Zoll. Bei dem Rad wäre es jetzt so, warum, ja, warum sollte ich, ich weiß nicht mal, was an Reifenbreite dann im Prinzip reingehen würde, bei einem Arc 8. Kann sein, dass es auch noch 50 sind oder weniger sogar. Im schlimmsten Fall weniger sogar. Weil jetzt sich das verjüngt hinten vielleicht sogar, ne? Ja. Und ja, gut, das kann irgendwie fahrmäßig, also ich denke mal, es wird wenig interessant. Glaube ich auch, ja. Wenn ich 50 Millimeter fahren will, dann mache ich das auf 28 Zoll. Also es kommt natürlich darauf an, was will ich damit fahren. Aber wenn ihr jetzt Downhill-Single-Trails fahren wollt und ihr sagt, ich spare mir das Mountainbike, ich will aber damit alle Trails knallen, dann, ja, dann ist das nicht euer Rad, so. Ja, ja, ja. Das ist einfach so. Warum sollte ich da so ein sportives Rad für kaufen? Das ist einfach Quatsch, ne? Ja. Ja, deswegen. Aber 50 Millimeter gehen rein. Wie gesagt, solange man so eine Zweifachschaltung hat, ein bisschen weniger. Wegen des Umwerfers, der natürlich sonst an den Reifen schleift. Und das finde ich schon bemerkenswert, ne? Dass man da so eine Reifenbreite auch in so ein sportives Rad reinkriegt. Ja. Also, coole Sache. Guckt euch das an. Ich weiß nicht, ob mit Veröffentlichung dieses Videos das bei uns auf der Webseite schon sichtbar ist, weil wir jetzt natürlich nach und nach das auf der Webseite erst sichtbar machen. Aber im Showroom ist es schon. Und ja, der Podcast ist ja auch da, um schon mal ein bisschen anzuteasern. Auf jeden Fall könnt ihr auf der ARC-8-Webseite euch das ja schon mal angucken, was es da gibt. Und dann haben wir jetzt zum Thema Wachsen das Video fertig geschnitten. Das kommt jetzt am Sonntag. Genau. Und da bin ich mal gespannt, weil wir da sehr, sehr offen zeigen, wie wir das Ganze gemacht haben oder sehr offen erzählen, wie unsere ersten Fehler, die passiert sind. Da lernt man sicherlich vielleicht auch draus. Und nach wie vor natürlich sind wir begeistert vom Cyclo-Wax-System. Ja. Habe ich jetzt auch Feedback. Wir haben natürlich jetzt auch mittlerweile über unseren Podcast und über Instagram natürlich auch, kriege ich teilweise persönliches Feedback, wo Leute dann schreiben, ja, geil, hat gut funktioniert. Und das sind so die tricky Sachen, was man auch sicherlich nochmal, vielleicht auch nochmal hier die Gunst der Stunde nutzen muss, wenn ihr das erste Mal mit Wachs fahrt. Und ihr das noch nicht wisst, dass ja die Kette erstmal relativ sperrig und steif ist. Das Wachs ist ja nicht, die Kette kommt ja sozusagen aus dem Wachs raus, trocknet und dann ist das wie so eine Kerze erstmal alles total steif. Da kann man so ein bisschen, bevor man die Kette einfädelt, das über so ein, ja, über so ein Besenstiel oder so, die Kette einfach schon mal ein bisschen versuchen, das Wachs zu brechen, nennt sich das Ganze. Genau, enger Winkel, einfach drum ziehen. Genau, ein bisschen drum ziehen, aber dann ist die immer noch nicht geschmeidig. Und da gibt es wirklich so nochmal für euch, ganz wichtig, wenn ihr das erste Mal das gemacht habt, ihr fahrt los und denkt, ach du Scheiße, die Kette ist ja richtig laut und irgendwas schleift hinten an meiner Schaltung. Schaltet nicht mehr gut. Irgendwie die Schaltung ist schlecht eingeschaltet. Wir hatten einen Kunden, dem ist die Kette vorne vom Einfachkettenblatt runtergefallen, als er losgefahren ist und hat sich auch gewundert. Da war aber wahrscheinlich das Problem, auch das muss man beachten, wenn man SRAM fährt. Narrow-Wide. Narrow-Wide ist der Fachbegriff. Ich meine, das ist so, dass nur jedes zweite Glied passt, wie auch immer. Wie nennt man das? Also du hast... Ja, du hast ja die, also bei der Kette hast du ja, also so Laschen und manche liegen außen und manche liegen dann natürlich weiter innen. Also jedes zweite. Narrow-Wide, jetzt verstehe ich das. Also weit und eng. Genau. Ja, ja, ja. Und das Kettenblatt ist halt genauso geformt, dass das da reinpasst. Die Problematik ist natürlich, wenn ihr diese gewachste Kette habt und in den Zwischenräumen von der Kette, da ist Wachs drin, dann kann es auch schon mal passieren, dass man da beim Drauflegen bei der Kette, also so oder so, ob ihr jetzt richtig seid oder nicht, geht das ein bisschen schwerer drauf erstmal als vorher. Und genau, da müsst ihr drauf achten, dass es wirklich an der richtigen Stelle auf eurem Kettenblatt natürlich liegt. Also dass die schmale Stelle der Kette, da wo innen liegen die beiden Glieder sind, auf den schmalen Zahn gehen. Genau. Das ist tatsächlich was, was mir gar nicht so bewusst war. Ich dachte, die passt immer. Also die fällt ja normalerweise deshalb glaube ich ja auch nicht so leicht runter, weil das so ist. Bei SRAM weiß gar nicht, ob das bei Shimano auch irgendwie gibt. Wahrscheinlich nicht. Ja, also ist im Mountainbike ganz, ganz verbreitet und genau, auch bei den meisten Gravel-Gruppen ist das mittlerweile so dann. Nee, deswegen. Also es rattert erstmal und man fährt erstmal los. Selbst auch nach einer Regenfahrt war es bei mir so, dass es erstmal ein bisschen sich komisch angehört hat und dann ging es wieder nach einer Zeit. Ist ein 45-Minuten-Video, aber ich glaube sehr unterhaltsam, sehr detailreich, aber auch nicht zu detailreich. Also könnt ihr euch, ja, warten auch viele drauf, die gesagt haben, ich mache erstmal noch nichts. Und ja, dann ist in Planung, mein Bromben steht hier schon, außerhalb des Bildes. Habe ich auch einen Kontakt gehabt über Instagram, der mir geschrieben hat, weil ich das schon mal erwähnt hatte, dass ja das Bromben prädestiniert ist zum Wachsen eigentlich. Und dann war man sich so ein bisschen unsicher, weil du ja auch diese Plastikröllchen hast und diese ganz, diesen komischen Kettenspanner da hinten und so weiter. Und der hat das aber schon gemacht. Er hat sein ganzes Ding auseinandergenommen und hat auch, glaube ich, so wie ich die P-Line, die mit der Viergangsschaltung hinten, wo keine Namenschaltung ist, sondern vier Gänge hinten. Hat die einzelnen Ritzel entfettet und so weiter. Das ist jetzt so im Plan. Ja, vielleicht schaffe ich das morgen schon, mich da mal ranzumachen. Wobei, meinst du, ich kriege das alleine hin? Ist das einfach? Also ich habe ja tatsächlich, glaube ich, beim Bromben noch nie das Hinterrad rausgenommen und habe schon gesehen, dass es da zumindest irgendwie so eine Schiene gibt, wo ich es weiter nach vorne, weiter nach hinten schieben kann. Da habe ich ja schon ein bisschen Angst vor, dass ich das hinterher alles wieder so eingestellt kriege, wie es vorher war, auch mit der Schaltung und so. Ich glaube, das erste Mal ist mit ein bisschen Hilfe einfacher. Also alleine, wo man darauf achten muss, weil diesen Kettenspanner, äußerlich sieht das aus wie die Mutter einfach zum Festziehen, aber es ist eigentlich nur, die erste Mutter auf der rechten Seite ist eigentlich nur dafür da, um den, ähm, um den Kettenspanner zu halten. Ja. Und wenn du die dann abschraubst, dann ist es schon so, dass dieser Kettenspanner da so leicht runterfluppt und sich dann so verdreht und so und, also ja. Und dann muss ich schwer in Worte zu fassen. Ja, ich glaube, das erste Mal sollte man es schon, also, ich glaube, ein Video wäre ganz gut allgemein und, äh, dass Leute, die dann irgendwie auch einen Brompen haben und jetzt sagen, ich will auch meine Kette wachsen, äh, dass es dann irgendwie ein bisschen einfacher geht. Also so ein paar Tricks gibt es auf jeden Fall und ich kann euch auch sagen, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, dann wird das, äh, einfach. Aber die ersten Male sind halt irgendwie schon anders, ne? Ja. Hier ist, die Kette habe ich hier schon liegen. Mhm. 106. Die haben bei Brompen, und das werden wir jetzt natürlich nach und nach wahrscheinlich dann auch bei uns im Shop listen, die haben bei Brompen für jede Schaltung eine eigene Kette mit entsprechenden Links schon. Mhm. Also man könnte, glaube ich, auch, ich meine, es ist eine SRAM-Siebenfach-Kette, wenn ich es richtig erinnere. Zumindest habe ich dafür jetzt die Kettenschlösser gekauft, sieben- bis neunfach Kettenschlösser, irgendwie sowas. Ja. Und, ähm, kann man wahrscheinlich auch bei SRAM kaufen. Ich habe jetzt die originale Brompen genommen und dann schon, muss man genau gucken, ja, welche Schaltung fährt man und dann hat man die 106 Liter und so weiter und die ist natürlich schön, schön schon vorgewacht, also vorgeölt hier, wie, wie es halt immer so ist. Ich wollte gerade sagen, die konntest du noch nicht so fertig kaufen wahrscheinlich. Die sah, ich, die sah so beweglich aus, habe ich in der Packung gedacht, geil, das wäre ja geil, wenn die nicht, wenn die nicht vorgefettet wären. Dann habe ich das Kettenschloss rausgenommen und das war auch so schön trocken und dann war, ja. Und ich glaube, dass beim Brompen, das ist, das ist ja zumindest in meinem Fall, ist das ja so, da fahre ich ja vielleicht 300 Kilometer im halben Jahr mit oder im Vierteljahr vielleicht, ne. Das heißt, da ist ja auch nicht so oft, dass man da nachwachsen muss, muss man mal gucken, wie das Einfädeln dann ist mit diesen Röllchen und so, das geht ja doch schon so ein bisschen um die Ecken. Aber wie gesagt, einer... Die Röllchen sind ja am Kettenspanner dran, das heißt, die sind ab. Also eigentlich ist es dann auch gar nicht so krass, das zu tauschen. Also nur dieses Einfädeln von den Röllchen. Ja, ja. Also ich bin gespannt und wie gesagt, einer unserer Hörer hat es schon gemacht und mir geschrieben, das macht mich bestimmt nicht zuversichtlich, dass das der richtige Weg ist und gerade da, obwohl ja Brompen den Riesenvorteil hat, dass beim zusammengeklappten Fahrrad die Kette in der Mitte liegt, aber es ist halt das Rad, was du immer in die Hand nimmst, wo du dich mal vergreifst oder was auch immer, was du vielleicht mal eine Treppe unzusamm... also eben nicht zusammengeklappt die Treppe hoch trägst und dann jetzt kannst du es halt auch in die linke Hand nehmen auf der Kettenseite, weil deine Hose wird halt nicht schmutzig. Also es ist ein Ding, ich wollte das Video alleine drehen, aber ich glaube, ich rufe dich dann morgen, wenn ich da an der Schrauberei bin. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Idee und ich habe auch schon von vielen Leuten hier gehört, die das machen wollen. Ja. Macht ja auch nur Sinn, dann gleich alles umzustellen, ne? Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Genau. Ja, wo die Grenze wohl sein soll, sind irgendwelche E-Bikes, ne? Also am Lastenrad oder so, das ist dann wohl zu viel Belastung, wo man sagt, da müsste man zu oft nachwachsen, wo es dann schneller Geräusche machen könnte. Gut, ja. Gut, dann kleiner Tipp noch, das Katz... auch hier passend zum Thema im Hintergrund. Das ist eines der schönsten Videos, die ihr gemacht habt hier, Matze und du. Oh, schön, danke. Also schönes Dream-Bild-Video mit vielen Zeitlupen, wo ihr das, wo du das Katzrot aufbaust. Und wir haben jetzt mal einen neuen Upload-Termin dienstags morgens um sechs probiert. Die Mitternacht war es doch sogar. Ja, Entschuldigung, ja, um null, ja. Dienstags nachts um Mitternacht ist das Video live gegangen, weil was auch immer da schief gegangen ist. Heute Morgen waren aber 600 Klicks drauf um sieben Uhr. Das war super. Dann war doch alles richtig. Jetzt überlegen wir, ob das vielleicht gar nicht doof ist, dienstags morgens das Video anstatt nachmittags zu posten. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, wann ihr so Videos guckt am liebsten. Also guckt ihr echt vor der Arbeit auch noch Videos und so? Ja, oder während der Arbeit wahrscheinlich. Wahrscheinlich perfekt. So wie wir alle hier. Ja, ja, genau. Herzlichen Glückwunsch. Nee, also das ist ein schönes Ding. Deswegen das hier nochmal als kleiner Tipp. Ist auch ein cooles Rad geworden. Was habt ihr euch dabei gedacht? Richtig cool, ne? Ja, Grüße gehen raus an den Kunden. Nee, hat richtig Spaß gemacht. Also es war eine spontane Beratung hier und ich bin im Thema Salsa irgendwie hier ja ziemlich weit drin und mir gefällt es auch. Und genau, dann habe ich die Beratung auch übernommen vom Kunden. Und das soll halt eine richtige Bikepacking-Maschine werden. Und also ist es ja auch geworden. Schade, der Abholtermin war irgendwie eine Woche später und da sind nochmal viel mehr Apidura-Taschen überall rangekommen. Auch eine Arschakete und so und Gepäckträger optional sozusagen kann man auch abnehmen. Ja. Und ja, also ich finde, es ist echt ein richtig cooles Fahrrad geworden. Ja. Geil. Und wir wollen jetzt auch in Zukunft, also wir haben ja immer mal coole Räder, was heißt, also wir haben eigentlich nur coole Räder hier. Ja, ja, ja. Für uns ist es natürlich so ein paar Besonderheiten, wenn man das jeden Tag sieht, dass da ist dann irgendwie die Farbe oder so, das ist dann mal wieder was anderes und der Rest wird dann so langsam immer mal entzaubert. Aber wir planen auf jeden Fall auch mehr von so Dream Builds nochmal zu machen. Ja, sehr aufwendiges Ding. Also es ist auch schön mit den Geräuschen und so kann man sich mal angucken. Ja. Genau, macht glaube ich Spaß. Kleiner Lob hier über diesen Wege. Matze sage ich das nicht persönlich. Entweder den Podcast oder er kriegt es nicht mit, dass ich das Video cool fand. Na gut. Sein Problem. Gut, dann kommen wir mal zum Thema Zwift und danach dann zu dem Video, was ich am Wochenende veröffentlicht habe, wo es ums Enduko-Training geht, wo ich nochmal in die Tiefe reingehe. Also ihr habt jetzt momentan, picke ich jetzt mal hier schon mal vorab, die Andres-Morgen-Routine. Der, an der ich noch nicht teilnehme, aber zumindest morgens um 7 Uhr kriegst du einen Daumen hoch von mir auf Zwift. Ein Ride-On, genau. Das motiviert mich auch immer sehr, sehr doll, muss ich sagen. Ich sehe auch immer, wann du genau aufstehst, einfach wegen dem Ride-On. Richtig schön. Also du, ich stehe ja manchmal, ich versuche ja nicht zuerst das Handy in die Hand zu nehmen. Aber wenn ich es in die Hand zu nehmen nehme, dann ist halt, da du bei Zwift als Favorit markiert bist, steht halt André Werk zwiftet jetzt. Und dann braucht man da ja nur drauf zu klicken, dann komme ich da hin und gebe dir den Daumen. Ja, richtig cool. Und wie gesagt, das kann auch mal sein, dass ich, also ich versuche ja so lange wie möglich nicht aufs Handy zu gucken. Aber halte ich auch nicht lange durch. Ja, aber also wir haben ja in den letzten Wochen auch so ein bisschen über Schlafgewohnheiten und so gesprochen. Und dann, also wir wissen ja irgendwie, wann wir ungefähr aufstehen so. Und es ist schon witzig. Genau, wir haben ja auch irgendwie am Anfang des Jahres schon über so gute oder schlechte Vorsätze oder gar keine Vorsätze geredet. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich genau gesagt habe. Ich wollte regelmäßiger fahren, glaube ich. Das habe ich gesagt. Und irgendwie hat es mich vollgepackt. Und ich habe dann gedacht, okay, die Zeit, wo ich einfach immer fahren kann, wo ich nie was vorhabe oder so oder nie irgendwas dazwischen kommen kann eigentlich, ist halt morgens. Und es nervt halt total, eher aufzustehen. Aber ich habe mich auch relativ schnell daran gewöhnt. Und meine Motivation war vor allem auch hoch genug. Wie ist denn dein Schlafrhythmus? Normal? Acht oder war das schon immer so richtig? Wann ich aufstehe? Ja. 7.30 Uhr. Also zur Arbeit ist es eigentlich immer so um 7.30 Uhr irgendwie. Und um, ja, ich brauche dann eigentlich auch nicht. Jetzt stehst du eine Stunde eher auf. Genau, ja. So 6.30 Uhr stehe ich jetzt auf und habe dann sozusagen, also die Runde, die ich dann gefahren bin, 6.30 Uhr aufgestanden. Um 6.40 Uhr war ich dann auf der Rolle. Also echt nur meine Sachen angezogen und Kaffeemaschine angestellt und dann direkt auf die Rolle. Also einen Schluck Wasser habe ich noch vorher getrunken und mich einmal kurz ans Fenster gestellt und einmal tief eingeatmet. Aber dann direkt drauf. Und dann war es für mich so, okay, 50 Minuten schaffe ich, um danach dann noch eine Viertelstunde irgendwie so Bodenübungen zu machen und dann duschen zu gehen und so. Und dann klappt das alles mit der Arbeit auch. Du machst noch Bodenübungen jeden Morgen. Ja, so Sit-Ups und Kniebeugen und so ein Kram. Ach, krass. Krass. Das habe ich noch nicht gewusst. Ja. Kannst du mal sehen. Hast du auch immer gemacht oder ist das jetzt auch eine Morgenroutine? Ja, habe ich früher immer gemacht. Und dann letztes Jahr war bei mir einfach so, hm. Ja, ja. Ah, ja. Nee, aber genau. Das habe ich auch in meine Morgenroutine fest mit eingebunden. So, es gibt, naja, kommen wir jetzt gleich drauf. Auf jeden Fall ist meine Routine sozusagen dann immer so gewesen. 6.40, 50 Minuten auf Zwift. Und irgendwann war es so, ein Freund von mir, Eugene, Grüße gehen auch daraus. Ich weiß nicht, ob er einen Podcast hört. Ich glaube nicht. Aber der meinte dann irgendwann so, ey, ich habe gesehen, du fährst halt morgens immer Fahrrad. Ich mache das auch. Wollen wir das nicht zusammen machen? Und der hat gar kein Zwift benutzt, sondern, ich glaube, Wahoo System, System X heißt das? Oder nur System? Ja, oder es, ja, Wahoo X, System, ich weiß es gar nicht. Ja, irgendwie sowas. X ist doch das jetzt mit dem Vögelchen früher und so. Wo man Kurznachrichten postet als Politiker. Ach so. Naja, auf jeden Fall meinte der, egal, ich melde mich jetzt bei Zwift an, ich bezahle dafür, lass doch zusammenfahren. Und dann war es irgendwie richtig cool, morgens nicht mehr alleine zu fahren. Und dann habe ich irgendwie bei Instagram so ein paar, also ein paar Storys gemacht. Und dann sind irgendwie immer mehr Leute dazu gekommen und hatte dann so private Meetups eigentlich erstellt. Das war irgendwie der einfachste Weg. Ist aber auch blöd, weil dann meldet sich irgendwer und du hast es für eine ganze Woche geplant und dann meldet sich wer. Und ja, ich würde gerne an dem Donnerstag mitfahren und musste den für die Donnerstags mieten. Ja, muss sagen, so haben wir ja angefangen mit unseren Zwift Events. Ja. 100 Leute per Plus durch die ganze Liste. Das heißt, ich glaube, die mussten sich bei uns im Google-Formular eintragen, ob sie mitfahren wollen. Und dann bin ich das Google-Formular alphabetisch oder nach der Reihenfolge, wie auch immer, durchgegangen und habe dann die Leute manuell. Und bei 100 war dann auch Schluss. Ja. War ich froh, als es dann die Events gab, die wir ja zunächst über Zwift geplant hatten, als die noch Mitarbeiter hatten. Und jetzt ist es ja so, und das hast du jetzt ja auch gemacht, dass man ja einen eigenen Club gründen kann und da Events anlegen kann und auch diesen Event-Link öffentlich machen kann, theoretisch. Und dann kann man sich da selber anmelden, weil ich weiß, auch einige Hörer und Hörerinnen fahren jetzt mit, ne? Genau. Zumindest die, die bei Instagram irgendwie dich da gefunden haben. Ja, voll. Ich hatte es auch im Vereinsforum, hatte ich es auch gepostet. Ja. Also Erlebnis statt Ergebnis. Kann auch sein, dass da ein paar draus kommen. Ja. Ja, ich glaube, in dem Club sind jetzt 14 Leute. Also herzlich willkommen, wenn ihr Lust habt, da mitzufahren. Der Club heißt Ride Before Coffee. Genau, 6.40 Uhr von Montags bis Freitags ist eigentlich die Veranstaltung immer 50 Minuten flach oder relativ flach. Ich weiß nicht, vielleicht ändert sich das auch nochmal. Aber Eugene hat, glaube ich, eine falsche Kassette auf seinem Kicker und deswegen habe ich für ihn jetzt die Routen immer flach geplant, damit er nicht schalten muss. Ja, und genau, es ist irgendwie voll nett. Meine Motivation war am Anfang mega gut. Also ich hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber es ist mega cool zu sehen, dass das dann halt auch andere motiviert. Und man sieht, okay, geil, wir sind irgendwie 7, 8 Leute auf einmal um 6.40 Uhr morgens in der Woche. Und jeden Tag ist es eigentlich so, manchmal schreibe ich es, manchmal irgendwer anders, so, ja, ich wäre heute eigentlich liegen geblieben, wenn das nicht gewesen wäre. Und das ist schon geil. Das glaube ich. Und du als Initiator, du musst ja dann Gewehr bei Fuß stehen, in Anführungsstrichen. Ja, wobei ich jetzt schon, also ich habe jetzt für diese Woche komplett geplant. Ich habe es jetzt immer so vor, eigentlich irgendwie am Wochenende mache ich dann die nächste Woche die Veranstaltung dafür. Das ist übrigens auch eine Sache. Meetup konnte man am Tag nur drei erstellen. Also wenn ich mal an einem Tag irgendwie für die ganze Woche, das ging gar nicht. Ach so, okay. Genau, bei den Events ist das ein bisschen cooler. Wir haben eingestellt, alle bleiben zusammen. Das bedeutet, also ich weiß nicht, ich glaube, das Gummiband ist nochmal was anderes eigentlich. Da kann man frei fahren, aber man kann halt nicht zu weit weg fahren. Wir bleiben alle zusammen. Das bedeutet, wenn da jemand nicht so viel was tritt wie ihr, dann seid ihr auch nicht so schnell im Spiel. Aber ihr könnt, der Vorteil ist, ihr könnt so viel treten, wie ihr wollt und trotzdem bleiben alle zusammen. Und da fahre ich demnächst mal mit und fahre mal so in Zeitlupe und ihr fahrt alle nur 10 kmh. Ja, ich bin tatsächlich nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist nicht das Einzige, was uns langsam macht, weil heute habe ich so ein bisschen drauf geachtet. Und wir haben auch einen dabei, der eine Knie-OP hatte. Das heißt, der fängt jetzt sowieso erst mit dem Training wieder an und drückt natürlich keine 3, 4 Watt pro Kilo dann irgendwie auf sein Fahrrad. Was ja auch super cool ist, weil wir können alle zusammen fahren, auch wenn einer irgendwie Schmerzen hat oder irgendwie gerade anfängt mit dem Fahren. Oder einer ist dabei, der halt irgendwie viel zu schnell ist für alle anderen. Ich finde es irgendwie eine coole Lösung, so zusammen zu bleiben. Ich weiß nicht, ob das für immer so bleiben wird, aber jetzt auf jeden Fall erst mal, glaube ich, schon. Ja. Ja, ist doch cool. Das ist ja am Ende so, dass es ja auch am Ende egal ist. Es ist auch egal. Ihr wollt 50 Minuten trainieren, ob da bei 12 und 20 oder 30 Kilometer stehen. Genau, es sieht halt schöner auf Strava aus, so wenn du da, also, achso, das wollte ich noch sagen. Ich weiß nicht, ob das das Einzige ist, weil wir haben nämlich bei den Meetups sind wir ja auch schon mit Leuten gefahren, die dann nicht so schnell waren. Und wir waren, ich meine, ihr kennt das von Zwift, ihr müsst eigentlich nur rollen lassen, ihr habt einen 30er Schnitt. Das ist eigentlich so, ne? Ich bin, glaube ich, bei Zwift noch nie, außer es war irgendwie eine Bergroute, nur unter einem 30er Schnitt gefahren, auch wenn ich super entspannt gerollt bin. Und hier war es jetzt so, wir haben halt, also die meisten von uns haben heute irgendwie morgen schon irgendwie ein bisschen reingedrückt und ich habe da oft 3, 4 Watt pro Kilo gesehen und wir hatten einen 27er Schnitt. Ist aber ja eigentlich viel realistischer. Ist viel realistischer, genau. Habe ich dann auch reingeschrieben in den Chat. Eigentlich ist es sogar cool, es ist halt, ja, da muss man sich natürlich ein bisschen loslösen davon, dass da Leute reingucken und denken, hä, warum fahrt ihr denn nur einen 27er Schnitt bei Zwift so? Da fahre ich ja 35 normalerweise. Ja, scheiß drauf. Genau, das muss man einfach runterstucken, ist auch alles gut. Aber wie gesagt, also in den Events ist es auch so, auch wenn du jetzt eine bekannte Strecke fährst in Watopia, ist es irgendwie trotzdem so, dass du andere Leute nicht siehst. Also du fährst da sozusagen in deiner Gruppe ganz allein, so ist es bei uns jetzt auf jeden Fall. Ja, bei Meetups, glaube ich, siehst du den Rest ja auch. Genau, da siehst du alle. Und ich weiß nicht, wie es ist mit Windschatten profitieren und so. Und letztendlich, auch wenn du, ja, auf der Strecke, wenn du überall Leute hast, auch wenn du nicht dranbleiben kannst, du profitierst ja ständig vom Windschatten von den ganzen, von den 5000 Menschen, die da fahren. Und kann sein, dass das vielleicht auch alleine der Grund dafür ist, dass du gar keine anderen Leute hast, wobei die Gruppe an sich ja auch Windschatten geben müsste eigentlich. Gibt es nicht im Club auch die Option zu sagen, andere einblenden, andere ausblenden, dass das unter erweiterte Einstellung oder so? Habe ich nicht gesehen. Aber vielleicht experimentiere ich da nochmal so ein bisschen. Aber eigentlich auch ganz schön, so bei unseren, wir Dings machen wir es ja auch, dass wir alleine fahren bei unseren Events. Was machst du denn jetzt, wenn bei uns ein Event ist? Fährst du denn morgens trotzdem? Meine, ja, also meine Idee ist ja. Okay. Weil für mich ist irgendwie klar, morgens ist eigentlich Grundlage bei mir. Ich habe es auch schon mal gemacht, also als die anderen noch nicht dabei waren, da bin ich auch mal irgendwie auf den Donnerstag dann Intervalle gefahren, zum Beispiel morgens. Aber das muss ich auch sagen, die Zeit, da fällt mir das schon meistens noch ein bisschen schwerer. Also man kommt ja immer irgendwie rein, nach einer Viertelstunde kann man dann auch irgendwie ein bisschen mehr Kraft auf die Pedale geben. Aber es gibt auch manche Tage, da bist du morgens echt so die Augen noch nicht richtig offen. Und du isst ja auch nichts, ne? Ja, das ist, genau. Ich würde mir ja mindestens so ein Geh reinschieben. Aber ich habe auch nie Hunger. Also ich komme auch nicht in die Nähe vom Hungerast oder irgendwie sowas. Und ich frühstücke eigentlich auch immer super spät. Ja, wenn das passt, ist ja gut. Wie lange die Glykogenspeicher voll sind vom Tag vorher, ist ja auch gut. Anscheinend, ja. Abends nochmal schön eine Tüte Schokobongs reingehauen. Auch geil. Ja, das ist das Codewort für heute. Das geht nicht anders. Schokobongs. Bonn, wie haben die geschrieben? Bonn, Schokobongs. Bonn, ja. Ja. Auf jeden Fall, was ich mir so gedacht hatte. Also ich habe schon in diesem Club so ein bisschen geschrieben, ob Leute vielleicht Bock hätten, auch irgendwie morgens mal Intervalle zu fahren oder sowas. Aber da holst du natürlich dann nicht alle ab. Und ich denke mir dann auch, wenn einer gerne Donnerstags fahren möchte, aber keine Intervalle, dann ist es irgendwie auch doof. Und deswegen kam halt dieses Video, was du jetzt gemacht hast, über Enduko-Training und so weiter mit verschiedenen Schnittstellen, dies und das. Wie man bei Swift, auch ohne, dass man in Swift irgendwas auswählt, irgendwelche Trainings fahren kann. Das kam halt mega gelegen, das Video. Ja, ja. Du kannst ja Intervalle heimlich fahren. Voll, ja. Es hatte den übelsten Mehrwert für mich. Also es war halt, genau das habe ich jetzt gebraucht. Und das ist ja auch so witzig, weil bei uns in der Videoabteilung ist natürlich so, Matze und ich planen manchmal ein Video. Wir planen manchmal ein Video. Und manchmal ist es so, irgendwer von uns alleine plant halt einfach ein Video. Und das sind natürlich auch geile Überraschungen dann, wenn dann mal sowas kommt einfach. Ich hatte das bei Instagram mal irgendwann nur mal so in so einem Story gezeigt. Ja, guck mal, ich meine, Varou macht hier bei Tour de Zwift die Geschwindigkeit, beziehungsweise die Watt-Leistung steuert. Und dann haben gleich fünf Leute bei Insta zurückgeschrieben, wie geht denn das, wie geht denn das. Gut, ich mache mal schnell ein Video. Und das war ja auch relativ, das ist ja so mein, finde ich ja immer ganz geil zu sagen, okay, ich setze mich morgens hin. Ich mache mal eine Stunde Trainingseinheit mal so nebenbei, während ich das Video drehe. Also ich habe ja dann sozusagen, dann ist ja meine Trainingseinheit Arbeitszeit. Das ist ja eine Überstunde, die ich aufschreiben konnte. Nee, also das war so der Plan, das einfach live zu machen. Und man sieht mich da ja auch hart schwitzen mit den 30-30-Sachen. Die habe ich gar nicht so hart eingeschätzt. 30-30 geht eigentlich immer, ne? Aber so mit Drehen und Kamera halten und sowas. Weil mit Drehen dann auch, ne? Und das war dann, aber war natürlich auch eine schöne Einheit, weil ja auch wirklich Intervalle passiert sind. Und nicht so ein 3-Minuten-VO2-Max-Intervall hätte ich jetzt nicht Bock gehabt zu zeigen. So 30 Sekunden gehen immer noch. Aber auch nur im Kopf eigentlich. Zum Schluss wird es trotzdem immer hart, oder? Ja, die 30-30er, das ist ja auch dieses VU2-Max-Training, was ja dann, glaube ich, auch viel gemacht wird heute. Das ist dann über Enduko geplant, da komme ich dann später nochmal drauf zu. Zurück natürlich. Ist ja das Schöne, also da gibt es ja auch wirklich, dass 30-30 irgendwie über 10, 20 Minuten machen muss. Also 8, 10, 10, 20 Wiederholungen hintereinander habe ich auch schon gesehen bei Enduko. Und das Krasse daran ist, der Erste ist, denkst du, ja, geil, macht ja Bock. Kannst du so wegmachen, ja. Und der Zweite und der Dritte und sonst wie, aber der Zwanzigste. Oder eben jetzt in dem Fall der Achte. Oder beziehungsweise es waren zwei mal vier. Du hast dann einmal statt 30, also du hast immer 30 Sekunden Vollgas, 30 Sekunden Pause, was heißt Vollgas. Also ich meine, das VU2-Max, was müsste das über dem FDP, 30, 40 Prozent über FDP, muss halt die 30 Sekunden treten und dann 30 Sekunden Pause, wieder 30 Sekunden. Also in meinem Fall 400 Watt und dann 20 Sekunden wieder nur 200 Watt und so weiter. Also richtig, richtig hoch gehen. Und wie gesagt, das geht immer für die 30 Sekunden, aber der Vierte oder der Dritte, manchmal war es doch der Dritte und dadurch, dass ich gedreht habe und nicht richtig aufgepasst habe, musste ich auch mal am Ende des Intervalls aufhören zu treten. Und solche Sachen sieht man in dem Video dann auch. Und dann hat ja der Wahoo mich ja wieder anfangen lassen. Also das wäre ja blöd, wenn der 200 Watt auf die Pedale gibt und ich versuche aus 0 auf 200 Watt wieder reinzutreten, sondern der geht dann auf 0 und steigert sich dann langsam auf die 200, sodass ich überhaupt wieder in den Tritt reinkomme. Das ist relativ schlau gelöst. Macht Zift mittlerweile auch so, wenn du aufhörst zu treten. War früher nicht so. Du hast aufzutreten und hattest keine Chance mehr. Also war wirklich dicht das Ding. Naja und deswegen, und die letzten Intervalle sind die harten. Jetzt sind die 8 gehen noch. Wenn ich jetzt ein härteres, also es war eine Woche, wo jetzt nicht, wenn ich glaube ich die Saison weiter voranschreite, dann halt knallt er mir mal 16 von den Dingern rein vielleicht. 2 mal 8 oder sowas. Und dann wird das halt richtig interessant. Haben wir nicht letztens über diese Intervalle, diese 30-30er gesprochen und du hast gesagt, 20 Mal macht man das Ganze? Ja, es kommt drauf an. Weil das habe ich dann nämlich gemacht, nachdem du mir das gesagt hast. Vielleicht nicht beim ersten Mal. Nee, 30 sogar. 30 mal 30 und ich habe 30 Stück und nach 15 habe ich eine Pause gemacht. Da dachte ich mir, ich schaffe nicht nochmal 15. Das geht. Wie hat Ingo das gemacht? Nein, das war falsch. Also ich glaube, es kommt, also mir hat Enduko das mal für draußen eingebaut. Und draußen hast du ja immer die Chance, mal die Beine hängen zu lassen im Gegensatz zum ERG-Modus. Aber ich weiß nicht, es ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, je nach Fitnessgrad, je nach Saison und ich glaube, jetzt im Winter macht er eher weniger und im Sommer dann mal wieder mehr. So genau weiß ich es auch nicht. Die Idee ist, glaube ich, dass du, genau, wenn ich jetzt 30-30er drehe, diese 400 Watt auf vier, acht Mal aufgeteilt, sind ja drei, sind ja vier Minuten 400 Watt, also 130, 140 Prozent FDP, also wirklich schon so, wo die Beine eigentlich sauer werden. Und die Idee dahinter ist, dass du vier Minuten 400 Watt trittst in deiner Trainingsreinheit, die du ohne diese 30-Sekunden-Pause aber nicht treten würdest, weil du spätestens nach einer Minute vom Rad runterkippen würdest. Und sicherlich keinen Bock hast, das nochmal ein zweites Mal zu machen. Genauso ist es bei dem VO2-Max-Training, was Enduko mir anbietet, wo ich dann drei oder vier Minuten 320 Watt treten muss, also vielleicht so 10, 20 Prozent über FDP. Also auch über der Schwelle, das heißt, da, wo es anfängt, wehzutun, ist das auch so getaktet, wo du dann vielleicht, wenn du jetzt viermal drei Minuten hast, hast du zwölf Minuten, die du 320, 330 Watt treten kannst, in meinem Fall. Was ich aber zwölf Minuten nicht geschafft hätte, wenn ich sie am Stück getreten habe. Und das ist, glaube ich, so fürs, was habe ich gerade in so einem Podcast wieder gehört, wo ich gesagt habe, ja, klar, das ist letztendlich der Trick an dem Intervalltraining. Man redet immer darüber und sonst wie, ja, zwölf Minuten, so viel Watt hätte ich sonst halt nicht in einer Stunde treten können. Ja, stimmt. Aber so kriege ich es halt hin, weil ich zwischendurch immer wieder Erholungsphasen habe. Und das ist ja durch diese ganzen modernen Trainingssachen, die man heute weiß, wo man Apps für hat, die einem das vorschlagen, die da auch die genug, also mit Enduko auch genug Regenerationszeit geben und so weiter. Diese 80-20-Regel, das heißt, 80 Prozent deines Trainings ist locker, 20 ein bisschen intensiver, davon wiederum so und so viel Prozent hochintensiv, weil diese VO2-Max-Sachen sind ja hochintensiv. Und dass der Trick dahinter einfach ist, mehr in diesem hochintensiven Bereich fahren zu können, als wenn man das am Stück fahren würde. Das ist wohl dieser Erfolg. Und jetzt, wo Jan Ullrich ja durch sämtliche Podcasts und durch die Medien durchgereicht wurde, der immer sagt, ja krass, wir haben das früher gar nicht gemacht. Wir sind halt aufs Rad gefahren, sind acht Stunden Rad gefahren. Viel hilft viel. Und dann diese Intervall-Trainings, die heute gemacht werden und sonst wie. Und dass wir als Privatpersonen so davon, also das ist so das Beispiel in so einem Podcast, den ich gerade gehört habe, wo es um Training ging, auch ein amerikanisches Ding, was ich da gehört habe, wo der das mit der Formel 1 verglichen hat. Wir in der Formel 1 wird am Limit Auto gefahren. Da haben die Knöpfe am Lenkrad und hier noch Technologie und sonst wie, um möglichst schnell zu fahren. Und dann geht dieses alles, was so gelernt wird, geht runter, bis irgendwann in dem kleinen Wagen die Servolenkung drin ist und vielleicht noch irgendein Differenzialsperrer, ein besseres Fahrwerk und man kommt schneller um die Kurven oder sicherer um die Kurven und so weiter. Und genauso ist es jetzt ja beim Training und beim Sport passiert, dass ja von in der heutigen Zeit, und das war, glaube ich, früher nicht so, zumindest nicht so in dem Maße wie heute, weil wir auch nicht diese ganzen Daten und diese ganze Datensammlung dahinter haben. Viele reden ja immer von KI, am Ende sind das Datenbanken voll mit Daten, die analysiert werden können und wo wir einen Pool an wissenschaftlichen Dingen rausziehen können und sehen können, ah, 1000 Sportler haben das gemacht, das scheint zu funktionieren. Die Elite-Sportler haben das gemacht, geil, das scheint zu funktionieren. Und das geht jetzt, wie beim Formel-1-Auto, runter zu dem Otto-Normalsportler, der auf einmal über tolle Apps oder über Bücher, die er liest, wie auch immer, oder einen Podcast, den er hört, auf einmal lernt, wie es geht. Und jeder, der ein bisschen sich mit Wettkämpfen auskennt, hat schon mal vielleicht von diesem 30-30-Training gehört. Weil auch wenn er es nicht macht, also ich habe das früher vor Enduka auch nicht gemacht, weil ich gedacht habe, bin ich bescheuert, 30 Sekunden. Also ich habe überhaupt gar kein Intervall-Training gemacht, weil ich keinen Bock drauf hatte, weil es mir viel zu hart war. Auch dieses Enduko-Training anzufangen, das erste Mal hast du nie Intervall-Training. Ich bin schon mal einen Berg hochgeballert und war immer ein fitter Radsportler oder habe auch gute Radsportzeiten. In 2017 hatte ich auch ein extrem fettes Jahr mal, wo ich wirklich schnell war, für mein Alter auch und auch im Triathlon sogar schnell war. Also sicherlich nicht Elite, aber schon, wo man sagt, okay, das ist für einen Hobbysportler schon relativ weit oben. Aber nie Intervall-Training gemacht und jetzt macht man das das erste Mal wieder über so eine App und das erste Mal ist scheiße. Dachte ich, was ist das denn? Also dein Körper und dein Kopf ist ja gar nicht darauf vorbereitet, viermal drei Minuten so hart zu fahren. Weil du bist hart gefahren, wenn du Bock hattest. Wenn du gute Beine hast, bist du schnell gefahren. Wenn du schlechte Beine hast, langsam. Und man hat sicherlich vielleicht mal Intervalle so für sich selber gemacht und hat gesagt, ja, mache ich mal. Oder hat mal so ein Zwift-Training angeklickt oder so. Das hat man vielleicht schon mal gemacht und hat dann, so wie du vielleicht irgendwann aufgehört zu treten und gesagt, geht gar nicht. Also hatte ich auch ganz oft, das war Zwift, wo ich sagte, wollt ihr mich verarschen? Wie soll ich das machen? Das habe ich auch frei gemacht übrigens. Ja, okay. Aber bei Zwift hatte ich schon mal einen Trainingsplan angeklickt, der auch nicht ging, weil man einfach diese Intervalle nicht gewohnt ist. Das heißt, man muss erst mal lernen, vom Kopf und vom Körper so einen Intervall treten zu können. Das ist hochinteressant. Und wenn du da, deswegen auch mal ein Disclaimer in dem Video, wenn du mit Enduko irgendwann anfängst, ja, wenn da drinsteht, mach VO2-Max-Training, dann mach das, aber hör auf zu treten, wenn du merkst, das funktioniert nicht. Du brauchst zwei, drei, also ich habe zwei, drei Mal so ein VO2-Max-Intervalle gebraucht, bis ich die mal durchfahren konnte. Und dann war es für mich wie so ein Wettkampf. Habe ich hinter die Faust geballt, habe gesagt, geil, ich habe es geschafft. Ich habe den vierten Intervall geschafft. Oder halt, ne, und am Anfang halt vielleicht einfach mal die Wattzahl, wenn da 320 steht, dann fahrt vielleicht lieber erst mal, oder was auch immer da steht an Wattzahl. Wenn da jetzt irgendwie euer FDP auch nur bei 150 oder bei 200 ist, gibt es ja auch, gerade wenn ihr Anfänger seid. Und der sagt euch, wenn da ein FDP bei 200 ist, und der sagt euch, ihr soll 240 treten, damit ihr sozusagen diese 20 Prozent, oder 220, die 20 Prozent, ne, fahrt erst mal die 200 oder vielleicht sogar weniger, die drei Minuten, um zu gucken, wie ist das überhaupt in dem hohen Bereich zu fahren. Weil wir, viele Radfahrer, die ich kenne, die fahren immer nur Grundlage, Grundlage. Und dann geht der Puls vielleicht maximal auf 150. Aber diese VO2 Max, da reden wir halt von 170. Und bei jemandem, der noch einen höheren Puls hat, vielleicht sogar 180, 190, je nachdem, wo da die Schwellen liegen. Bei mir war es auch immer so, Sweet Spot bin ich früher immer gefahren, weil es einfach am meisten Bock gemacht hat. So, du bist nicht total K.O. und du bist halt so schnell, wie du sein kannst, sozusagen, ne. Ja. Und das waren irgendwie immer die Sachen. Und für mich war das auch immer so Intervalltraining voll liegen lassen. Aber wie ist das jetzt mittlerweile? Weil bei mir ist es ja so, ich zwinge mich ja richtig, Grundlage zu fahren und nicht mehr Sweet Spot. Und dafür freue ich mich aber dann irgendwie sogar auf so Intervalltage. Bei mir ist es schon so richtig, ich habe so Bock drauf, weil die Zeit geht natürlich ultra schnell vorbei. Ja, ja, ja. Das ist krass. Also wirklich so eine Stunde auf der Rolle mit Intervallen ist halt zack vorbei. Ja. Ja, ich rede jetzt einfach mal unstrukturiert hier so weiter, weil ich habe eigentlich mir überlegt, ja, wie machen wir das mit Enduko und sonst wie. Also für mich war ja tatsächlich Enduko letztes Jahr, vorletztes Jahr im Herbst, also 2022 im Oktober, habe ich aktiv regelmäßig Enduko gefahren. Ja. Ich habe da im Sommer mit angefangen und bin hier und da mal eine Einheit gefahren und habe es dann wieder drei Wochen liegen lassen und nichts gemacht, war halt immer noch in diesem Trett, ich fahre so, wie ich Bock habe. Ich bin in den Alpen und sonst wie soll ich da einen Trainingsplan fahren und so weiter. Und dann im Oktober bin ich, kam die Wintersaison, dann konnte man on, das war natürlich für Zwift auch super eine Motivation, wenn da drin steht, oh, heute eine Stunde das, morgen eine Stunde das und so weiter. Und Sweetspot, wahrscheinlich meinst du damit so Schwelle, so nah an die Schwelle ran? Ja, ich glaube, Sweetspot ist immer so kurz unter der Schwelle. Genau. Witzigerweise glaube ich, dass ich momentan, also das Jahr in Duko, was ich gemacht habe und ich habe kaum Wettkämpfe eingetragen und so weiter. Ich habe ein, zwei Dinge, also Läufe drin gehabt, da tapert er dann auch hin. Das war hochinteressant, auch eine ganz interessante Erfahrung, was macht er denn vor so einem Wettkampf? Dann macht er einen Tag vorher nochmal so eine kurze Aktivierung, wo du auch nochmal voll in die VO2 Max rein musst, aber nur so ein, zwei Minuten und danach nicht mehr. Und jetzt aktuell ist es so, dass ich ganz viel Grundlage habe, also Zone 2, also auch nicht GA1, naja doch, also so obere Grenze GA1 würde ich sagen. Also der Puls muss bei 120 bei mir sein, beim Radfahren, beim Laufen eher Richtung 130. Und das sind zumindest meine persönlichen Werte und das ist so wattmäßig, also 60 Prozent, glaube ich, kommt das hin? Ich glaube, 60, da geht GA2 dann langsam los. Genau, so knapp zwischen 50 und 60 oder so. Aber das kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich einfach das aus der App so rausnehme, wie sie mir sagt. Und eigentlich so pulsgesteuert, dann merke, okay, jetzt mit Puls 120 fahre ich so und so viel Watt und wenn ich dann fitter bin, fahre ich mehr Watt und so weiter. Und da sind irgendwie, tentert sich das dann schon ein. Und aktuell ist das eigentlich eher eine Mischung aus entweder VO2, also auf dem Rad zumindest, entweder VO2 Max oder Zone 2 gemütlich vor sich hinfahren. Und halt auch mal Zone 2 hatte ich jetzt dreieinhalb Stunden, Zone 2 mit dem Rennradfahren, wo mal so auch zweimal, zweimal vier 30-30er dann mittendrin irgendwo drin lagen, die aber gar nicht so viel im Gesamttraining gar nicht so viel ausgemacht haben. Und ich glaube, diese Sweetspot, diese Schwelle, die kam bei mir erst, als die Saison vorangeschritten war. Dann fängt er an zu sagen, okay, jetzt machen wir statt VO2 Max, gehen wir mal in diesen Bereich rein, wo du lange möglichst viel Watt treten musst. Weil das ja unterschiedliche Kapazitäten oder Muskeln, wie auch immer, sind. Ich muss auch irgendwann mal hier so einen Trainer herholen, der uns das mal genau erklärt. Das ist viel Halbwissen, was ich habe, weil ich natürlich nur das erfahre, was die App mir sagt und so ein bisschen wiedergeben kann, wann sie mir was an Trainingseinheiten gibt. Was ich an den Duko ein bisschen schwierig finde, ist tatsächlich, wenn man den Trainingsplan neu anfängt. Also ein Duko nimmt dann zwar die letzten vier Wochen Strava zum Beispiel rein und analysiert und was du so machst, und macht dir dann einen Trainingsplan. Und dann kannst du genau eingeben, was ich sehr charmant finde, welche, wie viel Zeit habe ich wann. Also bei mir ist es so, Montags ist Ruhetag, da weiß ich, ich habe Tennis, am Sonntag vielleicht viel gemacht und so weiter, habe ich aber auch nicht immer so gehabt. Und dann gebe ich ihm wochentags immer eine Stunde Zeit, wo er mir ein Training einplanen kann. Also wirklich nur eine Stunde. Dafür fahre ich aber auch jeden Tag eine Stunde, was ich sonst früher nicht gemacht hätte. Da wäre ich vielleicht Mittwoch einmal gefahren oder je nachdem, wie das Wetter gewesen wäre oder wie ich Lust gehabt habe. So habe ich halt jeden Tag meine Stunde von Dienstags bis Freitags und am Wochenende darf er halt ein bisschen mehr machen. Und wenn du wirklich Anfänger bist, finde ich, dass er zu früh anfängt, dir harte Einheiten reinzumachen. Weil ich glaube, wenn du wirklich, ja, vielleicht auch eine Verletzungspause hattest oder vielleicht noch gar nicht so in diesem Modus drin bist, dann sind diese Intervalle am Anfang vielleicht zu hart. Und da muss jeder, würde ich jedem den Tipp geben, da macht Enduko anträglich wissenschaftlich eigentlich nichts falsch. Aber wenn euer Körper oder eure Muskulatur, gerade beim Laufen, noch gar nicht darauf eingestellt ist, neu zu laufen, so schnell zu laufen, weil du es 100 Jahre nicht gemacht hast und immer nur rumgejoggt bist, dann mach das auch nicht. Dann ist es auch egal, wenn ihr das Training macht, dann ist es meine Strategie zum Beispiel, gerade beim Laufen, wenn der sagt, ja, mach mal drei Minuten All-Out oder irgendwie, oder noch so einen Lauftest wollte er mir hier reinknallen. Dann sage ich, nee, den mache ich nicht. Dann laufe ich halt einfach, jogge ich vor mich hin oder ich sage Enduko, mach den Lauftest nicht. Gib mir was Regeneratives oder sowas. Weil wenn ich nicht, adaptiert bin auf schnelles Laufen, weil ich nicht viel laufe, nur ein, zwei Mal die Woche und der soll dann 20 Minuten All-Out so einen Lauftest machen, halte ich das für nicht gesund. Also das ist so die Grenze, während ich Enduko eigentlich zuschreibe, mich verletzungsfrei zu halten, weil ich eben viele regenerative Einheiten habe und eben nicht zu viel Intervalltraining, ist es für einen Einsteiger eventuell manchmal zu hart. Weil da sind sie vielleicht auch, wie gesagt, trainingswissenschaftlich macht die KI da keinen Fehler, weil vielleicht geht Enduko auch davon aus, jemand, der Enduko macht, hat schon ein bisschen Vorerfahrung. Ich weiß aber, dass hier Hörer und Hörerinnen dabei sind, die eben das als wirklich blutige Anfänger nutzen. Und dann muss man es vielleicht so machen wie ich, von August bis Oktober einfach ab und zu mal so eine Trainingseinheit mitmachen und immer mitlaufen lassen. Wenn da steht, eine Stunde Radfahren, fahre ich eine Stunde Rad, aber so wie ich will erst mal. eben nicht, dass ich da vielleicht diese Intervalle voll durchfahre. Und dann steht da bei Enduko ja auch immer, wie viel Prozent man des Trainings absolviert hat. Und wenn es dann nur 70 Prozent sind, sind es halt nur 70 Prozent oder nur 60. So habe ich angefangen. Da waren immer nur 60, 70 Prozent. Jetzt komme ich auf die 80, 90 Prozent, wo ich es durchhalte. Plant er auch damit, wenn du, also jetzt nur erst mal ein paar Enduko-Fragen so, die mich persönlich einfach mega interessieren. Plant er denn, wenn du nur 70 Prozent von dem Training machst, für die nächste Woche das irgendwie mit ein? Oder weißt du das? Oder wenn du jetzt 100 Prozent machst, dass er sagt, okay, da geht ein bisschen mehr oder sowas? Also er schimpft manchmal, wenn der Workload zu niedrig oder zu hoch ist, wenn ich die Zeiten einschränke. Dann sagt er, ja, für die, du müsstest eigentlich mehr trainieren um den Workload. Also der arbeitet mit diesem Workload, den du pro Woche absolvieren musst. Der steigert sich natürlich dann vielleicht auch. Und früher hat er täglich theoretisch alles umgeschmissen. Ah, okay. Er hat immer wieder geguckt, was machst du? Und am nächsten Tag, das hat, Freunde von mir nutzen das ja auch, die waren alle genervt. Weil es ist ja so, dass du wirklich dieses Regenerative, diese 80-20-Regel, dass du wirklich überwiegend regeneratives Training hast, was mir wirklich ultra geholfen hat, eben nicht, oh, heute habe ich auch gute Beine, heute fahre ich mal richtig schnell. Das passiert bei mir nicht mehr. Wenn da steht, eine Stunde Puls 120, fahre ich eine Stunde Puls 120, wenn möglich zu 100 Prozent. Schaffe ich mal draußen nicht immer. Aber das ist geil, weil du auch nach Hause kommst und bist frisch. und auch so frisch, dass du eben auch dich nicht verletzt. Und dann stand da drin, ja, morgen VO2 Max Training und dann kommst du irgendwie nach Hause und bist Rad gefahren und dann bin ich abends noch Tennis spielen gegangen und mein schönes VO2 Max Training war am nächsten Tag weg. Habe ich gekotzt, weil ich mich ja voll drauf, weil irgendwann freust du dich auf diese Intervalltrainings, wie du vorhin auch schon gesagt hast. Ah, geil, morgen das Intervalltraining. Und das macht er heute nicht mehr. Heute plant er von Woche zu Woche. Das heißt, er lässt dich sozusagen die Woche alles durchmachen. Okay. Das heißt, wenn du sonntags abends gehe ich hin, plan meine nächste Woche, dann kann ich auch noch mal an den Schiebereglern regeln und kann sagen, ach, Donnerstag, ein Feiertag, drei Stunden statt eine. Montag, Tennis fällt aus, vielleicht auch noch mal eine Stunde rein. Und Mittwoch bin ich geschäftlich unterwegs, nehme ich ganz raus. Das heißt, da kann man noch mal regeln und dann rechnet er neu. Früher hat er halt alles, deswegen habe ich ihn irgendwann früher nicht mehr mit Strava verbunden, sondern mit irgendwas anderem. Ich glaube, ich bin über, ich glaube, ich habe einen Polar Flow Account angelegt, damit er über, da habe ich dann genau über Polar Flow gesteuert, was er sehen darf und was nicht. Ah ja, okay. Damit er mir bloß nicht wegen Spaziergang oder weil ich irgendwas getrackt habe, was weiß ich, Krafttraining und er macht mir irgendwas weg. Und das ist aber heute nicht mehr so. Heute lässt er die Einheiten wenigstens so. Nee, und das... Aber das ist eine Lernkurve von Endoku? Das war ein Update. Die hatten einen riesen Update, was das verbessert hat. Ach so. Also wenn ich jetzt heute anfange damit, dann macht das... Ja, ja, dann passiert das nicht. Ah, alles klar. Also es war ein richtig cooles Update, was das angeht. Du hast jetzt auch immer die Möglichkeit zu editieren, das mache ich auch. Wenn ich mich, ich tracke ja meine Gesundheit parallel mit Garmin, der auch alle Daten hat und noch nachts schlafanalysiert. HRV ist ein ganz, ganz großes Thema heutzutage. Und wenn Garmin sagt, du bist komplett oder du hast schlecht geschlafen und der HRV ist schlecht und sonst wie und du hast dann wirklich eine harte Einheit an dem Tag, dann sage ich auch schon mal, okay, mach mal nicht so hart. Kommt selten vor, aber kommt vor. Je fitter, je mehr ich trainiere nach diesem Plan, desto grüner ist auch die Uhr jeden Tag, obwohl ich hart trainiert habe. Also die Erholungszeit scheint sich auch durch das strukturierte Training sehr, sehr stark zu verbessern. Einen großen Benefit, den ich auch noch sehe gegenüber meinem Training, wie ich es früher gemacht habe. Ich bin losgefahren, es war windstill, Beine waren geil, habe mich einen Abend eine Stunde all out gefahren, weil es im 35er Schnitt, weil ich Bock drauf hatte. Und nächsten Tag war auch noch mal die Sonne geschehen, scheiße, ich muss auch noch mal aufs Rad und so. Und das passiert halt jetzt nicht mehr so und durch dieses Intervalltraining bin ich immer relaxter, selbst direkt nach der Intervalleinheit. 15, 20 Minuten fährst du Zone 2, machst deine 4x3 Minuten wirklich hartes Training und dann fährst du 20 Minuten locker wieder nach Hause. Und der Witz ist, egal ob es Laufen oder Radfahren ist, ich komme zu Hause an und habe die Intervalle schon wieder vergessen. Während ich früher zu Hause noch mal schön den Kronsberg einen Endspurt gemacht habe und zu Hause komplett kaputt ankam. Das ist vorbei. Das heißt, ich komme sozusagen relaxed zu Hause an. Das ist auch ein Riesenbenefit von Enduko, weil ich natürlich auch kopfmäßig das dann versuche, so genau wie möglich zu machen. Fahrspiel, Lauftraining ist immer eine Minute schnell, eine Minute Pause, zwei Minuten schnell, eine Minute Pause und immer Puls 170 hoch, sollst du da gehen. Und dann dachte ich, was für ein hartes Training und das ist wirklich, gerade Laufen finde ich, sehr, sehr, ist für mich, ich bin kein guter, also ich kann zwar ganz okay laufen, aber Laufen ist für mich immer anstrengend, auch vom Sehen, Muskel und sonst wie Apparat und dann läufst du trotzdem, habe ich eine Stunde laufen, zwischendrin dieses Fahrspiel, aber die 20, 25 Minuten nach Hause laufen, um den Puls wieder runter zu kriegen und zu Hause ging es mir wieder gut. Ja. Das ist auch geil. Das kann ich mir vorstellen. Eine letzte Enduko-Frage habe ich noch, einfach, weil mich das interessiert, wie diese Trainingspläne erstellt werden. Du gibst wahrscheinlich, also dein FTP musst du wahrscheinlich angeben. Das ist klar, oder? Ja, er will auch irgendwann mal einen FTP-Test oder man trägt ihn ein. Ah ja, okay. Und dann will er vielleicht auch noch, also dein Puls wird auch übertragen, sehe ich das richtig? Ja. Also will er wahrscheinlich minimal und maximal, oder dein Ruhepuls und dein Maximalpuls, will er sowas haben oder holt er sich das irgendwie aus den Einheiten raus? Was habe ich denn da anfangs gemacht? Ich glaube, also radfahrtechnisch drin fahre ich wirklich nach Watt. Da interessiert ihn der Puls nicht. Ich weiß aber, ich habe aber, als ich vor zwei Jahren, anderthalb Jahren damit angefangen habe, bin ich erst nach Puls und habe dann FDP-Tests gemacht und dann irgendwie hat sich das dann eingegroovt. Okay. Auch da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Da hatte ich jetzt auch einen Kommentar gelesen am Sonntag, wo Leute geschrieben haben, ja, der hat mir einen FTP genommen und als ich den runtergeschraubt habe, erst konnte ich mein Training durchhalten. Das ist auch nochmal so ein Anfängertipp. Vorsichtig sein beim FTP-Test, wenn der nicht richtig gelaufen ist oder er hat einen guten Tag und so weiter. Lieber 20 Watt zu wenig eintragen und erstmal anfangen mit weniger Intensität. Sich auch da wieder an die Intervalle gewöhnen. Und wenn es nicht 170, 165 Schwellenpuls oder 170 Puls ist, dann fahrt doch erstmal den 160er Puls, wenn ihr den besser aushaltet. Versucht da nicht immer gleich alles voll in die Vollen zu gehen die ersten zwei, drei Monate. Und ich weiß nicht mehr, du gibst ja ein, eine Saisonlänge, wie viel Zeit du hast. Eventuell kannst du, du kannst Wettkämpfe eingeben und du kannst eingeben, wie viel möchte ich Rad fahren, wie viel laufen, wenn du da, ich habe zum Beispiel 75 Prozent Rad und 25 Prozent Laufen eingegeben. Das ändert er aber, wenn du einen Laufwettkampf hast. Dann macht er automatisch mehr Laufen für dich zum Beispiel. Und datenmäßig musst du, glaube ich, kannst du den FDP eingeben. Ich gebe auch noch manuell die von bis Wattzahlen ein. Und die ändere ich auch, weil ich zum Beispiel merke, dass ich zum Beispiel, also ich habe so einen Bereich von 185 bis 235 in der Zone 2 oder irgendwas jetzt eingetragen. Das ist das, was man auch so im Video gesehen hat, weil ich weiß, während ich jetzt im Herbst nach Corona und so weiter konnte ich halt mit Puls 120, 180 Watt nur treten. Momentan kann ich 220 und am guten Tag vielleicht sogar 230 Watt mit 120, 125er Puls treten. Das heißt, die Werte ändere ich dann. Aber das ist jetzt auch ein Wissen, was ich über meine Bereiche habe, was sich erst entwickelt hat nach drei, vier, fünf Monaten in Duko. Da wusste ich auf einmal, aha, dieses Puls und Watt in Relation zu setzen, zeigt mir ja auch, wie fit ich geworden bin. Das hast du aber von dir aus dir irgendwie angeeignet, das hat Enduko dir nicht gesagt. Na, Enduko fing an, also mein Anfang war wirklich entspannt, immer diese 120er Puls zu treten. Das waren meine ersten Einheiten, die ich im Herbst, Oktober gefahren bin, auch noch viel draußen. Da hieß es, du fährst jetzt eine Stunde 120er Puls und der Witz ist, wenn ich normal locker gefahren bin, bin ich ja gar nicht so hochgegangen mit dem Puls. Du musst ja jede Kurve treten, also in meinem Fall zumindest, weil mein Puls natürlich auch sehr niedrig ist, das muss man auch dazu sagen, bei den meisten wird das vielleicht bei 130 liegen, musste ich ja durch jede Kurve treten. Ich musste jede Brücke bergab treten, sonst war der bei 90 wieder und dann waren ja am Ende keine 100 Prozent oder 90 Prozent bei Enduko erreichbar. Das heißt, für mich war es schon ein Benefit überhaupt, GA1 zu machen und nicht da drunter zu liegen in den lockeren Einheiten. So habe ich angefangen und dann hat man irgendwann gemerkt, 120er Puls ist so und so viel Watt, das lernst du ja dann. Wenn du immer gleichmäßig fährst, irgendwann weißt du das. Das wusste ich vorher nicht. Das war erst die Erfahrung und das Learning bei dem Ganzen. Und heute ist das tatsächlich eigentlich mein Gradmesser ist, wie viel Watt kann ich bei 120 treten, dann weiß ich, wie fit ich bin, weil ich den Wert so, weil das sind halt die 80 Prozent, die ich immer fahren muss, dass der Wert, der mir am präsentesten ist. Verstehe ich. Wenn ich dann irgendwann mal einen FDP-Test, 250 oder 260 FDP gemacht hätte, der wäre wahrscheinlich irgendwo im November, wäre der bei 240, 230 gewesen, um dann bei 180, 120er Puls zu fahren. Wie weiß ich jetzt gar nicht genau, wie der gewesen wäre, aber ich weiß, ohne FDP-Test weiß ich, kann ich ja ungefähr hochrechnen. Als ich einen FDP von 280 hatte, bin ich ungefähr 210 Watt bei 120 Watt gefahren. Das heißt, wenn ich jetzt 220 fahre, habe ich wahrscheinlich einen FDP von 290 schon oder vielleicht von 285, also 10 Prozent höher. Kann man sich dann so ein bisschen hochrechnen, auch wenn das natürlich eine Milchmädchenrechnung ist. Da führt sicherlich, wenn man das genau haben will, kein Weg an der Leistungsdiagnostik vorbei, aber so mit Hausmitteln komme ich da relativ weit mit. Machst du FDP-Tests regelmäßig? Nö. Okay, interessiert dich dann auch gar nicht? Also Endugo hat mich lange nicht mehr gefragt, einen zu machen. Wenn Endugo mich fragt, mache ich vielleicht mal einen, aber so richtig motiviert bin ich da auch nicht, weil ich eigentlich ja meine Werte kenne. Beim Laufen ist tatsächlich was, wo ich am ehesten im Dunkeln tappe, weil ich da einfach nur nach Puls trainiere und der Puls natürlich nicht schnell genug hochgeht in den Intervallen. Aber das ist mir auch egal. Laufen ist so, will ich einfach nur beibehalten und muss da auch nicht der Schnellste sein. Radfahren ist mir wichtig und der Witz ist, wenn du irgendwann dieses nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr in Endugo weißt du, wo dein FDP ist. Also das kannst du sehr, sehr gut einschätzen, weil du weißt, schaffe ich die Intervalle, also in meinem Fall habe ich die Intervalle im Sommer, als ich meine fitteste Phase hatte, konnte ich meine VO2 Max vier Minuten mit 340 Watt vielleicht fahren und jetzt im Winter bin ich von 300, habe ich mit 320, 310 angefangen und habe runtergeregelt auf 290, habe gemerkt, oh, du kommst ja gar nicht mehr so hoch. Und das, irgendwie hat man dann ein Gefühl dafür, dann braucht man den FDP auch nicht mehr. Weil man irgendwie merkt, okay, das funktioniert so nicht und ich glaube, ich meine, dass Zwift auch den FDP-Werk als Grundlage für die Intervalle nimmt und wenn du da Plus Minus, da kannst du mit den Plus Minus Buttons ja arbeiten, wenn du merkst, du musst immer auf Minus 15 Prozent gehen, dann weißt du, dein FDP ist auch 15 Prozent niedriger. Umgekehrt genau das Gleiche, ich gehe auf plus 10 Prozent, weil ich merke, oh, der Puls geht gar nicht richtig hoch, dann merke ich, okay, der FDP wird wahrscheinlich auch höher sein und FDP hat ja auch so seine Grenzen. Der sagt ja nicht viel über die Fitness aus. Es kann ja sein, dass ich innerhalb von, dass ich ein Meister da brenne, 20 Minuten am Limit zu fahren, aber nach einer Stunde vom Rad falle und keine drei Stunden aushalte und so weiter. Also das ist ja, hat ja auch einen limitierenden Faktor, gab es ja auch schon Beispiele. Ja, das auf jeden Fall, da hast du recht. Ja, also genau, wie man FDP auch richtig fährt und so, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Ich glaube, also das strukturierte Training mit Enduko ist ein guter Ansatz für Leute, die eben sich nicht einen professionellen Trainer brauchen, leisten möchten, wie auch immer, trotzdem strukturiertes Training machen wollen. Leute, die sich früher die Seiten, die Trainingspläne aus Tattoo ausgeschnitten haben und die nachgefahren sind, da ist Enduko definitiv intuitiver und reaktiver, wenn irgendwas ist, gibt dir die Möglichkeit zu sagen, ich bin jetzt krank eine Woche, fängt dann ganz vorsichtig wieder an und solche Sachen, also wirklich eine schöne Sache, aber hat so seine Limitations, weil es erstens nicht auf dich persönlich perfekt zugeschnitten ist, weil es kann sein, dass deren Trainingsphilosophie, dass du auf 30-30 Training gar nicht anspringst, dann ist es für dich eigentlich Quatsch, das würde ein Trainer vielleicht merken und ich glaube, man muss es auch ein bisschen entspannt sehen, also einfach versuchen, da möglichst einen hohen Prozentsatz hinzukriegen an diesen Einheiten, aber eben nicht auf Biegen und Brechen und trotzdem auf seinen Körper hören, trotzdem gucken, was macht einem Spaß und so weiter und das habe ich hier schon ganz, ganz oft gesagt, der größte Benefit ist, dass ich diese 80% Regenerativ fahre, was ich früher nicht gemacht habe, also diese Erholungsdings, weil sonst könnte ich abends nicht auf den Tennisplatz gehen, zusätzlich noch, das heißt, ich mache ja eigentlich mehr an Training, als Enduko vorschlägt. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, mich holt es in letzter Zeit immer mehr ab, also so je öfter wir drüber reden, desto cooler finde ich das, aber das liegt auch daran, dass ich am, ja so zum Ende letzten Jahres dann wieder angefangen habe mit Fahrradfahren und da war, also jetzt stehe ich schon ganz anders im Futter als da und auch das, was wir gesagt haben mit Intervallen und so, das macht Bock und dann kriegt man manchmal auch Bock, ja, macht man sich auch mal so einen Plan und mich interessieren da jetzt so zwei Sachen, einmal diese tolle Grafik, die du erstellt hast mit diesem Enduko, mit diesen ganzen Schnittstellen, was da alles ineinander greift, das ist halt krass, also das würde ich gerne wissen, wie, nochmal ganz detailliert, wie geht es da wohin und vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das Low Budget auch zu machen, wenn ich jetzt zum Beispiel Enduko nicht benutzen will und ich weiß gar nicht, gibt es Software, ich glaube zum Beispiel so bei Wahoo House Software, bei diesem, was hatte ich gerade gesagt, wie heißt das nochmal, System, da kann man sich auch Training, glaube ich, erstellen, oder? Subscription meine ich. Ist es auch? Ich meine, dass es nicht kostenlos ist. Ah, okay, alles klar. Ich weiß nämlich auch gar nicht, ob es so Software gibt oder irgendwelche Apps oder so, wo man sich Trainingspläne sozusagen, also wie bei Swift sozusagen, du meldest dich an und sagst, ich will mein eigenes Training machen und dann hacke ich da rein, ich will jetzt 160 Watt und dann 250 Watt für zwei Minuten oder was weiß ich was. Ja, es gibt natürlich, also ich habe kein, für mich gab es nichts, keine Alternative zu Enduko, diese komische Grafik hier mit was, wo sich hinlädt, da kommen wir gleich noch drauf. Ja. Für mich war Enduko dahingehend der Game Changer, dass da eine Stunde Training stand, die ich sonst nicht gemacht hätte. Also auch draußen, drinnen, draußen wie drinnen, also bei kalten, ich fahre bei kalten Wetter raus, ich fahre jetzt, ich bin, Sonntag ist das beste Beispiel. Letzten Sonntag, der Witz ist ja, man kann ja Enduko immer ein bisschen rumspielen, man kann ja sagen, okay, da steht jetzt drei Stunden 30 Rennrad fahren. Dann kannst du auf Gravelbike umsteigen, dann ist es immer ein bisschen weniger, weil Gravelbike ja fordernder für den ganzen Körper ist. Ah, okay, das ist ja auch krass. Und wenn du auf Rolle umstellst, wird es noch weniger, weil Enduko davon ausgeht, auf der Rolle hast du ja keinen Leerlauf, du hast keinen Bergab und trittst ja eigentlich Ergmodus immer voll. Ist übrigens eigentlich mein Tipp zu sagen, fahre ich jetzt eine Einheit auf Zwift ohne RG-Modus, also ohne die Watt zu steuern, sondern fahre das Training frei für mich. Also, ich habe eine Zone-2-Training für eine Stunde und fahre das einfach sozusagen nach Gefühl, was auch wichtig ist, nicht immer Ergmodus zu fahren, sondern auch mal nach Gefühl versuchen, die 200 Watt zu halten, ohne, dass das der Trainer vorgibt. Was ich ja draußen eh machen muss. Was ich ja draußen auch machen muss, dann würde ich den Outdoor-Modus nutzen, obwohl ich drin fahre. Das ist Enduko dann auch egal, kriegst trotzdem deine 100 Prozent oder 90, wenn du es schaffst. Und wenn ich strukturiertes Training abfahre, wirklich die Intervalle im ERG-Modus, wo ich nicht eine Chance habe, mal nicht zu treten oder mal rauszunehmen, dann würde ich sagen, auf Rolle umstellen, damit ich die kürzere Zeit habe und das intensive Training, das ist ja schon intensiver, als wenn man auf Zwift freifährt, weil man eben nicht mal eben sagen kann, okay, ich lasse jetzt mal kurz 150 nur Schwarz-Warn-Advert. Und da, wo wollte ich noch drauf hinaus? Achso, genau. Und dann hat er mir am Sonntag dreieinhalb Stunden Radfahren reingeballert. Sturm draußen, zwei Stunden 20 Indoor. Schöne Alternative. Also ich hätte dann, theoretisch hätte ich ja noch sagen können, okay, ich mache ein Zwift-Event auf und hole mir ein paar Leute über Discord rein und sonst wie. Und dann war ich den ganzen Vormittag am rumschirmen, was machst du denn? Outdoor, Indoor, sonst wie. Und dann wollte er noch 30 Minuten, dass ich hinten drauf laufe. Aber ich habe es durchgezogen. Ich habe mich aufs Rad gesetzt, bin stumpf gegen den Wind Richtung Nienstädter Pass gefahren, habe mich über den Rückenwind auf dem Rückweg gefordert und habe diese drei Stunden 30 voll gemacht. Hätte ich im Leben nicht. Und das war auch die Erfahrung in dem Oktober, als ich mit Enduko mal angefangen habe. Draußen, es wird immer kälter, aber es war noch okayes Wetter, es war sogar noch trocken, bist du draußen gefahren. Irgendein Dienstagnachmittag oder Abend, wo es noch halbwegs hell war, im November, die Stunde draußen gefahren oder mit Lampe und hast dich gefreut, dass du hinterher diesen Training, das Training absolviert hattest. Das gleiche, Indoor, Zwift, ja, jeden Abend auf Zwift, ja, irgendwie macht es Bock, bockt sich abends um, im Schlimmsten fahrt ich um neun erst Zeit, dreiviertel Stunde mache ich noch schnell. Scheiß drauf. Und das ist vielleicht der erste Schritt zu gucken, also weil, wenn man jetzt auf die Suche geht nach Intervalltrainings oder nach strukturiertem Training, das überhaupt erstmal auszuprobieren, egal ob bei Enduko oder bei sonst wem, vielleicht auch bei Zwift, kriegst du es ja kostenlos auch wirklich über Monat, ich meine, die haben richtige Trainingspläne, die auf Wochenbasis aufbauen. Ja, stimmt, ja. Beim Laufen habe ich das sowas mal gesehen, dass man sowas vielleicht mal anfängt. Kannst du halt nur drinnen machen dann, das ist halt das Problem, ne? Ja, stimmt, oder ja, ja, hast recht. Also ich meine, ja, ich hatte auch schon überlegt, jetzt sowas mal anzufangen und dann dachte ich mir, naja, gut. Weil da jetzt ist schon die 15 Euro sind eh weg für Zwift. Das ist richtig, genau. Aber jetzt ist halt irgendwie schon Anfang Februar. Also du musst halt erstmal für dich wissen, ob das überhaupt geil ist, ob dich das nach draußen bringt oder ob du, wie in deinem Fall, dir so eine Routine reicht, morgens 50 Minuten und ist mir egal, was ich mache, ne? Also jeder muss ja irgendwo einen Weg finden, passt das zu mir oder habe ich da überhaupt Bock drauf? Und ich weiß nicht. Das ist es irgendwie, also ich habe schon Lust, dass mir jemand sagt, fahr mal so und so am Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter. Also wenn ich denen eine Stunde Zeit gebe, das kann ich ja jetzt die ganze Woche durch irgendwie. Du kannst es ja auch einfach machen, du guckst einfach immer einen Tag fest, immer einen Tag später das nach, was ich einen Tag vorher gefahren bin. Dann hast du das in Doku-Training umsonst. Musst du nur die Zone ein bisschen anpassen. Ja, richtig, das können wir machen. Nee, weiß ich, also es gab mal eine Alternative, ich weiß gar nicht, die kostenfrei oder nicht, da komme ich auch nicht mehr drauf. Ich habe die App wieder gelöscht, das hat mir ein Hörer geschrieben, der meinte, da gibt es auch irgendwas, ich weiß nicht, ich habe sogar auch was mit KI gesteuertes, Training und so weiter, wo Leute, wo er mir geschrieben hat, was er ganz cool fand. Habe ich probiert, bin ich nicht reingekommen, war mir die App zu sperrig, zu schwierig, weil bei Enduko finde ich es auch immer gut, da steht dann genau die Pulszahl und eben nicht nur Zone 2, sondern da steht dann Puls von bis, Watt von bis, finde ich immer besser. Also es gibt ganz viele Trainingspläne, wo immer irgendwelche Zonen stehen und ich verstehe die Zonen aber nicht, was meint er denn jetzt damit? Oder ich habe vergessen, wo mein Bereich war, im schlimmsten Fall. Das finde ich bei Enduko immer ganz cool. Ansonsten würde ich am ehesten sagen, dass Garmin die freie Variante ist, wenn man Garmin Geräte hat. Gut, falle ich schon mal raus. Ja, ja. Weil Garmin auch wirklich eine tolle, aktuell auch für, also wirklich mittlerweile eine tolle, mit Garmin Codec eine tolle Software dahinter hat. Ja. Alleine was, also erstmal die Hardware da, die Uhren vor allem, da komme ich später nochmal drauf zurück. Die Uhren, also da bin ich ja, Fahrradcomputer bin ich ja ein Wahoo-Fan, aber bei den Uhren bin ich jetzt mittlerweile, sind die Uhren von Garmin so krass in der Analyse. Da habe ich jeden Morgen, alleine wenn ich, den Morgenreport nach dem Schlafen hier auswähle, sagt er mir schon irgendwo im letzten Schritt Vorschläge, was du heute machen kannst. Anderthalb Stunden Base, zwei Stunden Schwelle Radfahren oder was auch immer. Da gibt er mir noch nicht ein Intervalltraining vor, aber er hat zumindest schon mal diese, diese grobe Hintergrundstruktur, ja, heute dreimal die Woche Base, am vierten Tag mal VO2 Max, dann nochmal Base und dann vielleicht mal ein Schwellentraining, also auch um wieder auf diese 80-20 zu kommen. Das lässt sich schon so steuern. Die haben da auch Trainingspläne drin, wo man wirklich sagen kann, ich wähle einen Trainingsplan aus mit Intervalltrainings. Das habe ich einmal nur kurz angetestet, das hat sich aber dann gebissen mit meinem Indukotraining, was ich eigentlich machen wollte, weil dann war es am Ende so, dass ich dann zwei Trainingseinheiten hier drauf hatte, auf der Uhr hat mich dann genervt, wieder abgeschaltet. Das ist also auch eine Variante. Und da weiß ich nicht, ob da ein Fahrradcomputer an sich reicht. Ich glaube, da muss man dann schon so eine Garmin-Uhr haben, die alles analysiert. Eben auch Schlaf und so weiter. Naja, also das, das ist so, das Wahoo System, wie auch immer. Ja, ich habe es gerade, als du gesprochen hast, mal runtergeladen, ja, aber ich muss mich jetzt registrieren. Also so schnell kann ich es dann doch nicht nachreichen. Weil ich bin mir relativ sicher, dass es auch, also dass du es kostenfrei irgendwie nutzen kannst. Aber ich weiß nicht, ob du Trainingspläne erstellen kannst. Weil das wäre ja, also das ist ja eine easy Sache, dann weiß ich ja schon mal, wenn ich, wenn es das von Garmin gibt, dann kann ich den, ist der Trainingsplan natürlich auch auf meinem Garmin-Computer, ne? Ja. Und genauso bei Wahoo, dann ist es ja ein Kinderspiel, das auf meinem Wahoo, Bolt oder Roam auch der Trainingsplan sozusagen ist. Wie ist das jetzt mit dem, Endoku-Training? Das ist sozusagen der erste Pfeil. Wie kriege ich das auf meinem Fahrradcomputer? In dem Fall jetzt, genau, die Schnittstellen-Problematik. Ja. Also da muss man ja, da muss man ja wirklich dann gucken, wie kriege ich die Sachen zu Endoku und wie kriege ich die Sachen aus Endoku wieder raus, um das Training nachzufahren. Genau. Also wenn ich keine App habe, keine Wahoo-App und keine Garmin-App, die meinen Trainingsplan, den ich selbst mache, irgendwie in das Gerät lädt, dann nehmen wir jetzt mal an, ich benutze Endoku und für Endoku habe ich nicht die Möglichkeit, also damit fängt es ja sozusagen an. Endoku sagt mir dann, diese Woche steht das und das Training an, im Speziellen heute der Trainingsplan, eine Stunde Radfahren, wie kriege ich diesen Trainingsplan jetzt auf mein Gerät, so auf mein Computer? Ich kann das nicht einfach an meinen Wahoo senden? Also du, wir müssen ja tatsächlich, wenn ich jetzt hier nochmal dieses Schaubild mache, das heißt, Endoku schaut ja jetzt, habe ich jetzt im Hintergrund, ich habe jetzt hier mal so ein, das hat man auch am Sonntag im Video kurz gesehen, das habe ich eigentlich nur für das Video gebastelt, um zu zeigen, wie bekommt Endoku Daten und wie bekomme ich aus Endoku Daten zu Garmin, Wahoo, Zwift und so weiter. Und einmal braucht ja, das Wichtigste ist ja erstmal, dass Endoku irgendwelche Daten kriegt. Und da habe ich Endoku mit Strava verbunden, damit Endoku überhaupt sieht, welches Training hat er denn gestern gemacht. Und auch als Anfänger zieht er meines Wissens eine Historie von vier Wochen aus Strava zum Beispiel, um zu gucken, wie viel hat er denn so im letzten Monat gemacht und dann plant er für dich vielleicht so eine Trainingseinheit oder dein erstes Training oder guckt, wie fit du warst und so weiter. Ganz kurz, brauche ich dafür, muss ich bei Strava da schon für bezahlen oder kriegt er alle Daten auch, wenn ich nicht bezahle? Ne, ich meine, das müsste Strava kostenlos sein, gehen über die API und es gibt halt auch die Möglichkeit, dass er aus, dass er da eine ganzen Wahoo-Einheiten sich holt, die ganzen Garmin-Einheiten, jetzt muss ich hier selber nochmal gucken, was er alles drin hat. Ja, weil holen und hinsenden sind zwei unterschiedlich. Ich muss jetzt hier mal in die Einstellungen tatsächlich gehen. Also es geht ja immer darum, wo kann er die Trainingseinheiten hinschicken und wo kann er sich das, was du gemacht hast, holen? Also Enduko braucht ja beide Wege. Ja. Und tatsächlich funktioniert das nicht immer über Kreuz, dass er sich holen und bringen kann. So, wo sind die, wo sind die Apps hier? Verbindung mit anderen Apps. Er hat Verbindungen zu, holen kann er die Daten von Strava, von Garmin, von Chorus, von Apple, aus Fitbit, von Polar, aber nicht auf die früheren Einheiten, sondern nur die du ab dem Zeitpunkt machst, wo du mit Polar verbunden bist. Also du kriegst keine Historie aus Polar und aus Wahoo. Senden. Genau, das ist da, wo er die Daten herholen kann. Aber er checkt dann schon, also wenn ich jetzt, wenn ich draußen fahre mit meinem Wahoo, ich stoppe das Training. Bei mir ist es so, Wahoo ist mit Strava gekoppelt, das heißt, ich bende das Training und er lädt es automatisch bei Strava hoch. Würde sich Enduko dann, würde der das checken, sagen, dass es das gleiche Training ist? Wahrscheinlich schon, oder? Nö, der hat da schöne Duplikate. Ja? Ja, ja. Okay. Ich weiß gar nicht, du kannst mittlerweile sagen, alles von Wahoo nehmen oder alles von, ich weiß aber nicht, ob das nicht bei jeder Einheit jeder wieder doppelt ist. Ja, gut. Also du musst eigentlich sehen, dass du nur mit einem Dienst verbunden bist. Mhm. Und das war, früher, als er mir jeden Tag, auch wenn ich Tennis gespielt habe, da irgendwas neu geplant hat, habe ich gesagt, okay, von Garmin kriegt er schon mal gar nichts und von Strava auch nicht, weil ja da dieses Tennis immer drin ist. Und deswegen bin ich damals diesen Umweg gegangen, okay, du kriegst nur das, was ich dir manuell erlaube, über Polar Flow. Habe dann über, habe die Sachen manuell tatsächlich teilweise geladen und das, was Enduko sehen durfte und was Enduko nicht sehen durfte. Das ist Gott sei Dank jetzt Historie. Man kann, deswegen habe ich jetzt auch Enduko mit Strava einfach stumpf verbunden und Enduko darf alles sehen, was ich an Sport mache. Okay, ja. Er nervt mich jetzt nicht mehr mit irgendwelchen Umgeplane und er ignoriert, glaube ich, auch diese ganzen Tennis-Kram. Aber okay, und du hast gesagt, bei Wahoo soll er sich da nichts holen. Nee, genau. Ich habe nur noch mit, also ich habe jetzt Enduko Lesezugriff auf Strava gegeben und schreibt Zugriff auf Garmin noch. Weil an Garmin, er kann nämlich Trainingseinheiten synchronisieren, geht nämlich nur mit Garmin. Also er kann meine Trainings, also die geplantete, also die Einheit, die ich machen soll, also das Senden aus Enduko geht dann an Garmin Connect. Das heißt, ich kriege tatsächlich die Trainingseinheit direkt auf die Uhr. Das benutze ich auch manchmal. Training Peaks hattest du doch da stehen, oder? Auch, ja, ja. Auch? Ja, ja, aber es geht auch direkt an Garmin. Was mir aber nicht hilft, wenn ich auf meinem Wahoo trainieren will. Ich wollte gerade sagen, wie ist es jetzt, wenn ich, ich habe ja kein Garmin, sondern Wahoo, wie kriege ich das Training jetzt auf meinem Wahoo? Ja, genau. Nee, aber trotzdem, ich kann ja hier mal durchgehen, was es gibt. Du kannst auf Garmin direkt hochladen, du kannst auf Training Peaks hochladen, du kannst auf Sunto hochladen, ach, zu Chorus mittlerweile auch und sogar zu Apple. Okay. Das habe ich übrigens, ich bin auch schon mal früher mit der Apple Watch Intervalle gelaufen, da habe ich den Kram manuell in der Apple Watch eingegeben. Der Witz, das ging ja nur ums Laufen und die Lauftrainings waren immer ähnlich, dann brauchte ich nur noch die Zeiten ändern. Da habe ich mir vier, fünf Vorlagen gemacht, die ich dann aber wirklich, wo ich das Intervalltraining machen konnte. Das heißt, das geht jetzt alles raus aus Endoku. Das heißt, wir haben eine Schnittstelle und wie du schon gemerkt hast, Garmin geht, Sunto geht, aber Wahoo nicht. Da sind wir jetzt auch an dem Punkt, da hat auch einer ganz schön in den Kommentaren geschrieben, was ist denn das eigentlich für ein Scheiß, dass ich Training Peaks brauche, um zu Wahoo zu übertragen und sonst wie. Das heißt, wir haben das große Dilemma, dass nicht jeder mit jedem sprechen kann. Jetzt kann zwar in Duku von Wahoo meine Trainingseinheiten holen, aber die Intervalle kriege ich auf mein Gerät nicht drauf. Zumindest nicht automatisch per Sync so einfach. Du kannst hier immer sagen, als Fit-Datei, als ERG-Datei exportieren, als MRC-Datei und als Punkt-2-Datei. Das ist dieses Format, was Zwift benutzt. Zwift ist ja noch ein ganz anderes Thema. Wie kriege ich meine blöde Einheit auf Zwift reingeladen? Da habe ich auch schon mal was per Hand angelegt früher. Das geht jetzt auch schon ein bisschen besser. Gut, also ich könnte, ich bräuchte jetzt nicht unbedingt Training Peaks, sondern könnte auch umständlich diese ganzen Trainings irgendwie in meinen Wahoo einfliegen. Aber die Punkt-ZWO-Datei willst du nicht in die Hand nehmen. Ich meine, das geht, also ich glaube, wenn du am Computer Zwift fährst, geht es vielleicht noch, weil du es in irgendeinen Ordner einfach reinschieben musst und dann taucht es bei Zwift auf. Wenn du das Ganze beim iPad machst, musst du es bei iTunes, was heute nicht mehr iTunes heißt, dein iPad anschließen und irgendwo ins Pfeilformat gehen und da diese Datei reinschieben. Irgendeinen komplizierten Weg gibt es da, aber keinen einfachen. Also es geht nicht so, wäre ja geil, wenn du sagst, hier an Zwift senden, siehe so dieser Pfeil nach oben an Zwift, denn im iOS geht so nicht. Nee, aber an meinen Wahoo, da würde es aber einfacher gehen. Also diese, ich weiß ja nicht mal, welche Datei ich dann beim Wahoo einpflegen müsste. Die Fit-Datei. Die Fit-Datei, ja. Fit. Weil ich dachte, die Fit-Datei ist das, was dann rauskommt. Senden an Element. Das scheint zu funktionieren. Mal gucken. Machen wir jetzt einfach live im Podcast. Das ist kein Problem. Geplante Trainings. Da ist es jetzt schon mal nicht drin. Warte. Die Element-App, die fragt, sagt mir jeden Tag, das ist auch ein Schmarren, die sagt mir jeden Tag, ich soll mit irgendeinem Dienst mich neu verbinden und will ich aber nicht. Okay, vielleicht können wir die Frage klären. Training Peaks. Also ich habe mich dafür entschieden, Training Peaks dazwischen zu schalten. Das sieht man hier auch, dass bei mir letztendlich dass das die Schnittstelle ist dazwischen. Also bei mir sendet, gehe ich den, also bis auf Laufen, gehe ich manchmal den direkten Weg. Dann sage ich, gehe ich in die Trainingseinheit, in der Enduko-App, sage ich, sende an Garmin. Dann habe ich es auf meiner Garmin-Uhr. Wenn ich das Ganze bei Zwift oder beim Element haben will, dann gehe ich immer den Weg über Training Peaks. Du hast hier stehen, Bezahlung notwendig oder sinnvoll bei dem Eurozeichen. Bei Training Peaks ist jetzt ein Eurozeichen. Ja, das ist nicht unbedingt notwendig. Okay. Es ist dann sinnvoll, wenn ich Montagmorgen alles für die Woche schon mal reinladen will an meine Geräte. Das heißt, da ist die Krux-Training Peaks erlaubt, nur am selben Tag eine Einheit zu übertragen. Ah. In der Free-Version, was eigentlich ausreichend ist. Deswegen, es ist dann wichtig, wenn ich, das kann man vielleicht das Eurozeichen in Klammern machen, es ist nur dann wichtig, wenn ich, was weiß ich, montags mich hinsetzen will und alle Einheiten schon mal übertragen will. Okay. Ich hatte den Punkt einmal für ein Video, glaube ich, und dann war das Jahresabo so viel billiger als monatlich und dann habe ich seit mal geklickt. Ich würde, weiß ich nicht, weil Training Peaks läuft bei mir so nebenbei, da mache ich auch nicht viel mit. Hab da trotzdem viel bezahlt, vielleicht muss ich da das Eurozeichen in Klammern setzen fürs nächste Mal. Und das ist, wenn ich dann in Zwift gehe, das sieht man dann im Video auch, dann siehst du benutzerdefinierte Training, Training Peaks und da findest du dann dein Training, was du heute machen sollst, weil gerade zu Zwift gibt es keinen anderen einfachen Weg und das mit der Element App hat jetzt zumindest hier live auch nicht geklappt. Als ich die Fit-Datei an LM, ach nee, das, nee doch, ist zumindest hier nicht angekommen. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendein Fehler war, vielleicht funktioniert es, wenn ich mich da noch mal länger mit befasse, aber das hat auch nicht so richtig funktioniert. Aber Training Peaks an sich als App, damit kann man auch Trainingspläne erstellen, weil ich bin, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das ist gar nicht doof. Da gibt es ja so Leute wie, zumindest die ich so kenne oder wo ich auch Podcast von gehöre, so Pushing Limits Triathlon, Cologne-Leute, die da auch Trainingspläne anbieten. Das heißt, Training Peaks liegt, glaube ich, hauptsächlich davon, dass es Trainer gibt, die da Pläne anbieten, dass es echte Trainer gibt, die dich wirklich betreuen und auf deine Daten über Training Peaks und Analysen zugreifen. Training Peaks für jemanden alleine, der da keine Trainingspläne rauszieht, ist es, finde ich, ich konnte noch nicht viel Benefit rausziehen. Selbst die Analysen, die Training Peaks macht, manchmal gibt er einem neuen Schwellenwert und so, das ist so ganz interessant, aber es ist auch immer nicht nach FDP-Test, sondern nach so anderen Sachen, das habe ich dann auch nie gebraucht und dann habe ich mal versucht, mal so ein paar Analysen rauszuziehen, wie viel Kilometer bin ich gefahren, wie ist meine Wattleistung pro Puls und so weiter, das habe ich da alles nicht rausziehen können, also es hat für mich keinen großen Mehrwert. Ich glaube, das ist aber geil, wenn du in dem Universum drin bist und da deine Pläne kriegst und ich glaube auch, dass Leute wie Triathlon Cologne, ich weiß gar nicht, ob die so heißen, heute noch und so weiter, die haben ja wirklich Ahnung und die betreuen dich vielleicht sogar ein bisschen, wenn du deren Trainingspläne mal gekauft hast oder sowas, also passen das vielleicht auch an, keine Ahnung, wie dynamisch die sind, weil das Endoku-Training ist ja über diese künstliche Intelligenz, über die Datenbank dahinter dynamisch und über die Analyse deiner Daten und ich weiß nicht, ob TrainingPeaks starre Trainingspläne anbietet oder ob die auch eine Dynamik haben, das kann ich nicht sagen, nie ausprobiert. Ist aber vielleicht auch ein Weg für viele da reinzugehen. Ich finde die App relativ oder auch die Webseite relativ sperrig zu benutzen. Wahrscheinlich ist die ultra geil, wenn du Trainer bist und Athlet im Profibereich, wo du wahrscheinlich und dich auskennst damit, ist wahrscheinlich so wie Photoshop. Wenn du das das erste Mal benutzt, hast du keine Chance und dann gibt es so Apps auf dem iPad, die alles schön machen und einfach und Photoshop ist ultra kompliziert und so ist es wahrscheinlich bei TrainingPeaks auch. Wenn es beherrscht, ist es wahrscheinlich richtig geil. Mann, oh Mann, es sind viele Apps. Okay, aber ja, so wie du, du hast jetzt sozusagen ein Jahresabo bei TrainingPeaks, das heißt, du musst die App auch nicht aufmachen, sondern das passiert automatisch. Ja, ja, eigentlich darf ich nie auf. Gut, alles klar. Und wie gesagt, Online-Storage für deine Trainingspläne. Wenn du zukünftige Pläne nicht übertragen willst, kann das Eurozeichen auch weg. Dann tut es mir ein bisschen leid für TrainingPeaks, dass sie sozusagen da missbraucht werden. Ich weiß gar nicht, das finden die wahrscheinlich auch nicht so geil. Schon gar nicht von so einer Induko-App, die ja auch Trainingspläne anbietet und fast in Konkurrenz steht. Das finde ich alleine schon krass. Eigentlich nett, dass sie offen sind. Deswegen war es auch ein bisschen so, wo ich gesagt habe, okay, wenn du das jetzt bezahlst, lieber so, als dass sie mir den Hahn abdrehen und ich da die Zwo-Datei irgendwie in Zwift reinpopeln muss oder mir die Sachen in Zwift selber basteln muss. Ja, gut. Ja. Okay, verstehe. Dann ist es auch dein Wahoo. Dann gibt es ja unten noch dieses kleine Komod-Dingens. Ein Komod kriegt, glaube ich, von Garmin meine Fahrten, die ich so bei Komod, also da ist ja, Komod ist ja letztendlich auch wie Strava, wo man seine Fahrten zeigen kann. Das passiert so nebenbei und ansonsten ist Komod so das Ding, was halt die Routen an den Roam und an Garmin, ja, also an den Fahrradcomputer eben an die Uhr sendet. Das ist übrigens super easy. Ja, ja, also du bist bei Bauu. Genau, da haben wir mal was Leichtes, Komod, ganz einfach Strecken zu übertragen an Garmin oder Wahoo halt. Dieses Ding war nochmal viel voller. Das war, als ich Enduko nicht erlaubt habe, von Strava zu lesen, waren da noch fünf andere Apps, von Swift zu Enduko und von Dana zu Enduko und dann war da noch Polar Flow, die ich da zwischengeschaltet hatte und was nicht alles. Also so ist es jetzt okay, Enduko musst du bezahlen, Swift musst du bezahlen, Training Peaks nicht unbedingt, Komod musst du auch bezahlen, um möglichst alles Kartenmaterial freizubekommen und ich meine, der Komod Sync funktioniert auch nur mit dieser, und das ist diese einmalige 30 Euro Option, die du ziehen musst, du musst nicht Premium Subscription Modell Genau, das ist Länder Karten glaube ich komplett. Ja und ich meine, dass du die Karten erst dann auf den Rome gesynkt bekommst, wenn du einmal die 30 Euro ausgegeben hast. Ich glaube, das geht mit der Free Version nicht, aber das ist einmalig 30 und Enduko ist halt Abo, Training und Swift ist halt Abo und Training Peaks ist halt auch Abo-Modell. Training Peaks kann auch deine Enduko Trainingspläne an Swift senden? Ja. Okay, das heißt, ich habe da, wo ich diese Swift Sachen auswählen kann, also 40, 20 oder so. Genau, unter Benutzer definiert Training Peaks. Das ist in meinem Video, du wirst es auch kurz sehen, habe ich es am Anfang kurz gezeigt. Ja, ich habe es mir heute Morgen sogar nochmal extra angeguckt, aber es ist doch schon ganz schön viel, also ich finde es gut, dass wir nochmal drüber reden. Und dann hast du es so gemacht, dass du, genau, den Trainer nicht steuerbar machst bei Swift. Das war jetzt dieser Sonderfall im Video. Genau. Ganz oft nehme ich das Training in Swift rein, wähle es aus, suche mir eine Strecke aus und fahre das im Erg-Modus ab und habe dann so, wie ihr es bei Swift kennt, habe dann meine, links meine Spalte, die Intervalle, die ich wegfahren muss. Ja. Und diese Wahoo-Nummer, dass ich dann sage, okay, ich lasse Swift das nicht steuern, ist halt in den Events, weil eine Tour de Swift finde ich immer ganz witzig, weil man irgendwie Bock hat, da diese Haken an, diese Challenge dran zu machen. Ja. Wenn ich das als Trainingseinheit fahren will, dann muss ich halt den Wahoo als, oder ein Garmin geht auch als Steuereinheit nehmen und Steuer, und dann ist ja die, ist ja tatsächlich witzigerweise bei Swift, Garmin und Element Roll, die haben ja alle die Trainingseinheit sofort automatisch gesynkt von Training Peaks. Das ist natürlich auch noch ein Riesenvorteil, dass sowohl Swift, Garmin und Wahoo immer bei Internetverbindungen sich automatisch die Trainingseinheiten von Training Peaks holen. Das heißt, da macht Training Peaks auch als Schnittstelle einen super Job. Ich mache, ich gehe hier hin, sage übertragen, mache meinen Wahoo an, synchronisiere kurz im Wi-Fi und habe die Trainingseinheit drauf, weil das ist relativ easy und auf der Garmin-Uhr mache ich gar nichts. Fünf Minuten vorher und dann gehe ich irgendwann vor die Tür und dann ist die drauf, wenn Garmin nicht irgendeinen Fehler hat und da sind sie auch gut geworden, haben wenig Fehler im Moment. Okay, das heißt, genau, Swift sendet bei dir an Garmin Connect. Wenn du bei Swift jetzt sozusagen den Trainingsplan von Enduko abfahren würdest, dann schiebt er das zu Garmin Connect. Wenn ich fertig bin mit dem Fahren. Stimmt, das kommt ja auch noch dazu. Das wäre jetzt nochmal die einfache Variante, nur um da quasi einmal den Kreis zu schließen, bevor wir jetzt auf das Richtige In meinem Fall überträgt Swift zu Garmin Connect. Ja, und die dann wieder zu Strava. Die dann wieder zu Strava. Okay, bei mir ist direkt Strava. Ich benutze Garmin Connect nicht. Genau, und wenn ich jetzt nämlich sagen würde, dem Enduko-Trainer, weil ich ja alles bei Garmin Connect auch habe, könnte ich ja der Enduko-App sagen, hol dir alles von Garmin. Was holt er sich nicht? Die scheiß Swift-Fahrt. Ah. Weil die ja von wem Fremdes zu Garmin kommt und Garmin sagt, nee, zu Enduko schicke ich die nicht. Ah. Alles, was ich mit der Uhr aufgezeichnet, weil ich ja alles mit der Epix aufzeichne, auch jede Radfahrt, bräuchte ich ja Strava gar nicht. Strava ist jetzt nur dazwischen geschaltet, weil Swift sozusagen nicht an Enduko über Garmin ging. Ja. Das habe ich teilweise mit der Hand gemacht und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, dann verbinde ich halt Strava wieder. Also es ist am Ende ein, also viele haben wahrscheinlich schon ausgeschaltet, die, die nicht ausgeschaltet haben, die sind vielleicht eingeschlafen und die, die anderen. Man muss dieses Bild vor Augen haben. Dann gibt es einige, die sagen, ja, genau so habe ich es auch gemacht und wie schall und dann gibt es einige, die sagen, ich höre mir das jetzt mal an, aber was sind das für Idioten mit den vielen Apps. Ich, ich, ich fahre einfach. Am besten ohne Tacho. Ich wollte auch gerade sagen, ich mache mir das als neuen Desktop-Hintergrund, weil es ist schon echt, da muss man erst mal, das muss man erst mal begreifen. Es ist jetzt nicht so ganz einfach. Also warum und wie. Ja, vor allem die, die nur zuhören, die haben, sind sowieso schon mal verloren, weil sie dieses Schaubild vielleicht nicht gesehen haben. Ja, da müssen sie. ich muss zumindest ein Vorschaubild machen, wo dieses Schaubild hinten im Hintergrund schon mal sichtbar ist, dass man es vielleicht voll sich als Bild angucken kann oder ich lege es vielleicht noch als Download, als PDF irgendwo hin, keine Ahnung. Ja, wenn man sich doll konzentriert hat, dann kann man es vielleicht ungefähr verstehen. Deswegen alleine dieser Weg Zwift zu Garmin und warum. Aber wie gesagt, in meinem Fall wäre es so, Zwift würde direkt zu Strava schicken und Strava könnte es zu Enduko schicken. Genau, das würde auch gehen und Zwift direkt zu Strava mache ich deshalb nicht. Das ist halt eigentlich die Frage. Ich glaube, weiß ich gar nicht, ob das parallel geht. Das könnte ich nochmal ausprobieren, ob Zwift parallel zu Strava und zu Garmin senden kann oder nur zu einem von beiden. Kann sie, glaube ich. Weil wenn es parallel geht, dann kann ich mir Zwift kann übrigens auch zu Training Peaks senden. Nee, dann hätte ich es aber trotzdem noch nicht bei Garmin gehabt, davon mal ab. Also dann hätte ich es trotzdem noch nicht bei Enduko gehabt. Aber theoretisch kann ich, ist aber eigentlich, nee, wenn ich, glaube ich, wenn ich Zwift direkt mit Strava verbinde und Garmin Connect mit Strava verbunden ist und Zwift zu Garmin sendet, dann habe ich es zweimal bei Strava. Ich glaube, so war es. Also es ist am Ende eine, eine, am besten wäre, wenn das alles, kann Garmin nicht alle kaufen? Alles in eine App packen, die haben doch am meisten Geld von allen, aber willst du auch nicht, dann passiert wahrscheinlich nichts mehr. und warum überhaupt Zwift zu Garmin ist halt, weil ich halt Garmin momentan so geil finde, da alles zu haben, weil Garmin mir natürlich auch extrem gute, hier auf dieser Uhr, was ich da alles sehen kann, HRV-Status, Training Readiness, heute ist moderat, also nicht so viel machen, Training Status ist super interessant, Productive steht hier zum Beispiel, das heißt, ich bin produktiv, da steht halt auch mal unproduktiv oder halt steady oder sonst wie. Da rechnet nämlich parallel Garmin auch aus, macht er denn 80% leichte Intensität, so und so viel Hit und so und so viel höhere Intensität, das rechnet der ja auch alles damit. Diese Body Battery, Endurance Score ist ein interessanter Wert, der eigentlich der Wert ist, der am ehesten deinen Fitnessgrad abbildet, wo du eine Zahl kriegst, das habe ich jetzt letztens auch von Garmin nochmal mitbekommen, die am ehesten dir sagt, du hast wirklich Fortschritte gemacht. Es gibt ja auch die V02 Max, die Garmin dir am Handgelenk ausrechnet, die aber Unschärfen hat, je fitter du wirst, die ist dann wieder interessanter für weniger fitter Leute und so weiter. Dann diese Cycling Ability, also Sleep Score und sonst wie, das ist schon krass und das ist auch, das können wir heute im Podcast nicht mehr unterbringen, ich wollte ja nochmal so ein bisschen über Uhren erzählen, warum, welche Uhr und wie man das am besten mit Fahrradcomputer, da kann ich nochmal so ein Schaubild drüber machen, das verschiebe ich mir auf eine der nächsten Sendungen. Aber das ist ja wirklich, was ich vorhin schon gesagt habe, das ist ja Formel 1. Ich habe ja die Formel 1 hier am Handgelenk und das können bis zum gewissen Grad Chorus mittlerweile auch, die haben jetzt auch 24-7, HRV-Messungen und solche Sachen und Whoop-Bänder sind natürlich bei vielen Leuten beliebt. Apple Watch ist beliebt, mit der man viel, viel machen kann, aber da braucht man wieder so, die Apple Watch kann das nicht mit der nativen App, sondern mit der Athletic App, habe ich ja auch schon oft erzählt. Whoop-Band geht wiederum nur mit Whoop. Whoop finde ich witzig dann, wenn man keinen Bock hat, so eine Sportuhr zu tragen, dann hat man trotzdem die Möglichkeit, die ganzen Daten und Erholungswerte abzumessen. Man kann es auch, es ist ein ganz schickes Armband, aber eben mit Subscription-Modell dahinter. Hardware kostet nichts, dafür kostet es 200, 300 Euro im Jahr. Das war nicht so meins, weil ich eh lieber eine schöne Uhr umhabe, für die ich eh Geld ausgebe. Also jetzt ist es ein bisschen günstiger geworden. Damals habe ich es mir ausgerechnet, drei Jahre Whoops ist eine Apple Watch Ultra, beziehungsweise ein Jahr oder anderthalb Jahre Whoop ist schon die Apple Watch 9, die normale, die nicht so sportliche. Also das ist schon, aber das ist tatsächlich so, wir haben die Formel 1 am Armband plus Enduko-App, Training Peaks, was auch immer für Software man da benutzt. Da gibt es sicherlich auch noch andere, wie gesagt, gerne Tipps in die Kommentare noch, wo du auf einmal Sachen machen kannst, die früher nicht gingen. Indoor-Fahren an sich ist ja schon ein Game Changer, dass du den Winter über drin trainieren kannst, ohne dass Langeweile aufkommt. Stell dir mal vor, ohne Zwift, ohne Bildschirm, ohne dass deine Kilometer gezählt wird, mal manuellen Sperre auf der Rolle in deiner Küche zu sitzen und im besten Fall noch dein Fernsehen gucken zu können morgens und Frühstücksfernsehen zu gucken, weil es Netflix noch nicht gab. Ich habe das gemacht früher, aber nicht lang. Also wirklich, da kriegst du Depressionen von. Also wirklich. Das ist schlimm. Also ich glaube, das ist alles schlimm. Und ansonsten ist der größte Fail ist eigentlich, dass ich so ein Schaubild erstellen muss. Im Grunde fehlt es an Standards, obwohl ich meine, dieser Training, diese Fit-Datei ist ja zumindest ein Standard, der funktioniert, genauso wie GPX-Dateien funktionieren für Routing und so weiter. Wir sind ja schon, es ist vielleicht auch jammern auf Rom, es gibt Standards, aber dieses, dass nicht jeder mit jedem spricht und ja, das ist halt eben nicht, aber das ist auch mit WhatsApp und Signal und iMessage so, es gibt halt nichts, wo alles drin ist. Du musst dir auch da genau überlegen, was benutzt du mit wem? Und da könnte ich auch ein Schaubild machen. Also von Freunden, die ich dann mit Köpfen, mit Gesichtern, der eine schreibt da, der andere da, der andere schreibt, es gibt Leute, die schreiben mir auf drei Plattformen, mal da, mal da, mal da und dann weiß ich, ah, der hat mir das doch letztens geschickt, dann gucke ich drei verschiedenen Apps nach und versuche das Bild zu suchen, im schlimmsten Fall. Und dann, die größte Einigung ist ja WhatsApp, was man, wo man immer drüber rantet, ich habe gar keinen Bock WhatsApp zu nutzen, aber alle sind da, musst du auch benutzen. Also es ist ja auch super praktisch und Monopol fast. Also es ist diese moderne Welt, also es ist ganz, ganz, ja, es ist ein lachendes und ein weines Auge. Auf der anderen Seite ermöglicht mir das und wenn man sich reindenkt in dieses Netzwerk, schult es auch das Gehirn. Ja. Immer wieder neue Ideen, aber man könnte ja, als ich diese Pola-Floh-Nummer damals, habe ich mit hier, mit Stefan zusammen hier, der Küchen-Stefan, der hier schon mal Thema war, mit dem haben wir da rumgebastelt und dann hatte er wieder eine Idee und dann hatte ich wieder eine Idee. Wie kriegen wir das hin, dass der uns diese schöne Trainingseinheit nicht kaputt macht am nächsten Tag und so weiter. Also es ist krass, macht Bock irgendwie, manchmal nervt es total und macht einen schneller am Ende des Tages und motiviert einen aufs Rad zu setzen. Es ist einfach diese Routine, morgens in die Enduko-App oder einen Tag vorher reinzugucken, was ist zu tun. Ja, das ist schon cool. Ja, also schaut auf jeden Fall mal in Ingos Video rein, denn da wird es noch ein bisschen nerdiger, wenn man sieht, was für Sensoren du überall noch hast. Da hast du auch gerade noch den, Ach, da hatte ich den, den Super Sapiens. Super Sapiens. Über den spreche ich auch noch, aber nach dem, erst nach dem Kipchoge-Podcast, weil der natürlich da auch kurzer Bestandteil ist und so. Ja, ist auf jeden Fall ein cooles Video geworden. Ja, und also ich glaube, es wird jetzt auch noch mal ein bisschen klarer für die Leute, die das Video gesehen haben und für die anderen vielleicht sind noch mehr Fragezeichen da, aber dann guckt es euch jetzt an. Es ist halt so, wenn du aus der Formel 1 alle Technik runternimmst, die dann vielleicht, oder Le Mans oder was auch immer, das landet dann im Porsche. Ja. Aber dir ist auch frei, natürlich einen Oldtimer zu fahren mit Hand gerissen und ohne Automatik und ohne Abstandsradar und ohne irgendwelche Einspritztechniken ist auch geil, ne? Also deswegen, dieses Oldschool-Training ist auch nicht doof. Das ist Motivation, das ist für jeden was anderes. scheiß drauf, Wahoo vorne dran, Strecke vorne drauf, alles andere ist mir egal, zu Komod hochladen, bloß keine Watt-Anzeigen finde ich auch total geil. Kann ich auch voll nachvollziehen. Und wie gesagt, es kann sein, dass ich, haben wir hier auch schon mal drüber gesprochen, jetzt hattest du letztes Jahr keinen Bock auf Training, da jetzt kannst, hättest du, hättest du in Duku nicht interessiert, jetzt kommst du langsam rein in deine Routine, jetzt interessiert es dich irgendwie vielleicht doch, hast auch wieder Bock Intervalle zu fahren und wenn aber eben dich nicht einfach selber irgendwas aus, also das ist ja, der größte Fehler, den du machen kannst, ist bei Zwift einfach irgendein, jeden Morgen irgendein Training anzuklicken, was da in diesen öffentlichen Datenbanken drin steht. Weil, eins ist klar, das habe ich früher auch schon gemacht oder jeden Tag so ein Zwift-Rennen mitfahren und sonst wie ein Immer-All-Out, da kannst du dich auch schnell in eine Verletzung rein oder in so ein Übertraining reinfahren, ist auch nicht geil. Naja. Deswegen, also da, dann lieber Touring. Ja. Lieber zu wenig Intensität als zu viel. Auf jeden Fall. Am Ende ist es so, also kommt immer drauf an, wo man gerade steht, aber für alle, die jetzt so in meinem Leistungsstand ist eigentlich egal, was du fährst, du wirst ja immer schneller. Also wenn es dir nicht um irgendwas Bestimmtes geht, fahr Fahrrad, du wirst schneller. Es ist einfach so, egal wie du Fahrrad fährst, ob du jetzt irgendwie Grundlage fährst oder irgendwie die ganze Zeit nur Schwelle oder sowas. Ja, funktioniert irgendwie immer, aber es ist halt auch irgendwie, hat was mit Motivation zu tun und dann hat es auch was damit zu tun, finde ich, Leute, die genau wie du sagst, irgendwie die ganze Zeit falsches Training machen und irgendwie nur Schwelle fahren die ganze Zeit, die sind mit Sicherheit, irgendwie kommen die vielleicht nicht ganz so gut aus dem Bett wie Leute, die irgendwie ein strukturiertes Training haben. Ja, du brauchst die Erholungszeit. Ich habe einen schönen Podcast heute Morgen nochmal im Auto gehört und habe dann meinen Pick von letzter Woche, die Whisper-App genommen und mir das selber mal wieder reindiktiert. Und zwar war das ein schöner, vielleicht ein schöner Abschluss jetzt für das Thema. Und zwar war das Thema auch, wenn jemand anfangen soll zu laufen und sich ein Ziel setzt, ja, ich will dreimal die Woche laufen. Deine Routine ist ja momentan, ich will jeden Tag um 6.40, 50 Minuten aufs Rad steigen, weil das meine Zeit ist und so weiter. Und er hat ganz witzig gesagt, um das zur Routine werden zu lassen und er hat dann wohl auch Leute, die er da betreut dabei, meinte, das erste Motto oder der erste Schritt ist Frequency First. und das kann man sich mal merken, also diesen Satz Frequency First, das heißt zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt etwas vor und ich gebe mir jetzt vor, dreimal die Woche zu laufen, war sein Beispiel. Ich gehe dreimal die Woche laufen und er meinte, das ist jetzt erstmal der wichtige Punkt. Dreimal die Woche gehst du raus vor die Tür, hast dein Kit, hat er gesagt, angezogen, also siehst deine Laufkleidung an, bist draußen und läufst. Ob du 10 Minuten, 20 Minuten oder 30 Minuten läufst, ist ihm völlig egal, aber das ist jetzt das Ziel. Frequency First. Und das muss erstmal zum Habit werden und da muss man nach ein, zwei, drei Monaten gucken, hat er das durchgehalten oder nicht und dann kommt erst der Schritt zu sagen, okay, probieren wir jetzt mal, jetzt, jetzt, das ist vielleicht ein Schritt, den er entweder vorschlägt in seinen Gesprächen mit seinen, mit seinen Protagonisten oder eben der von alleine kommt, okay, ich mache das jetzt die ganze Zeit und dann irgendwann nach ein, zwei Monaten denke ich, ach Mensch, kann ich ja statt 20 Minuten auch mal 25 oder 30 laufen und komm, dann nehme ich jetzt mal einmal in der Woche, am Wochenende laufe ich vielleicht mal eine Stunde, da habe ich ja auch mehr Zeit statt nur einer halben Stunde und so und so. Das kommt dann von alleine und ich ziehe da gerne die Parallele zu meinem Krafttraining, was ich ja auch schon oft gesagt habe, wo ich mir eine Routine entwickelt habe, zwei, dreimal die Woche Krafttraining zu machen, wo ich angefangen habe, weil ich die Planke gemacht habe, mein Körper warm war, wo ich dann auf einmal Bock hatte, Liegestütze zu machen, wo ich angefangen habe, Planke, einmal Liegestütze, einmal Klimmzüge, einmal Liegestütze, einmal Klimmzüge, nach fünf Minuten war ich fertig und das habe ich drei, vier Monate so gemacht und irgendwann hatte ich Bock auf mehr. Das ist eigentlich so ganz, ganz interessante Parallele, da habe ich mich halt wieder erkannt und das ist halt vielleicht auch die Herangehensweise, die man nehmen muss und da ging es halt auch um Training, da ging es auch um die 80-20-Regel und so weiter und da hat er halt auch gemeint. Das Wichtige an der Sache ist ja nicht sofort dieses Intervalltraining zu machen, eben nicht, ja, Frequency first, eben nicht, du musst einmal in der Woche VO2 Max machen, du musst noch, musst den Puls hochtreiben, du musst eine Stunde laufen in drei Monaten, nee, mach einfach erst mal und danach steigern wir vielleicht von 30 Minuten auf 40, auf 50, auf 60 und er meinte, er wird ja trotzdem fitter und er ist ja trotzdem müde, hat sogar den Namen Kipchoge dann öfter genannt, vielleicht versuche ich das auch hier nochmal zu verlinken, die Folge, wo er gesagt hat, ja, ein Kipchoge, wenn der, wenn da locker im Training steht, dann ist der so diszipliniert, dass er locker läuft und eben, und wenn der drei Stunden gelaufen ist, wenn der statt, statt einer Stunde drei Stunden läuft und immer in der gleichen Pace, ist die dritte Stunde anstrengender als die erste und solche Sachen, ist halt hochinteressant, so im Detail und das Frequency first ist vielleicht nochmal so ein kleiner Nebenpick hier, den Link zu der Folge, die habe ich jetzt noch nicht mal im Kopf, wie die heißt, ich weiß gar nicht, ja, wieder die App hier schon wieder weg, ach, weil ich mein Telefon neu gestartet habe, How to Work Out, Feel Better, Live More, von Dr. Rangan Chattery, der Podcast, ist mir bei YouTube empfohlen worden, ich habe ihn dann aber gehört, ganz spannend, gut, also das so als kleiner Abschluss, Frequency first, da bist du jetzt ja schon mal dran. Hatte mir auch irgendwer gesagt, zur Routine wird es, nee, geschrieben hat es mir jemand, zur Routine wird es wohl, wenn man 60 Mal gemacht hat oder so. Weiß nicht genau, ob da was dran ist. Ja, ja, kann sein. Also zumindest, ja, habe ich auch schon gehört, muss nicht 60 sein, gibt auch Theorien, dass so 20, 30 Mal reichen, je nachdem, was es ist. Und, naja, das ist tatsächlich, ja, und wenn es nicht zur Routine wird, hast du auch keine Chance, dann ist es vielleicht nicht das Richtige. Das kannst du auch noch, du kannst auch in anderthalb Monaten merken, oh, das ist nichts, ich muss mir was anderes suchen. Klar, so wie Liegestützen, auf jeden Fall niemals ein Thema bei mir werden. Team dünne Arme. Ja, ja, ja. Nee, deswegen, also da, wie gesagt, und das ist ja das Spannende, das eine passt, motiviert den anderen, und der andere sagt, nee, so im Leben würde ich das nicht machen. Und zu Recht, weil er eben nicht dafür gemacht ist. macht halt, ja. Wir sind alle verschieden. Gut, kommen wir zu den Picks, und zwar, habe ein Thema hier weggelassen, welche, warum Garmin und so weiter, das kommt dann beim nächsten Mal. Okay. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel quatschen können hier schon wieder. Meine Fresse. Ja, ich dachte auch, es wird ein kurzer Podcast. Ich habe aber auch ausgeholt hier mit meinen Sachen. Mal gucken, mal gucken, wer alles schon abgeschaltet hat. Der kriegt jetzt die neue Kategorie User Picks nicht mit, weil wir, ach, das kommt ja auch noch, stimmt. Ja, ja. Ja, ja. Na gut. Also unsere eigenen Picks, die gibt es noch nicht. Die könnt ihr euch schon freuen. Ja, Game Changer Flasche, die hier steht. Ähm, nee, also es ist tatsächlich so, dass ich, und dabei habe ich da nicht schon eher drauf gekommen, ich kriege immer E-Mails, Insta auch gerne, gerne, gerne über Insta eine direkte Nachricht. Hier, pick doch mal das und das ist mir noch aufgefallen. Tatsächlich habe ich eine Sache hier nicht stehen, die ich auch schon wieder gelöscht habe. Die, ah, wie hieß denn das? Naja, die mache ich beim nächsten Mal mit rein. Jedenfalls kommt immer mal wieder ein Tipp, ich picke irgendwas oder wir empfehlen irgendwas und dann kommt jemand, ja, ich habe noch einen Pick für euch. und genau, und leider auch manchmal Sachen, wo man dachte, oh, ich habe den perfekten Pick gehabt und dann kommt einer mit noch was Besserem. Also das kann ja auch passieren, ne, oder mit noch einer App und so weiter. Und das habe ich mir jetzt vorgenommen, wenn sowas passiert, machen wir hier die Kategorie User Picks rein und verlinken das zumindest und sprechen vielleicht kurz drüber oder eben auch mal, also wirklich ganz kurz oder auch mal ausführlich, je nachdem, wie interessant es ist. Aber kurze Frage dazu, ist es jetzt so, dass du wirklich alle einfach genommen hast, die in der letzten Zeit noch kamen? Oder hast du rausgefiltert? Ne, das sind nur aktuelle. Ja, aber filterst du raus, wenn es für dich mega scheiße ist? Also wenn du es richtig blöd findest? Ne, das ist klar. Also erstmal der Aufruf, schickt uns das gerne. Entweder mir oder André. Er schickt gerne André auch mal was. Der freut sich auch. At Tofu Kind. Dann muss ich das nicht immer alles beantworten. Also wenn jetzt irgendjemand was zum Thema hat, wo ihr das Gefühl habt, das interessiert André mehr als mich oder umgekehrt, oder er schickt es uns beide, ist auch cool. Kann man bei Instagram an zwei schicken, ich weiß es gar nicht. Insta ist tatsächlich gar nicht so ein schlechter Weg. Aber bitte nicht so ganz lange Nachrichten, weil die gar nicht nicht beantworten, den zwei kleinen Fingern. Aber es ist tatsächlich ein guter Weg. Ansonsten gibt es immer noch per E-Mail podcast.enjoyyourbike.com. Da gucke ich aber so alle ein, zwei Wochen mal rein. Und ich muss auch wirklich sagen, bitte nicht so ganz lange Sachen. Auch wenn unser Podcast drei Stunden dauert, aber die E-Mails dürfen nur so kurz sein. Ja, es sind ja auch super liebe E-Mails, aber ja, da fehlt uns dann auch die Zeit. Also ich lese das alles durch, aber ich kann dann nicht auf jeden Punkt eingehen. Also lieber kurz und prägnant. Also so ein, zwei Absätze sind schon okay, aber eben nicht vier. Und trotzdem ziehe ich da ja ultra interessante Sachen raus, eben solche Pics. Und die verschwinden dann aber im Nirvana, weil ihr die da draußen gar nicht mitkriegt, dass mir das jemand erzählt hat. Und ich finde es aber vielleicht ganz geil. Und deswegen habe ich jetzt diese User-Pics-Idee, das hier mit einzufügen. Alle, die das gut finden, schreiben Schokobongs in die Kommentare. Oder schicken uns hier so eine Kiste Schokobongs. Ich esse die sowieso nicht, weil ich habe das ja mit dem Einfachzucker gelernt von Rogamileng, aber du isst die noch. Schokobongs ist schon auf jeden Fall schon Deluxe. Jedenfalls. Erster Tipp von, erster Pick von Daniel aus Niederbayern. Ich mache das auch nur mit Vor- und Vornamen hier, keine Angst. Der hat das Biketowl, und zwar Biketowl.de, verlinke ich unten auch gepickt, weil wir letzte Woche darüber gesprochen haben, wie kriegen wir unser Fahrrad nicht vollgesifft. Und die haben extra fürs Fahrrad so riesen Handtücher der Hammer, dass das ganze Fahrrad abdeckt. Ach, jetzt sehe ich das erst. Über den Sattel zieht man das auch drüber, also auf dem kompletten Oberrohr und Lenker. Genau. Also das ist auf dem Oberrohr, und das ist ja diese, vorne der Reifen ist geschützt, rechts und links die Hörnchen sind geschützt, und so weiter. Finde ich richtig geil. Da war ich kurz davor zu klicken. Ich habe es dann irgendwie doch nicht geklickt, weil ich ja Kickerbike fahre und habe immer die Hoffnung, dass das mehr aushält, als wäre es mal ein echtes Fahrrad, wo du gesagt hast, dass die durch den Schweiß irgendwelche Schrauben und so weiter rosten können. Die Problematik habe ich auf dem Kickerbike zum Glück nicht so sehr. Ja, du bist zwar eklig, aber da muss niemals ein Mechaniker dran. Nee, genau. Und hier ist es so, wenn ihr euer normales Fahrrad nimmt, 46,90, ist jetzt für ein Handtuch nicht billig, aber es ist halt auch extra geschnitten und riesig. Ja, ja. Also das fand ich auf jeden Fall eine geile Idee. Also auf was für Ideen die Leute kommen. Steht hier irgendwie, wie die auf die Idee gekommen sind, über uns oder so? Wir. Wir, Enno und Heimann, Paul Schmidt sind leidenschaftliche Rennfahrradfahrer aus Schleswig-Holstein. Schöne Grüße nach Schleswig-Holstein. Hoffentlich bekommt ihr mit, dass wir das jetzt hier nochmal offiziell mitpicken. Ja, schon durchdacht, ist schon cool. Kann man sich mal angucken. Finde ich einen guten Pick. Ja. Dann, das picke ich jetzt einfach mal ungesehen weiter von dem Alejandro. Wie schön ich Spanisch aussprechen kann. Das ist schon nicht schlecht. Gracias. Den habe ich auf der Eurobike mal getroffen. Cargo-Designer. Also der ist für die Cargo-Lastenräder mitverantwortlich. Ganz spannender Typ. Schöne Grüße. Und der hat auch unseren Podcast gehört. Und ich habe ja über Getting Things Done gesprochen und dann über diese Whisper-App, wo ich meine Sachen rein diktiere, die dann im Posteingang landen. Und der hat mir den Tipp gegeben, ja, wenn du dich für sowas interessierst, dann lies mal das Buch Building a Second Brain. Auf Deutsch heißt es irgendwie dein zweites Gehirn nutzen. Nutzen Sie Ihr zweites Gehirn? Verlinke ich unten. Da geht es darum, dass du sozusagen Sachen nicht vergisst, dir sozusagen irgendwie Notizen machst, um nicht zu vergessen, was du vielleicht mal im Podcast gehört hast. Also eigentlich das, was ich selber schon so grob mache, indem ich sage, ich schicke mir selber eine E-Mail und dann habe ich eine stumpfe Apple-Notiz, wo ich solche Sachen, wie das mit diesem Frequency First, habe ich mir zum Beispiel gleich heute Morgen aufgeschrieben. Da habe ich gesagt, da will ich nicht vergessen. Und irgendwann, wenn ich mit irgendwem spreche, im Gespräch bin, dann kann ich nochmal in meine App gucken und das nochmal rausfinden, weil in einem Jahr weiß ich nicht mehr, ob es Frequency oder sonst was First hieß. Und das Wort First habe ich vielleicht sogar vergessen. Ich bin mit dem Buch jetzt ganz am Anfang. Ich weiß noch nicht genau, wie die Taktik geht dabei. Ich habe mir das als Kindle-Buch auf Kindle geladen. Verlinke ich unten. Und dann hat er noch zusätzlich gepickt, das Miro-Board für so Sachen, wo man sich auch so Charts und so Sachen zusammenbauen kann. Das könnt ihr euch auch mal angucken als App. Die habe ich auch noch nicht ausprobiert. Das picke ich jetzt einfach mal blind weiter. Ja, sieht aber auch spannend aus. Also zum Arbeiten bestimmt cool, mit mehreren Leuten gerade. Und dadurch, dass die mir das alles geschickt haben, hast du auch gar nichts, was du jetzt vortragen kannst. Ich hoffe, das ist nächstes Mal anders dann. Also wie gesagt, ich höre zu und sage, wenn ich es blöd finde. Genau. Dann hat der Live, das mehr weiß ich auch nicht, weiß nicht, ob der auch aus Niederbayern oder Schleswig-Holstein kommt. Der hat mir einen Amazon-Link geschickt und zwar letztendlich ganz einfach diese Schlossringe. Es gibt ja so Ringe, wo du deine Schlüssel reinhängen kannst. Wie nennt sich das? Schlüsselanhänger, Kabel, große Edelstahl für Outdoor-Wandern, strapazierfähig, verbindbarer Gepäck, Anhängerhalter für Sport und Reisen 20 Stück. Kurz und knapper Name, ne? Verkäufer ist Ding lang. Was bedeutet Ding lang im Deutsch übersetzt? Ich habe sie auch erst jetzt verstanden, tatsächlich. Ja, wahrscheinlich, weil er diese langen Dinger verkauft, diese Schlüsselanhänger. Ja, lange Dinger halt. Ding lang, das sehe ich jetzt erst. Also irgendeine China-Bude, die auf Amazon verkauft. Jedenfalls sind das diese Dinger, das ist so ein Stück Draht, was du auf der einen Seite so zusammenschrauben kannst. Anwendungszweck ist, du willst mehrere Kette wachsen und bei Cyclovax ist jetzt einmal so ein Ding da drin und er hat gesagt, ja, kauf dir für 20 Stück für 6,99, direkt aus China. Ja, das Versand Amazon, die liegen zumindest schon hier in Deutschland. Ob das jetzt alles nachhaltig ist, weiß ich nicht. Jedenfalls muss man mal gucken, ob man noch einen anderen Hersteller hier findet. Ich verlinke es jetzt trotzdem mal unten, alleine wegen dem Ding lang. Naja gut, sowas wird es auch woanders geben. Aber an sich finde ich, das ist echt eine richtig coole Idee. Und ihr müsst natürlich, die gibt es in 13 und 26 Zentimeter, die müsst ihr längere Variante nehmen, Ding lang halt. Und 26 Zentimeter ist auch schon relativ lang. Jedenfalls, oh Mann ey, die drei Stunden sind gleich oben. Alles raus schneiden. Ich glaube tatsächlich, dass man die doch auch verlängern kann einfach, oder? Ach stimmt, die kann man aneinanderschrauben vielleicht. Ja, ja. Das ist ja geil. Dann hast du einen Meter. Ja, ist doch super. Jedenfalls kannst du damit halt deine Kette genauso auffedern, auf Dingsen, wie wir das gemacht haben in unserem Video am Sonntag. Oder machen werden, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Bis dahin fand ich jetzt einen geilen Tipp. Weil dann hast du noch mal, erst mal hast du noch mal ein Ersatzteil liegen, falls dir irgendwie eins verloren geht. Und wenn du wirklich mal zwei, drei Ketten hintereinander weg machst, dann kannst du die einfach hängen lassen und musst nicht diesen Draht da gleich wieder rausfummeln. Genau, meine 16 Ketten zu Hause. Und ich glaube, das ist auch so ganz praktisch. Ich habe mal diese 20 Stück tatsächlich mal geklickt. Du kriegst welche von mir ab. Also dann ist es vielleicht ein bisschen nachhaltiger, wenn ich hier noch mal in der Firma ein paar verteile. Weil mehr als drei, vier Stück braucht man ja nicht. Ich weiß gar nicht, wofür die nicht sonst sogar noch ganz geil ist. Die haben nicht so ein abgebrochener Reißverschluss oder ist ja generell gar nicht so unpraktisch. Die gibt es auch in Bund. Hast du nicht gekauft in Bund? Nee, wo hast du die gesehen? Aber die wurden mir direkt vorgeschlagen. Ich glaube auch von, ja, gut. Ja, wie gesagt, kann man auch für Schlüssel benutzen im Notfall. Und verlinke ich jedenfalls unten. Und dann noch dein Fun-Tipp. Mein? Du hast ja deine Pfanne gepickt. Ja. Und da habe ich jetzt noch mal teure Pfannen empfohlen bekommen, die das gleiche können wie deine. Sehr gut. Wir haben ja darüber gesprochen in der letzten Sendung, dass man da in so ein Rabbit Hole fallen kann. Schöne Grüße an Bastian Wölfle, der ist in das Rabbit Hole gefallen. Der war hier schon mal, das war der mit dem Gravel Anfänger Podcast, wo wir hier sozusagen remote gesprochen haben mal. Die Folge kennt ihr vielleicht. Grüße gehen raus. Jedenfalls hat Bastian mir nochmal Olafsson, mit L-O, Olafsson mit V geschrieben als Pfannenhersteller empfohlen, weil die so einen Kupferkern drin haben und dadurch die Hitze sehr stark halten. Trotzdem inruktiv geeignet, aber die werden dann wohl irgendwie heißer, noch bessere Hitzeverteilung durch diesen Kupferkern. Relativ teuer, wenn du da so ein Pfannenset kaufst, bist du bei, bist du 5.000? Nee, 550 Euro für so drei Pfannen los. Also es ist jetzt nicht übertrieben teuer, aber eben auch nicht deine Preisklasse, die du hier empfohlen hast. Also wie gesagt, ich hatte Pfannen gesehen, den einen für 300, 400 Euro, wo ich mir dachte, das ist schon, dann auch von Bastian erwähnt, aber auch noch vom anderen Hörer, wo ich jetzt den Namen nicht mehr gefunden habe, weil der über irgendeine Plattform, wahrscheinlich Insta kam, wo ich ihn jetzt nicht wieder finden konnte. Der hat nochmal Hoffmann Pfannen empfohlen. Olafsson und Hoffmann sind beide so, dass du die Pfanne einschicken kannst, wenn die Beschichtung mal kaputt gegangen ist. Ah, die machen die neu dann. Die machen die neu, das finde ich ganz, ganz wichtig, gerade wenn du so eine teure Pfanne kaufst, hast du immer noch den Vorteil, du kannst sie irgendwo hinschicken, das ist dann vielleicht bei deiner nicht mehr möglich, das weiß ich nicht. Ah, ich denke nicht. Ich glaube, den lang nehmen die nicht zurück. Aber das ist auch ein Punkt und die Hoffmann scheinen auch ein bisschen state of the art zu sein, ein bisschen günstiger als Olafsson, dann ohne Kupferkern. Die garantieren aber zum Beispiel, dass die Pfanne gerade bleibt. Und das ist zum Beispiel ein Problem bei den Pfannen, die ich bei mir im Schrank habe. Ich habe vergessen, wie die heißen, die ich hatte, auch mal irgendwo bei YouTube gesehen und nachgekauft. Und die haben wirklich verbogene, teilweise wirklich, dass die so schön wie so ein, fast wie so ein Wok auf der Pfanne, auf dem Plan Ceranfeld oder Induktionfeld liegen. Also das ist noch ganz gut. Und dann noch ein Tipp von Bastian, Tofu in Gusseisen zu braten, sei wohl der Burner. Wo wir gesagt haben, naja, Stahlpfanne ist ja eigentlich Quatsch wahrscheinlich für jemanden, ist eher was für Fleischkocher. Er meinte, der Tofu kriegt da nicht in keiner Pfanne besser hin als in Gusseisen und da reicht eine billige. Also einfach eine kleine Gusseisenpfanne. War noch so seine Idee. Weil Gusseisen, ich habe jetzt auch mit meiner Frau gesprochen, weil die hat gerade letztens auch noch mal per WhatsApp geschickt, wir brauchen noch mal Pfannen und bestellen mal die und die. Also noch mal die gleiche, die wir hatten, habe ich gesagt, nee, ich bin da in so ein Kaninchenloch reingefallen. Geht nicht, die gleichen noch mal zu bestellen und sie, aber ihr ist ganz wichtig, keine Gusseisen. Weil sie sagt, da hat sie keinen Bock drauf, so ein schweres Ding zu tragen. Aber kann man ja vielleicht auch eine kleine nehmen, ne? Wenn man sowieso nur ein paar Sachen... Für das Tofu würde ich jetzt vielleicht eine kleine anschaffen. Also wenn man sagt, okay, wenn da wirklich nur so dieses, so ein, zwei, das ist ja, da würde ich vielleicht so 20 Zentimeter Ding oder sowas nehmen. Ding klein halt. Gut. Jetzt kommen die echten Pics. Mal gucken, wahrscheinlich wird, wenn wir das jetzt machen, dann kommen die, werden die User-Pics wahrscheinlich auch schon mal noch mal eine Stunde unseres Podcasts. Aber Pics machen auch immer Spaß, finde ich. Ja. Die machen mir eigentlich immer am meisten Spaß. Auch beim Zuhören. Wenn ich so bei Bits und so, da habe ich mir das ja mal abgehört mit den Pics. Da ist oft die, was ich da schon alles, Wasserkocher und was die nicht alles picken. Erdnussbutter. Wir haben mal eine halbe Stunde über Erdnussbutter, welche Erdnussbutter man wo kaufen will. Jetzt bin ich kein Erdnussbutter-Fan, deswegen habe ich diesen ein Kilo Eimer nicht bestellt. Aber es ist geil gewesen. Folge müsst ihr suchen. Das ist bestimmt schon 100 Jahre her. Vor allem ist das Geile, weil man kauft sich ja natürlich nicht irgendwie jede Woche oder alle zwei Wochen irgendeinem Fahrradkrams. Das ist ja auch relativ teuer, aber trotzdem nimmt man dann immer irgendwie was mit. Ja, ja. Also muss ja auch nicht immer mit Kaufen zu tun haben. So wie in meinem Fall jetzt, denn ich picke heute auch mal wieder einen Podcast, einen anderen und der heißt Parallelwelten. Den kennen bestimmt ganz, ganz viele da draußen von Tanja Erath und Rick Zabel. Aber das ist nicht Plan Z, das ist nicht sein Podcast. Das habe ich mich dabei gefragt, weil... Ah, okay. Also ich habe... Genau, du weißt schon genau, welche Folge ich picke natürlich. Der Jan Ullrich und der Erik Zabel, also Ricks Vater, waren da zu Gast. Und das ist auch ein Podcast, der geht ungefähr so lange, wie wir jetzt gemacht haben. Der geht aber... Das sind zwei Folgen. So, die sind jetzt aber auch beide draußen. Also ihr müsst da jetzt nicht warten, sondern man kann die Folgen beide anhören. und... Entschuldigung, ich finde es sehr, sehr hörenswert, weil... Also wir haben ja jetzt auch schon über... Über Ulle viel geredet und auch über die Podcast, in denen er schon drin war und so weiter. Das finde ich nochmal eine coole Sache, weil die beiden in dem Parallelwelten-Podcast nochmal ganz andere Fragen stellen als sonst und man das Gefühl hat, okay, es ist jetzt gar nicht mehr so ein Thema, dass Jan Ulrich da jetzt irgendwie gestanden hat und gesagt hat, ja, ich habe gedopet oder so, das ist alles so... Ja, die abstürzt du nicht. Es war eher so ein bisschen Geschichten erzählen von früher. Voll geile Anekdoten irgendwie. Richtig, richtig lustig. Also alle haben super viel gelacht. Es geht viel um so alte Geschichten. Man merkt einfach, alle haben richtig gute Laune. Alle sind super happy und einfach die Anekdoten waren halt einfach so geil. Fand ich einfach richtig gut. Also so, ich weiß nicht. Man kann ja, kann man was spoilern oder manchmal nicht. Ja, zum Beispiel irgendwie, dass Jan Ulrich spricht dann auch über diese Trainingssachen, weil das jetzt so gut wieder passt. Ja, ja, ja. Das war in dem Podcast. Ja, ja. Und das ja auch mit Ernährung und so weiter. Die hatten natürlich gar keine richtigen Trainingspläne. Die sind einfach sauviel Fahrrad gefahren. Ja. Also 200 Kilometer, 250, das war irgendwie normal an einem Tag und einfach gefahren und Jan Ulrich hat einfach nichts gegessen. Der hat einfach nur Wasser getrunken dabei. Ja. Und wie er dann erzählt, kurz vorm Hungerast immer und Autobahnbrücke geht's hoch und dann merkt er, oh, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Das ist einfach sau witzig. Also es macht echt Spaß mit denen. War ein richtig cooler Podcast. Hat mir voll gefallen. Ja, ja. Ja, zwei Teile machen wir jetzt in Zukunft auch. Immer anderthalb Stunden, anderthalb Stunden pro Woche. Anstatt alle drei. Nee, nee. Keine Angst. Nee, war natürlich, war ganz cool. Tanja Erath. Sie spricht über ihren Vater zwischendrin mal. Weißt du, wer der Vater von ihr war? Nee, ich hab tatsächlich. Ich hab's jetzt auch nicht gegoogelt, aber das hat mich noch interessiert. Schade, du weißt es auch nicht. Nee, wer der Vater ist, weiß ich auch nicht. Weil er scheint auch irgendein Vater mit Jan Ulrich gefahren zu sein. Ja, okay. Tanja Erath. Also natürlich, von Rick der Vater ist natürlich mit Jan Ulrich gefahren. Ja, ja, das krieg ich auch noch gerade so hin. Ich hab's, weiß es nicht. Also ich kannte sie tatsächlich vorher auch nicht so richtig. Hab mir ihren Werdegang noch mal kurz durchgelesen. Weißt du, weißt du, wie das passiert? Sie ist Radsportlerin, ne? Genau. Ist halt auch mega krass, weil ich hab gesehen, sie ist, kennst du das Red Hook Crit? Nee. Das ist so ein Fixed Gear, also so ein Bahn Crit sozusagen. Das gibt's überall in Amerika, gibt's auch in Barcelona. Und in Barcelona hat sie mal einen dritten Platz gemacht und ist irgendwie immer nebenbei Rad gefahren und früher Triathlon gemacht, das dann aber irgendwie aufgehört. und dann ist sie über Swift, also über E-Sport sozusagen, bei Swift wurde sie dann, hat sie sich qualifiziert und ist dann ins Canyon-SRAM-Team gekommen. Okay, das hab ich mitbekommen, aber ich wusste nicht, hab den Namen nicht damit in Verbindung gebracht. Das hab ich damals mitbekommen, geil. Und nebenbei dann, ja, halt irgendwie gewonnen und auch noch Ärztin geworden und so, das ist immer. Ja, ja. Bei Wikipedia lest sich das dann immer so, wow, okay, ich hab nichts erreicht in meinem Leben. Das ist echt krass. Also ja, Chapeau. Wie gesagt, alle, also über Rick Zabel muss man, glaube ich, nichts sagen. Den kennen wahrscheinlich die meisten. Ja, ich fand's total cool. Also gerade auch von so jüngeren Leuten, dass dann so die Älteren irgendwie interviewt wurden und man aus beiden Zeiten einfach so viel mitnimmt. Weil Rick ist natürlich ja auch noch mega im Radsport und kann genau sagen, wie es aus heutiger Sicht und genauso können die anderen dann sagen, wie war es damals und das ist, finde ich, Ja, wen sie mögen und wen sie nicht mögen und sowas im Feld und so. Ja, das ist richtig ehrlich und cool. Also, ja, guter Podcast. Hört da mal rein. Ja. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Genau. Haben wir wahrscheinlich viele. Genau. Und, ähm, ja, also wie gesagt, dann kommen wir zu meinem Pick. Das ist ein potenzieller Pick des Jahres schon mal. Getränkebehältnis. Der kommt zumindest auf die, auf die, auf die, auf die Liste. Und du hast es schon entdeckt? Ja, genau. Ah. Aber im, äh, ja, hier steht einfach nur Getränkebehältnis drin. Das ist auf jeden Fall top secret. Ja, ja, genau. Nee, ich habe eine, deswegen, ich muss ja eigentlich tatsächlich einen Pick widerrufen, nämlich die Flask-Trinkflasche, weil es jetzt eine bessere gibt, für mich zumindest persönlich. Oh, dein neuer Anti-Pick. Naja, das nicht. Nein, nein, nein. Also es ist, ich bin ein Freund von Trinkflaschen, die ungefähr, hat die denn einen Liter hier? Ja, die, die tausend Liter fassen. Und ich habe, und. Tausend Liter. Ja, tausend Milliliter, genau. Die einen Liter fassen. Und, ähm, was ich total geil finde in der heutigen Zeit, dass es ja dünnwandige Thermosflaschen gibt. Ne, das heißt, diese Flaschen sind, wenn ich da morgens kaltes Wasser reinmache, ist es abends immer noch kalt, auch im Sommer. Okay. Also richtig kalt hier, so aus unserem gefilterten, gekühlten Wasserhahn aus der Küche kommt da halt kaltes Wasser rein. Finde ich total geil gegenüber Flaschen, die ich früher benutzt habe, die halt entweder aus Glas, Kunststoff oder irgendwas waren. Und Flask war die erste, oft kopiert auch. Die sieht man heutzutage auch ganz oft im ähnlichen Design von, von Ding Lang. Und, äh, das waren so die ersten, auf die ich aufmerksam wurde. Habe ich tatsächlich auch vor zwei, drei Jahren hier gepickt, die Flasche. Die hat auch schon viel durch. Und dann, der ein oder andere, der mein Video gesehen hat, sie hat auch gesehen, dass ich bei den US Open ab und zu mal Tennis gucke. Und die hatten schön werbemäßig mit AO gelabelte weiße Trinkflaschen die ganze Zeit, die Tennisspieler, wo ich sage, die sind ja, sehen ja irgendwie schon ganz spannend aus. Und zwar von Waterdrop. Okay. Und dann dachte ich, ist das jetzt eine Waterdrop-Trinkflasche, eine eigene von Waterdrop? Waterdrop sind die Leute, die teure Würfel machen, um Geschmack in dein Wasser reinzubringen. Ah. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast, ein Startup, was jetzt Milliarden wert ist. Ich glaube, die waren auch mal in der Höhle der Löwen ganz früher und solche Sachen. Krass. Und finde ich für mich völlig uninteressant, weil ich Wasser mag und auch nur Wasser trinke. Finde ich hochinteressant für Leute, die Cola, Süßgetränk, ich habe auch schon mal von Leuten gehört, die trinken so Energydrinks bei der Arbeit. Krass. Ja, also Wahnsinn, auch so Monstersachen und so. Jedenfalls ist das total geil für Leute, die Wasser nicht trinken können oder zu wenig Wasser trinken und sich da Geschmack reinmachen, ohne sich Kalorien und Quatsch reinzumachen. Weil die haben ganz geile Sachen, die so ein bisschen einfach so Kräuter sind. Also natürliche Basis. Sie haben wahrscheinlich auch künstliche Sachen mit Zucker, aber es gibt auch zuckerfreie, witzige Sachen, die Elektrolytsachen glaube ich auch. Also das Produkt ist gar nicht doof für Leute, die addicted sind und da ein bisschen von wegkommen wollen, aber unbedingt Geschmack im Wasser brauchen. Jedenfalls bin ich an deren Margin-Produkt vorbeigegangen und habe mir dann, nachdem ich die bei den Australian Open gesehen habe, habe mir die Flasche nochmal angeguckt auf deren Webseite. Wollte gerne die weiße Flasche mit dem Australian Open Logo haben, die ist aber leider ausverkauft. Man könnte jetzt eine Novak Djokovic-Flasche bestellen, die erst im März kommt. Das habe ich dann auch nicht gemacht. Habe mir dann, habe ich dann entschieden, nehme ich eine schwarze. Und zwar ist die, und das ist wieder so typisches Ingo-Quendler-Ding. Ich finde es ja geil, wenn man nochmal was optimieren kann. Weil sie ist einfach zwei Zentimeter niedriger, hat aber trotzdem einen Griff, mit dem ich sie durch die Gegend tragen kann. Diese zwei Zentimeter sind genau die zwei Zentimeter, die für diese Flasche in meinem Schrank fehlen, wenn ich sie mal in den Schrank reinpacke. Also total unwichtiger Kram eigentlich. Aber der Game Changer ist tatsächlich der Griff. weil ich eigentlich den ganzen Tag meine Trinkflasche immer mitnehme. Und die habe ich immer irgendwie unter dem Arm. Die ist mir auch schon runtergesegelt und sonst wie. Du hast einen Trinkgriff und dann haben sie noch was Schlaues gemacht. Du hast einmal diese Trinköffnung, die schön ist. Die ist jetzt Kunststoff. Da könnte man sagen, Flask liegt mir lieber, weil es Metall ist. Aber irgendwie ist Flask, obwohl man aus Metall trinkt, schon sehr geschmacksneutral, obwohl man mit dem Mund am Metall ist. Aber es ist immer noch was anderes, als aus dem Glas zum Beispiel. aus einer echten Glasflasche zu trinken. Die haben hier so einen ganz harten Kunststoff, natürlich BPA-free und so weiter. Das ist ein angenehmes Trinken mit einer kleinen Trinköffnung. Der Witz ist jedoch, dass du zwei Öffnungen hast. Also du kannst dieses Trinköffnungsding auch noch abnehmen zum Reinigen oder eben um viel reinzupacken oder um Eiswürfel reinzupacken, um es noch länger kalt zu halten, was auch immer. Und das ist jetzt hier für die Literflasche für mich gar nicht so wichtig, weil ich da eh nur Wasser draus trinke. Aber ich habe dann noch eine andere Größe in klein bestellt, wo ich zum Beispiel einen Eiweißshake oder sowas mache. Kann ich einen Löffel Eiweißshake reinmachen, schütteln und so weiter. Also ich finde, sie ist für eine Literflasche halt einfach auch nochmal schmaler. Das heißt, sie passt nochmal in so eine Aktentasche besser rein, seitlich in das Trinkflaschenfach, was man so hat an Taschen, als so unterwegs Rucksäcke oder so. Da passte die Flask zumindest in der Liter-Variante nicht rein. Hier habe ich einen Liter und sie passt rein. Und also nochmal schmaler, nochmal niedriger, gibt es in Größen von 0,4, 0,6, ein Liter, 1,4 Liter. Die 1,4 Liter habe ich zu Hause, die schleppe ich den ganzen Tag durch die Wohnung. Ich hatte zu Hause auch immer zwei Flaschen irgendwie oder irgendwie eine für einen Sport und eine sonstige war dadurch, dass ich die die ganze Zeit irgendwie so nebenbei mitschleppen kann, habe ich jetzt gesagt, eine Flasche für alles, 1,4 Liter, muss ich nur zweimal am Tag auffüllen und habe genug Wasser. Es gibt sogar eine 2-Liter-Flasche, die man theoretisch, was weiß ich, für längere Sporteinheiten, was auch immer, wenn man sowas noch braucht. Richtig geil. Sieht auch schicker aus. Ja. Als die alte. Also finde ich echt schön. Ja und das ist der Peak des Jahres deshalb, weil man so halt 20 Mal oder 30 Mal am Tag ermuntert. Also es ist ja wirklich ein Produkt, was du unendlich viel nutzt und die Flask hat ja auch ihren Dienst jetzt hier lange gemacht und so weiter und die wird auch nicht kaputt gehen. So ein bisschen hat die manchmal mit dem Deckel Probleme, muss man halt irgendwann mal einen neuen Deckel kaufen. Ich finde sie auch leicht aufzumachen, also es ist auch ein geiles Handling. Diese doppelte Öffnung finde ich cool und sie haben es aber auch wirklich so hingekriegt, dass das Doppelte nie mit aufgeht. Also es ist auch wirklich perfekt, irgendwie, weiß ich nicht, ob das jetzt, vielleicht gibt es die auch von wem anders, aber ich habe die nur von Waterdrop gesehen und ich weiß nicht, ob das eine Eigenentwicklung von denen ist, jedenfalls. Also das ist die gleiche Firma, die diese Drops verkauft oder nicht? Ah, okay. Also tatsächlich diese Waterdrop, die machen halt viel im Tenniswerbungen, habe ich gesehen. Und ja, also beste Trinkflasche ever. Das war die Flask auch. Mal gucken, welche als nächste kommt. Aber das ist schon fast nicht zu toppen. Ja, aber wo liegt die preislich? Was zahlt man für so eine Flasche? 35, 40 Euro mal eigentlich bei Amazon, wenn ich es richtig im Kopf habe. Okay. Also es ist nicht billig, aber auch nicht übertrieben teuer, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man für die, also für Thermos zahlst du, glaube ich, immer 30, 40 Euro. Ich bin mir relativ sicher, dass das ein okayer Preis ist. Also ich meine, du musst ja auch sehen, wie lange benutzt du die und wie oft so. Ja. Und wenn du es dann mal irgendwie runterrechnest, das ist ja echt okay. Ja, es sind, aber es sind auch wieder die kleinen Zentimeterchen, die tatsächlich was ausmachen. Das ist ein bisschen, ich kann jetzt in meine Firmentasche, in meine Laptoptasche, kriege ich jetzt einen Liter rein, wo ich vorher nur einen halben Liter reingekriegt habe, weil die Flask einfach diesen halben Zentimeter zu breit ist. Mhm. Oder eben zu hoch. Und das ist schon, da weiß ich nicht, da bin ich ja so Attention to Detail, finde ich ja ganz geil. Ja, echt cool. Ja. Irgendwie findet man immer wieder irgendwas, was einen begeistert, aber es ist eigentlich so ein Standardprodukt. Es ist eigentlich noch schlimmer, als eine Pfanne zu picken. Ja, das war, ich finde es schon geil. Also ich habe den Tab schon offen hier. Ja. Gucke ich mir mal genauer an. Wenn irgendeiner so eine Australian, weiße Australian Open mit A.O. vorne drauf hat, die will ich haben. Die kann er gerne zusammen, also Kissen brauche ich keine mehr, aber so eine A.O. Flasche. Zusammen gefüllt mit Schokobons. Oh, habe ich geguckt, ausverkauft. Nächstes Jahr gucke ich dann im November schon, vielleicht legen sie die ja nochmal auf. Ich glaube jetzt in diesem Jahr kommt keine mehr. Oder sie, noch geiler wäre Wimbledon, aber ich weiß nicht, ob sie da Sponsor sind. Aber die haben es aber auch. Das hat aber auch funktioniert. Ich habe allerdings, ich habe diese Flasche bestimmt eine Woche lang bei Eurosport beobachtet. Also mit den Kissen und dem Sofa und die Flasche. Das war so, ist bei Eurosport hängen geblieben. Nicht das Tennisspiel an sich. Und bis ich dann irgendwann nicht mehr konnte und gesagt habe, jetzt musst du mal googeln, ob es die Flaschen auch in echt gibt. Das ist so geil, ey. Du wirst echt der Traum eines jeden Sponsors. Wenn die das hören im Podcast, wie du da eine Woche lang drauf guckst auf diese Flasche und die endlich findest, die freuen sich. Aber krass ist, ich habe eine Woche gebraucht. Also es hat mich nicht sofort, weil ich die ganze Zeit dachte, wahrscheinlich ist das nur so ein Werbegag. Ich dachte, die gibt es gar nicht zu kaufen. Ach so, okay. Ich habe wirklich gedacht, wahrscheinlich haben die nur, um ihr Logo zu platzieren, haben sie diese Flaschen da verteilt. Und dann immer wieder geguckt und dann gesehen, wie die ihr Pulver da reingemacht haben. Und dann irgendwann habe ich gesagt, jetzt guckst du mal auf der Waterdrop-Seite, ob es die gibt. Ja. Geil. Gut, also dann kommt hoffentlich, wenn nichts schief geht, nächste Woche für euch eine schöne, geile Kipchoge-Folge. Und danach eine normale. Ja, denke auch. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben euch gut unterhalten hier. Und ihr habt nicht viel gelernt, aber viel gelacht. Bis zum nächsten Mal. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Da war ich relativ, eigentlich relativ stolz auf mich, dass ich nicht sofort geklickt habe. Finde ich echt geil. Hätte ich ja im Podcast niemals gesagt, aber diese Drops, die interessieren mich ja ein bisschen. Ja, ich bin schon, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde als Kind so ein bisschen zu sehr verwöhnt. Ich habe so schnell Apfelsaft gekriegt und so, weißt du. Das ist immer schlecht. Richtig verzogen. Ich glaube, das ist tatsächlich für, ich glaube, die haben ja auch einen riesen Erfolg. Ich weiß nicht, wie es geschmacklich ist, aber die haben natürlich Sachen. Ich habe da mal wirklich ein bisschen rumgeguckt, mit Zucker, ohne Zucker, denn nichts bestellt. Irgendwie hatten wir mal so eine Geschenke gekriegt, so ein Ding, kriegst du auch voll mit Koffein gepumpt. Also du kriegst das auch mit so gesund, ohne Zucker, aber kriegst diesen gleichen Kick wie mit dem Energy Drink, weil du den Energy Drink deswegen trinkst. Das hört sich jetzt so an, als wenn ich irgendwie täglich drei Energy Drink trinke. So ist es nicht. Nee. Zwei. Zwei. Genau. Ja, ja. Ja, mal gucken, mal gucken, wie die User Picks ankommen hier. Bin ich echt mal gespannt, ob das, weil es ist ja eigentlich, dieses Networking fehlt ja immer so ein bisschen, dass man das einfach nochmal weitergibt. Ja, voll. Ich finde es auch gut. Und man kann ja auch nicht alles picken. Ja, ja. Ja, aber irgendwie macht das auch immer Spaß. Ich habe lange nichts, ich versuche ja auch, meinen Konsum ein bisschen einzuschreiben, lange nichts mehr außer Apps gehabt hier. und kram. Aber das geht mir auch so. Also man hat dann ja irgendwie schon im Kopf so, oh ja, ich brauche noch ein Pick. Du kaufst ja nicht extra was dafür. Und dann suchst du irgendwie. Ich? Wäre ich auch schon kurz davor. Vielleicht muss ich dir nochmal spesen für den Podcast. Das können wir mal einführen. So wie beim Wichteln, aber nicht mehr als 20 Euro. Oder du musst es sparen über drei Sendungen. Man muss was Kostenloses zwischendrin picken. Das wäre auch nochmal ein Sport. So Wichteln, wir machen mal hier so Podcast Wichteln. Und jeder kriegt dem Geschenk, bringt dem anderen für 10 Euro ein Geschenk mit. Wir packen es live aus. Ja, können wir machen so. Zu Weihnachten machen wir das. Zu Weihnachten auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, schön. Diese Grafik, die wird mich auf jeden Fall verfolgen. Also ich werde mir definitiv das mal zu Hause angucken. Aber ich weiß gar nicht, welche App ich mir jetzt als erstes runterladen soll. Ob ich jetzt mit Training Peaks anfange? Training Peaks brauchst du die App gar nicht. Machst du im Web deinen Account, gibst das Passwort. Du brauchst dann im Grunde die App. Mach ich so gut wie nie auf. Aber wenn ich es nicht kaufe, dann ist es nur Schnittstelle. Aber dann muss ich es jeden Tag, ja, dann muss ich es manuell rüberschieben, das Training. Ja, tut aber auch nicht. Ich weiß gar nicht, warum das mich damals genervt hat. Es kann sein, dass es für einen Videodreh war oder für irgendwas Spezielles, was ich machen wollte, weil normalerweise lade ich meine Einheit sowieso an dem Tag, also eigentlich fünf Minuten, bevor ich das Training mache, lade ich es auf Training Peaks hoch und gehe dann los und synke den Wahoo oder Garmin. Okay, ja, jede Minute ist kostbar, wenn man morgens um 6.40 Uhr auf der Rolle sitzt. Dann möchtest du es einen Abend vorher schon machen. Ja, aber das machst du ja, Wasser trinken, einen Abend vorher, aber genau, einen Abend vorher geht, glaube ich, nicht. Das geht nur mit der Bezahlversion. Naja, aber wenn ich morgens keinen, muss ich an dem Tag dann machen, das Training oder was? Ja, ja, du kannst nur tagesaktuell, diese Schnittstelle funktioniert im Kostenlosen, nur tagesaktuell. Du lädst an dem Tag hoch und musst es an dem Tag machen. Ach du Scheiße. Ja. Ich weiß nicht und ich meine auch das Strava, wenn du jetzt sagst, ich glaube, anders geht es nicht. Musst du bezahlen und das ist nicht billig. Training Peaks ist, glaube ich, 120 Euro, ist ja super, also pro Jahr. Ja, ja. Aber das ist ja das Doppelte. Deswegen, ich meine, es gab irgendeinen Grund, warum ich das damals gemacht habe. Ich weiß nicht mehr welcher, weil nur das kann es nicht gewesen sein. Wie viel hat Strava jetzt gerade? Wie viel muss man da bezahlen? 70 oder 80, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, das ist ja noch mal mehr als Strava. Zwift verliert jetzt ja im Sommer wieder die 15 Euro. Wahrscheinlich müssen deswegen die Leute alle gehen. Keine Ahnung. Weil jetzt wahrscheinlich irgendwann ab März, April kündigen ja alle wieder oder pausieren. Ja. Gut. Na, danke dir. Dann haben wir es jetzt, ne? Ja. Machen wir hier mal zu. Tschüss. Tschüss für die, die noch weitergehört haben. So. Eins, zwei, drei. Der Podcast ist vorbei. Hast du eine neue Flasche? Nicht drauf ansprechen. Ach so. Das ist der Pick des Jahres. Des Jahrhunderts. Ich habe gerade geguckt, du hast gar nichts zu trinken und dann habe ich die Flasche gesehen. Ja, ja, ja. Hä, letzte Woche hast du mir doch noch irgendeine Flasche empfohlen. Jetzt ist eine andere. Habe ich dir die schon, habe ich dir das schon erzählt? Vielleicht ist das die, die ich dir empfohlen habe. Welche habe ich dir denn empfohlen? Ich weiß den Namen nicht mehr. Du hast mir einen Link geschickt. Ernsthaft? Ja. Muss ich nochmal nachgucken. Ne, guck lieber. Thermobecher war das. Thermobecher. Welcher war nochmal der Thermobecher? Das war noch was anderes, aber den brauchst du jetzt auch nicht mehr, weil das geht einher mit dem, den braucht man jetzt auch nicht mehr, weil der Pick eigentlich das, das mit beinhaltet habe ich. Also ist der Thermobecher der Anti-Pick? Habe ich den jemals gepickt? Weiß ich nicht. Wo bist du denn hier? Ganz oben? Ach, weil wir uns gerade... Ne, du hast es im Video, äh, Dings, im, in die Video-WhatsApp-Gruppe hast du es geschickt. Ach, Video-geschäftlich. DJI, da habe ich... Ja, 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 nee, der gilt noch. Der gilt noch, okay. Den kann man noch kaufen. Den kann man noch kaufen. Aber ich brauche ihn nicht mehr nach deinem heutigen Pick dann, oder? Doch, doch, den braucht man trotzdem noch, weil der ja explizit für Kaffee ist. Hast du den jetzt eigentlich bestellt, oder nicht? Nee, habe ich nur nicht. Dann hast du nur Geburtstag. Sag das mal. Am 24.03. Also jetzt hast du das hier öffentlich, wenn ich das in die Post-Show, Pro-Pre-Show... Sollen die Leute mir doch gratulieren. Da freue ich mich doch. Mein Geburtstag kennen auch irgendwelche. Irgendwo muss der mal gestanden haben, aber ich mag das ja nicht, wenn mir Leute gratulieren. So Fremde zumindest. Ne, das ist der Flask. Den habe ich hier mal gepickt. Ja. Das ist der Flask. Wie hieß er denn jetzt hier? Ja, der sah auch schick aus. Gab es in so vielen schönen Farben und so. Ja, ja. Meine Frau hat den in Creme. Ich habe den in Schwarz, wie es sich gehört für Norddeutsche. Genau, Flasked Cup Coffee-to-go-Becher. Den habe ich irgendwann mal gepickt, 350 Milliliter. Ich glaube auch. Der andere biegt dadurch, dass ich das jetzt nach hinten schneide, kann ich ja den anderen Pick, ruhig ist er halt jetzt gespoilert. Okay, aber dann muss ich so tun, trotzdem im Podcast, als wenn ich so wow. Nervös, weil ich dann erst sage, warum. Okay, okay. Weil Flasche ist ja Flasche erst mal. Ja, ich kann ja schon mal gucken. Nee, nee. Ich habe auch meine Alte da stehen als Vergleich und werde dann die Unterschiede erklären. Ein Henkel. Ja, das ist tatsächlich ein Fusspunkt. Und das ist tatsächlich ein Kandidat für den Pick des Jahres deshalb, weil man das Ding ja irgendwie gefühlte 20 Mal am Mund hat am Tag. Okay. Im Mund, am Mund. Ja. So an den Lippen zumindest. Ist ja, der gehört zum Mund. Gehört zum Mund, genau. Krass, Pick des Jahres. Wir haben den 6. Februar heute und schon den Pick des Jahres. Willst du schon einloggen? Als Kandidat habe ich gesagt. Nee, einloggen noch nicht. Du weißt ja nicht, was noch kommt. Und als nächstes habe ich geplant, dass ich, wollte ich eigentlich in der Sendung erzählen, dass ich mal so ein schönes Google-Doc baue, wo ich alle Picks reinpaste. Einfach ganz stupide als Link. Also einfach Copy, Paste aus dem Podcast, den Pick da rein. Ingo, André, auch vielleicht Alte von Den noch. Das ist für so Leute, die so merken, Mist, irgendwie ein guter Freund, eine gute Freundin hat nächste Woche Geburtstag, ich brauche noch irgendwas Geiles, aber was kann ich kaufen? Das ist auch für meine Faulheit, weil Leute mir schreiben, du hast doch mal dann und dann das und das gepickt. Und dann sitze ich da und suche den blöden Link oder suche den Link nochmal selber raus und finde ihn nicht irgendwie oder manchmal vergisst man auch den blöden Produktnamen und deswegen habe ich mir überlegt, einfach ein Word, also hier so ein Google-Word-Dokument, das nicht Open-Source machen, sondern jeder, der den Link hat, darf da drinnen rumsuchen. Dann kannst du mit STRG-F danach suchen oder was auch immer, kannst das durchblättern. Vielleicht gebe ich nochmal so gelb und der Mark hat die wichtigsten, mache die, die sich vielleicht die obsolet sind, weil es eine neue Trinkflasche gibt, nehme ich die alte einfach raus oder lasse sie drin oder wie auch immer. Aber das ist, glaube ich, zwar Web 1.0, einfach so eine blöde Linkliste, aber für sowas ist es, glaube ich, nicht schlecht. Ja. Besser als gar nichts. Sagen wir mal so. Kannst du mit Geld machen dann auch, also mit den Kosten, dann kann man danach auch sortieren, wenn du denkst, ja, ich brauche so ein Geschenk für um die 50 Euro. Nee, das ist schwierig. Wird es einfach, aber ich glaube, das ist, es gibt, glaube ich, auch Tools, wo man das richtig professionell, also es gibt ja so Influencer-Tools, wo du deine ganzen Links reinpackst und mit Bildern und sonst wie und das ist mir aber too much. Einfach so als komplett durchlaufende Ablage, chronologisch. Vielleicht kann man immer mal wieder einen alten Pick nach vorne ziehen, der wieder Sinn macht und oder einen Antipick draus machen, wenn es richtig blöd war. Oder einen Antipick draus machen, genau. Antipick. Vielleicht müssen wir auch einfach jedes Mal, jede Sendung Antipick. Aber ich glaube, so viele Antipicks gibt es nicht. Die Sachen, die man hat, benutzt man ja meistens dann auch irgendwie weiter. Ja, gibt es schon auch mal Fehlkäufe, die man tätigt, oder? Ja, aber dann pickt man sie vielleicht nicht. Ist halt auch schwierig. Will man so ganze Unternehmen einfach so richtig roasten dann auch? Also ich hätte jetzt im Kopf schon ein, zwei, die ich von letzter Zeit... Welche? Soll ich machen einfach? Raffa. Ach, aber die hast du ja nie gepickt. Aber du bist damit rumgelaufen. Ja, also Julia hat sich so Winterklamotten noch bestellt und das war einfach richtig schlecht. Also es war richtig schlecht. Sie hat sich irgendwie eine, ich glaube so eine Hose und ein Oberteil bestellt und das Oberteil hat halt komplett gar nicht gepasst. Also vom Schnitt her. Kann ja passieren. Ist ja erstmal nichts Schlimmes. Hat sie zurückgeschickt, hat dann irgendwie nach drei Wochen, hat sie und irgendwie drei Mails so, hallo, habt ihr das vielleicht bekommen? Hat sie ihr Geld zurückbekommen, aber nicht komplett. Da haben irgendwie 15 Euro gefehlt und dann hat sie nochmal versucht so, hey, da fehlen irgendwie 15 Euro. Warum? Und es ist einfach niemanden zu erreichen und so. Okay. Mail war richtig schlecht. Also das fand ich echt blöd. Ist das nicht auch jetzt so ein Investorending, dass da sowieso nur noch, dass das nicht mehr so... Ja, ich glaube Raffa wurde doch mal von H&M gekauft, das ist aber schon richtig lange her. Ja. Und ja, mein Gott, also es ist halt groß. Und ich weiß nicht, vielleicht ist auch einfach Handy viel zu tun, aber keine Ahnung. Also... Ja, ein bisschen, das ist tatsächlich... Drei Wochen ist schon schlecht. Bei manchen Firmen, da ist ja... Bei manchen Leuten, die man versucht zu kontaktieren, hast du ja auch nur noch KI-Chatbots und kommst an denen aber gar nicht mehr vorbei, dass sie dich nochmal was fragen, nochmal was fragen und sonst wie... Bei Artlist ist mir das letztens passiert. Ach so, wegen Passwort zurücksetzen oder so? Ja, Artlist hatte irgendwie ein Problem mit einem. Artlist ist der Dienst, für die, die jetzt noch zuhören hier, falls wir es hinten reinpasten, ist der Dienst, wo wir die Musik lizenzieren für unsere Videos und so. Und da konnte ich mich irgendwie nicht einloggen und dann bin ich an diesem Chatbot gescheitert. Ich weiß gar nicht, wie es dann geklappt hat, dass ich doch eine E-Mail mir schicken lassen habe. Ich glaube, ich habe dann meine E-Mail in diesen Chatbot rein und dann kam tatsächlich irgendwann eine E-Mail, tut mir leid, tut uns leid, wir hatten Lock-In-Probleme. Aber wie ich da hingekommen, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls bin ich ganz lange in diesem Chat-Dingens dahin geblieben, ohne echte Personen dahinter. Und das ist schon echt komisch irgendwie. Ja. Und der Zweite? Nee, weiß ich jetzt nicht. Also das war auf jeden Fall das Schlimmste gerade. Aber ein Anti-Pick reicht ja vielleicht auch pro Folge. Ich meine, also heutzutage, ich will jetzt nicht, dass ich noch geroastet werde wegen dem Roast hier. Also es ist ja heutzutage eigentlich nicht so schwer, auch eine automatisierte Mail zu schicken, wenn man halt viel zu tun hat, oder? Also wenn ich merke, hier geht einfach alles unter, wir schaffen es nicht mehr zu antworten, einfach eine Mail rauszuhauen, so sorry, es kann irgendwie drei bis vier Wochen dauern, bis wir antworten. Ja, fair. Aber qualitativ weiß ich gar nicht. Hier habe ich jetzt lange kein Rafa mehr getragen. Früher fand ich es total geil. Aber da hat, weiß ich nicht, wie sie sich da entwickelt haben. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Aber momentan, das Coole, was man kauft, ist ja, was ich ja bei euch und bei dir immer sehe, ist dieses Paranormal, was man macht. Nee, weiß ich nicht. Ist schon so. Ist es auch schon überholt wieder? Nein, ich meine, es ist halt sauteuer. Und ich kaufe da halt nur im Sale. Also es ist halt eine echt gute Qualität. Aber... Haben wir ja auch schon oft drüber geredet, so Hosen, da musst du einfach die richtige finden. Also wenn du noch mit Windel fährst und nicht so E-Werf oder sowas. Ich bin ja komplett angeschissen, dass ich ja diesen ganzen Schicky, diese ganzen Schicky-Marken, die angesagt sind, gar nicht tragen kann. Gibt ja nur die eine Hose. Weil ich nur noch, nur noch, es geht halt nur noch E-Werf. Ja, aber ist dann ja auch egal. Also ich meine, ja, ist halt eine schwarze Hose. Mir ist das im Prinzip auch egal. Die Hosen sind ja alle schlicht, aber die Windel muss halt passen so. Und irgendwie, ich weiß nicht, wenn man sich so günstige Sachen holt und dann irgendwie auch mal was Hochwertiges anhat, da merkt man schon auf der Haut auch einen Unterschied, finde ich. Du, es gibt ja ganz viele, die tragen hier die Conti-Hose von, für ein paar Euro, die sind da super begeistert von, die nicht viel kostet und dann andere brauchen die Assos oder Raffa, sonst wie Hose. Meine erste Hose war aus einem großen Laden und das war so ein fettes Polster da drin und ich hatte gar keine Ahnung davon, habe das angezogen und ich dachte, was ist das? Das gibt es doch nicht. Ich hatte früher noch diese Lederpolster. Also nicht echtes Leder, weiß ich gar nicht, ob es echtes Leder war oder nicht, aber das war noch dieses mit so Löchern, wie so ein Autositz. Okay, das war definitiv vor meiner Zeit. das war 20 Jahre her. Man hatte auch keine Ahnung von nichts und dann hat man das so, habe ich diese komische Eule-Creme gekauft, diese Eule-Telekom aus der Doku. Das war so eine Sitzcreme. Ja, da hat man doch in dieser Doku, Höllentour glaube ich hieß die, hat man Eule gesehen, wie er fett die Polster, also nicht den Arsch eingeschmiert hat, sondern fett die Polster. Das würde ja glaube ich heute auch keiner mehr machen. Mit dieser komischen Vaseline-Eule-Creme da die glaube ich auch. Und das verschließt alle Poren dann und so. Ja, ja, wahrscheinlich. Aber da, da habe ich jetzt ja die, die S-Magic, die wir auch im Shop haben, die ist ja der Knaller. So eine Dose hätte bei mir ein Jahr, so ein Auftrag, fertig, also das ist so das Ding. Machst du das vor jeder Fahrt oder machst du das, wenn du große Sachen fährst oder so? Indoor, ja, so alles über eine Stunde vielleicht. Okay. Darunter brauche ich es vielleicht gar nicht. Aber ohne habe ich, ich habe auch mit E-Werf, mit oder ohne E-Werf, ich habe immer mal ohne wieder probiert. Bei mir ist es ein bisschen, es muss nicht dick aufgetragen sein, aber so ein bisschen brauche ich immer. Witzigerweise. Es gibt ja Leute, die ohne fahren können. Ich fahre immer ohne, aber, also ich, ich habe ein bisschen Angst, wenn ich es ausprobiere, dass ich es immer benutzen muss dann. Also, ja, ist bei dieser Dose egal, die hält ein Jahr. Ja. Aber du musst halt S-Magic, wenn du das im Badezimmer stehen hast und es kommen Gäste, also bei uns zum Glück, wir haben noch eine Gästetoilette, aber es kommen Gäste, die denken auch, was ist das denn? Also der Name, wenn du das im Badezimmer stehen hast, die denken auch, na gut, hätten sie das nicht im Schlafzimmer liegen lassen können oder was auch immer. Ich glaube, der Spruch ist auch only the ones oder so. Ja, das ist so geil. Ja, wir haben schon Ewigkeiten bei uns oben im Studio, die Produkte stehen und wir wollen ein Video drehen, wir wissen noch nicht genau wie. Ja, wir wollen eine Großaufnahme sehen. Ja. Geil. Naja, lass uns hier jetzt mal, bevor die, bevor es jetzt hier noch länger dauert, hier, wo habe ich meine Tastatur? So zack, zack und dann würde ich jetzt am Anfang mal mich für das Setup hier bedanken. Können wir gleich ein bisschen Werbung dafür machen, dass man uns auf Instagram folgen soll, weil da die lustigen Posts sind und der muss uns ja auf Instagram folgen, weil er hat ein Screenshot mitgeschickt. Ja. Ed Kwendler und Ed Tofu Kind. Bei Instagram weniger Follower als auf Schraber. Bei mir die Hälfte bei Instagram. Krass. Krass eigentlich, ne? Dabei ist das so schön, mir auf Instagram zu folgen. Ich mache da gar nicht so viel. Ähm, gut, dann schreibe ich mir jetzt mal die Startseite hier auf. 13, 30, zack. Ne, ich mache den Tisch hier noch mal ein bisschen zur Seite. So. Das ist ein bisschen freier. So, nochmal. 13, 30, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020